nach rom und der mutter den cäsar vorgestellt da musste er vor den cd ist immer höher gegangen zu allerhöchsten und dann war dann das gericht dann gab es welche den angeklagt haben gesagt haben paulus dass viele studieren das bringt dich um den sinnen man sagte paulus ach du ach edler wie hieß noch mal der name josephus plennus so ungefähr 8 josephus 2 ich habe den namen vergessen tatsächlich das sind wort gedachte worte wie ich rede na und das ist ja letztlich der heilige geister ja auch spricht und da sehen wir dass sie gesagt hat dass viele studieren bringt nicht um den sinnen weil viele sagen ja 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 ihr kennt ja die weltmenschen hört auf die bibel zu lesen ach das bringt doch nichts und so das ist das studieren wenn zu wenn du so tief gehst dann bist du doch so radikal und oder soll nicht so sein und da bringt ich um sinnen so reden ja die weltmenschen tatsächlich und da sehen wir das ist auch paulus so vorgeworfen haben und paulus hat gesagt das sind wohl überlegte worte die spreche ja paulus hat eine heftige heftige weisheit mit den heiligen geist eine sehr 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 heftige wir haben wenn man sich ja auch das neue testament anschaut ist ja drei viertel oder sogar mehr hat ja paulus verfasst hat er verfasst heftig einer der die der größte feind mut einer der größten wir haben über den apostel geredet den paulus apos paulus ja der grandiose der wundervoll der guter vorab aus paulus ja das hilft sich mal und und da kam er darauf verschickt ibrahim der jetzt am leiden ist und gerade darüber nachdenken jetzt gibt es sogar muslime die ihnen ja natürlich nicht gut auf ihn zu sprechen sind und sie jetzt ihnen auf grund dafür dann fertig war sagen sie ist so allah nicht bestraft anstatt so anstatt sofort ins gebet zu gehen und für den typen dazu betreise seht ihr was für eine komische art die an den tag legen das ist so grausam das sieht man leider immer wieder auch wo du bei islam bayern warst wo du ja rausgegangen bist da ist ja dann haben die und so ist er hochgegangen das es hat keine fünf minuten gedauert da haben sich die verschiedenen leute von der agri da haben sie schon direkt zerstritten da haben die hat den anders fertig gemacht islam hat haben sie gekriegt also da hat man das direkt schon gesehen wenn die wenn die für die leute los ist da ist da herrscht überhaupt kein frieden in ihren herzen verstehst du ich würde niemals auf den gedanken kommen selbst wenn ich mit orthodoxen oder katholiken oder evangelikaler wer auch immer nicht einverstanden bin ihnen so die hölle zu wünschen oder sowas ich würde immer für die Menschen beten und immer auch gerecht und fair zu ihnen sein ganz einfach sehr ich muss nicht mit ihnen einverstanden sein in in der glaubensfrage und eine glaubenslehre nein ich werde ihnen aber eine eine ich werde ihnen das praktizieren was der jesus christus von mir verlangt und zwar ihnen nicht den tod zu wünschen oder gar dass sie zur hölle fahren oder was weiß wie bösartig sowas ist so wie ein gewisser anderer der hier sein unwesen treibt und sein tanga der meinem bruder und allen die mir folgen also allen euch die ihr mir folgt die ihr bei mir seid die die hölle so wünscht zur hölle mit uns und mein bruder ist das normal sagt sowas ein christ muss man überlegen dass er auch nicht die courage besitzt zu sagen okay ich habe einen fehler gemacht das war sehr sehr schlimmer satz wenn ich gesagt habe ich möchte dafür wuesten tun wir müssen wir müssen einander jetzt nicht in der lehre die ganze zeit eins sein okay kein problem so aber zu sagen ich wünsche dir die hölle oder zur hölle mit allen die dir deinem bruder folgen und so das ist krank welcher geist ist das das muss jeder für sich selber dann entscheiden naja egal wo damier der die will mit dir reden wer der die ja der will mit dir reden wieder die an ja der will der bis wieder wissen warum denn ein letztes war noch danach muss ich wieder die ja hast du gesehen dass ich das gefunden auf jeden fall ja das war ich bin da war ich bin da das war ich bin daran erschaffenes ding schwört das ist natürlich aber wenn das sein eigener gott nach diesen fehler begeht dann ist kein problem gott macht nämlich fehler ist doch kein fehler ist doch kein fehler wie die anderen nicht von der bibel ja ist der aller der urheber der bibel ja ist er wie kommt das dass er dann seine eigenen worten der spritte hebräer 6 13 dass er sagt es gibt nichts größeres als mich auf dass ich schwören könnte wie gesagt von der originalen bibel ja aber von der gefälschten nicht raus mit dir habe ich gesagt wenn wir gefälschten die was denn anfang waren raus das heißt der eine gott sagt was genau richtig ist es gibt nichts größeres worauf ich schwören könnte und zwar auf mich selber und dann siehst du dass alle einfach auf seinen propheten schwören weil weil er wo einmal größer ist als allah unfassbar seht ihr wie zu was die fähig sind diese muslime und er ist noch ein kleiner junge aber selbst die erwachsenen reden so wie er ja allah kann ja machen was er will aber merkst du denn nicht dass das ein fehler ist dass es schwierig ist dass es mal arm ist einfach auf erschöpfende dinge zu schwören kein normaler mensch macht sowas und dann soll gott sowas machen ist doch quatsch ich wünsche euch gottes segen gottes segen ja so antworten die muslime aber wirklich jeder eins der von den gleich groß oder klein ich möchte euch nochmal klipp und klar sagen wir müssen auch mit cherry wir wissen ja die gesinnung von Chef Ibrahim. Wie er auch über den Herrn gespottet hat, habt ihr gesehen. Das eine Video, als der sich so ein bisschen lustig gemacht hat und gesagt hat, wo die Christen hinkommen, wenn sie mit dem, wenn sie mit Jesus in den Tod gehen, versteht ihr? Das hat er schon in einem Video gesagt. Und jetzt könnte ich ihn auch fertig machen und sagen, siehst du, der wahrhaftige Gott hat mich bestraft, deswegen. Aber das mache ich nicht. Weil der Herr sagt, wir sollen für die Menschen beten. Und deswegen werden wir jetzt auch für ihn beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganz Herzen, Herr, dass du uns in unseren Herzen gelegt hast, dass wir barmherzig, gütig und gnädig sein sollen, Herr Jesus Christus, und nicht mit Gleichem vergelten. Daher möchte ich jetzt die Gunst der Stunde suchen und zu dir beten, Herr, und für Chef Ibrahim beten, dass du Gnade an ihn hast, Herr Jesus Christus, dass er nicht ohne dich in den Tod geht, Herr. Denn er braucht deine Gnade, Herr Jesus Christus. Er braucht dich, Herr. Herr, wir brauchen alle nur dich, Herr Jesus Christus, denn du allein bist fähig, unsere Schuld zu tragen. Herr Jesus Christus. Und du hast sie getragen, am Kreuze. Denn am Kreuze von Golgatha ist alles geschehen, als du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Und daher bitte ich dich von ganzem Herzen, Herr, dass du noch ganz viele Muslime die Augen öffnest, Herr, und dass sie dich erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen, Herr Jesus Christus. Dass sie dich, den einzig sparen, Erlöser auch akzeptieren, Herr, und ihre Seelen in Sicherheit bringen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von Herzen, erhöre mein Gebet, mein Flehen, Herr, und lasse nicht zu, dass er ohne dich in den Tod geht, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich auch von ganzem Herzen, dass all diejenigen, die wegen dir in den Tod gegangen sind, Herr Jesus Christus, dass du ihnen wirklich das Himmelreich gewährst, Herr, dass alle Märtyrer in dir wahrhaftig in dein Himmelreich einkehren und nehmen dich in den Tod. Und ich bitte dich von dir da, wo du bist, den höchsten Rang haben, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Sehr schön. Es haben ja einige Christen hier geschrieben, die wollen ja nicht für ihn beten. Aber wir sollen selbst für unsere Feinde beten, wirklich. Natürlich, der Sherri-Brahim ist unser Feind. Sherri-Brahim ist unser Feind, aber wir sollen ihm niemals irgendein Haar krümmen oder sowas. Nein, wir müssen für ihn beten. Ja, ich hoffe natürlich, damals, als ich auch für den Björn gebetet habe, auf einmal ging es seiner Tochter wieder gut. Habt ihr gesehen? Ach, mit Björn hast du auch geredet. Mit denen habe ich auch mal geredet. Ja, der hat doch ein Video gemacht, da haben wir hier als Geschwister alle für ihn gebetet. Und die Kraft des Gebeten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich habe also zum Herrn gefläht und ihm gebeten, dass er Gnade mit seiner Tochter hat. Und das kann jeder von euch bezeugen, wer hier drin war. Und ich glaube, nach ein paar Tagen ging es dann schon wieder bergauf mit seiner Kleid. Gott sei Dank. Ja, heftig. Siehst du, was der Jesus macht? Natürlich. Aber sie denken, dass das Allah wäre? Nein. Nein, nein, nein. Allah kann niemanden erhören. Es ist der wahrhaftige Gott Jesus Christus. Sobald du sogar sagst, Gott, ist er damit gemeint. Er ist es. Der Gebet, der erhört. Häftig, ne? Ja. Gepriesen sei sein heiliger Name in Ewigkeit. Amen. Amen. Es gibt niemanden zu sein. Unfassbar, was eigentlich Gott eine Liebe mit uns hat, wo wir es gar nicht verdient haben. Gnade bedeutet ja, Vergebung, die wir nicht verdient haben. Ja. Und da steht ja der erste Johannesbrief, Kapitel 5, sehr, sehr schöne Sachen drin. Und dann Kapitel 4, dass er alles aus Liebe getan hat. Dass er aus Liebe seinen eingeborenen Sohn herkommt, damit wir Frieden bekommen. Siehst du, das hat unser Herr und Gott uns beigebracht, dass wir, ja, die Liebe in unserem Herzen ausgießen sollen. Dass die Liebe größer ist als das Böse. Denn wir sollen immer Gutes mit, nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Siehst du, wie der Herr die Worte in unser Herz legt und uns zu guten Werken aufruft. Zum Ansporn zu guten Werken und zu Liebe, Hebräer 10, 24, lasst uns anfeuern zu guten Werken und zu Liebe, uns einander zu lieben. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Schon heftig, ne? Wie der Herr, was der Beispiel da auch nimmt. Da steht sogar drin, kann man Feuer mit Feuer bekämpfen oder entsteht dann noch mehr Feuer? Ja. Aber mit Wasser kann man Feuer bekämpfen. Ja, genau. Du kannst deine Seele rausschreien, Allah wird dich nicht hören und nicktun. Ja, genau. Weil der kein Gott ist, sondern der Allmächtige Gott ist immer Yachta. Das ist auch erstaunlich. Die Juden sagen immer Yachta und Vater. Und die sagen Yachta und Vater. Und du musst ihm sagen, das ist komplett was anderes. Ja. Nö, nicht, ne? Ich habe einfach den Namen geändert. Einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Der Gott der Bibel heißt Yahweh. Also das J-H-W-H, ne? Ja. Und dann siehst du auf einmal, dieser Mondgott aus Saudi-Arabien will auch auf einmal der Gott der Bibel sein. Aber hat er vergessen, dass sein Name eigentlich Yahweh ist. Der Ich bin, der Seinende, der Ewige. Ja. Und dann siehst du, dass Allah einfach kommt. Allah. Allah ist der Artikel, der Allah. Mondgott. Ubal. Ubal. Ubal, ich habe eine Frage. Das wollte ich dich mal fragen. Ich weiß nicht, ob mich jemand da anlügt oder ich da mal was Falsches gelesen habe. Stimmt das jetzt wirklich, dass Mohammed Svata wirklich Kalb heißt? Also, okay? Ja, also er heißt wirklich, äh, Rassim ibn al-Kilab. Also, verrottete Bruch zog von unten. Achso, ich dachte, ich bin gleich. Das ist meine echte Name. Mohammed ist ja nur ein Titel. Ja. Mohammed ist ja der Gepriesene, der Preiswürdige. Und wir wissen, wer der Preiswürdige ist, richtig? Wer ist der Preiswürdige im Christentum, in der Bibel? Wen soll er preisen? Ja, Gott, den Allmächtigen, Jesus Christus. Also, zu was macht sich Mohammed? Der macht sich zu Jesus Christus, du Gott. So sieht's aus. So sieht's aus. Wie hieß der Verflugte Hund? Wie hieß Mohammed jetzt? Lohn des Verflugte Hundes? Nein, der hieß Krassem. Krassem bedeutet die verdorbene Frucht oder die, ähm, äh, verrottete Frucht. Und, ähm, ibn al-Kilab heißt Sohn von Hunden. Sohn von Hunden. Sohn von Hunden, ibn al-Kilab. Ja, so ein, ein, äh, wie heißt das? Ein, äh, ein, äh, muslimischer Scheich, ein tunisischer muslimischer Scheich hat mal Nachforschung angestellt und hat herausgefunden, dass der wahrhaftige Name von Mohammed Krassem ist. Und Krassem bedeutet die verdorbene oder die verrottete Frucht. Heftig. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie krass. Boah. Wie ein Löwe, hast du geredet, Bruder Amir. Was für eine Symbolik. An ihre Früchten werdet ihr sie erkennen. Heftig, Bruder Amir. Wahnsinn, ne? Eif, das war, das war stark. Wie, wie der, eigentlich kannst du das übersetzen, an... Wahnsinn. Ja, so ein tunisischer Scheich hat es mal losgezogen und hat mal herausgefunden, wie der, wie der echte Name von Mohammed war. Und er hat herausgefunden, dass der Krassem hieß, Krassem ibn al-Kilab. Und jeder weiß das, jeder Araber weiß das. Heftig, heftig. Wo ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ich sehe nicht richtig. Ich denke so, ey, ist das gelogen oder so? Wie krass das einleuchtet, ne? Wie krass das auch perfekt zusammenpasst mit Matthäus 7, 14. Dann erhütet euch vor den falschen Propheten, der in Schafskleidern zu euch kommt. Inwendig aber ein reißender Wolf ist. An seinen Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, genau. Verdottete, verdorbene Früchte. Was bedeutet das auf Arabisch? Also was bedeutet diese Krasse? Verdorbene Früchte. Boom. Das war wirklich boom. Das war boom, boom. Boom, 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 boom. Das war ein richtiger Boom. Das ist heftig, ne? Wenn du darüber mal nachdenkst, wie krass. Wie heftig, wie heftig, wie heftig. Unfassbar. Oder wo der Herr Jesus das sagte, bzw. der Heilige Geist hat ja da gesprochen, Galater 1, Vers 8, das ist sowieso an alle gerichtet, an alle falschen Evangelien, ja? Aber die treffen das wieder auf Mohammed, wie der Abba wiederum zutrifft. Der Lateinsatz sagt, selbst in ein Engel und Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt. Wegen dem Engel auch. Wegen dem Engel auch. Als das, was wir euch verkündigt haben, der seid verflucht. Wo ich das, Izan Bayan, gesagt habe, ne? Sein Gesichtausdruck muss das so sehen. Das habe ich hier in meinem TikTok-Kanarier gepostet. Sein Gesicht muss das so... Er hat so zustimmend, so ein Gesichtausdruck gehabt, so, ja, er stimmt mir schon zu. Er hat dazu gemacht, der so, ja, der hat schon recht, der Junge Mann. Der hat schon was Wahres gesagt. Der Isam. Der Isam ist ja nicht jemand, der diskutieren kann, der ist ja kein Debattierer, der Isam. Der ist einfach nur ein, eigentlich ein netter Typ, der oberflächlich an beiden Glaubensrichtungen mal gekratzt hat. Mehr mit seiner Religion, ja, aber ganz oberflächlich an die Bibel reingegangen ist, ja. Soll. Umfassbar. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe von ihm aber richtig was erwartet, ne? Wo ich mit den ersten... Ich habe voll erwartet, dass jetzt ein ganz, ganz starkes, was kommt auch stark redet. Aber ich habe gemerkt, der hat ja noch weniger. Also der Go geht sogar auch noch, um die Bibel aufzudecken. Der Go so, ja, da wird doch Mame prophezeit, steht doch hier drin. Ich habe mich zu verarschen, Isam, das hast du gerade gegoogelt. Der steht, der hier drin ist... Der hat so viel Google gefragt, ganz schnell wie bei mir. Da sagt er, siehst du, da gibt er ein Dead Sea Scrolls Fake. Und dann die ersten Seiten gekommen, sagt er, siehst du, ich habe herausgefunden, deshalb habe ich mich total damit auseinandergesetzt. Es ist sehr... Da sagt der Isam, da sagt der Isam, ja, Amir, damit habe ich mich komplett auseinandergesetzt. Auf einmal zeigt er mich sie ein, National Geographic, und dann sagen National Geographic und CNN, dass die Dead Sea Scrolls alle echt sind. Es handelt sich nur um 16 Fragmente, die irgendwie auf dem Antiquitätenmarkt gelandet sind und die als Fälschung gemittelt sind. Alle anderen, die im Jerusalemer Museum sind, sind alle echt. 100 Millionen zu 0 für Jesus Christus. Unfassbar, der Isam. Aber seht ihr, ich war nur da und habe den größten Beweis gebracht für alle Muslime und habe mich wieder weggegangen. Habt ihr gesehen? Ja, so soll es sein. Alle waren am Ende. Alle waren am Ende. Die haben gesagt, ach du Heilige, der Amir hat den Islam in unter 10 Minuten ruiniert. Der Manuel kommt auf sein Leben bis heute noch nicht klar. Nur unter 10 Minuten islam ruiniert. Der Pier Vogel denkt so, der kann in unter 10 Sekunden das Christentum widerlegen. Johannes 5, Vers 30, der Dr. Scheer, aber mir macht den 10 Minuten islam auseinandernehmen. Kein Problem. Pier Vogel, ich mache das genauso wie du. Ich mache das genauso wie du, mein süßer Pier Vogel. My sweetie. Wannst du? Der Pier Vogel, der ist der Heftigste. Ich bin gar nichts, Bruder Armee. Ich bin ein kleiner Quilch. Nichts. Der hat mich sofort blockiert, wo ich ein Video rausgehauen habe. Er hat das Video gesehen und blockiert mich. Unfassbar. Ich dachte, da hätte ich ihn locken können. Wer ist denn da? Adia. Hallo, kannst du meinen Kollegen nicht auch eine Anfrage schickt, der hochholen, weil der hat auch ein paar Fragen. Wer denn? Der heißt Marlon, glaube ich. Er ist kein Marlon. Safe? Ah doch, er ist Marlon. Er hat nur einen Adler mit Deutschland. Hallo? Hallo, mein Lieber. Hallo, Bruder. Ich habe eine Frage. Nämlich, bist du katholisch? Nein. Weder orthodox, katholisch, noch evangelisch. Wir sind wiedergeborene Kinder Gottes, nach Johannes 3, Vers 3. Amen. Okay, damit hat sich meine eine Frage auch schon erledigt. Glaubst du daran, dass Mutter Maria die Mutter von Gott ist oder nur von Jesus? Von dem Menschensohn Jesus Christus, nicht von Gott. Er hat den Menschen Jesus Christus geboren. Ach so, okay. Und wie genau hast du... ist in Ewigkeit Gott? Ja, er ist in Ewigkeit Gott. Die Hypostase, Sohn Gottes, ist in Ewigkeit Gott selbst. Und dann wurde er als ein Mensch geboren. Ganz normal. Der Retter wurde geboren. Also, ja. Wo hast du zum Christentum gefunden? Was erzähl ich noch? Durch eigene Recherche. Und ich habe nicht zum Christentum gefunden. Ich habe zum Herrn Jesus Christus gefunden. Nicht zum Christentum. Wie durch eigene Recherche? Weil du hast ja erzählt, du warst früher selber Muslim, oder? Ja, richtig. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir dem ganzen nachgegangen, wollte herausfinden, ob der Islam die Wahrheit ist, ob der die ganzen kritischen Punkten standhält. Da habe ich herausgefunden, dass er komplett auseinander fliegt, dass Allah eigentlich ein super fliegendes Schienbein ist, mit zwei rechten Händen da dran und einem Fuß und wolliges Haar und sehr, sehr kurz. Man muss ja die Hadife gucken, ob die authentisch sind. Man muss ja, man kann nicht einfach lesen und die dann... Das steht doch vom Koran. Der Koran zeugt doch davon in Surah 68, Vers 42. Was steht denn da? Dass Allah sein sexy Bein am Tage der Auferstehung zeigt und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Genau. So wie ich das immer wieder sage, kennst du ja, wie Marilyn Monroe ihr Rock so hochzieht, so macht der Allah das genauso am Tage der Auferstehung und dann werden sie anhand dieses Beines ihn erkennen und dann werden sie sich anbeten, niederwerfen. Richtig. Ich frage mich, wie die überhaupt Allahs Bein erkannt haben. Haben sie das Bein schon vorher gesehen oder wie? Ja. Deswegen kannst du auch Optimus Prime anbeten gehen. Das ist genau dasselbe. So wie Marcel Krass sagt, das ist ein Hindu-Gott. Das ist nichts anderes als ein Hindu-Gott. So wie diese Shiva. Kennst du diese Shiva so? Du musst die Hälfte draus machen, ne? Ja. Einfach die Hälfte von Shiva nehmen. So wird Allah beschrieben. Der Marcel Krass hat absolut recht. Der könnte eben, mein Gott, was beten wir überhaupt hier an? Wie wird denn Gott immer beschrieben? Was ist das? Unfass. Aber das muss man mal vorstehen. Der hat dafür 20 Jahre gebraucht, der Marcel Krass. Oder 30 Jahre. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt so angefangen hast, so näher zu recherchieren über den Islam und so? Also viele Muslime, die sind ja Muslime, aber die recherchieren nicht so oft und so. Also wie kam es bei dir dazu? Ja, die wollen also nicht in die Tiefe des Islams eindringen und herausfinden, ob der Islam die Wahrheit ist oder nicht. Die sind einfach zufrieden mit dem, was der Islam da sagt. Anstatt selber mal nachzuforschen und zu sagen, ey, warte mal, die können mir noch von morgens bis abends sagen, dass der Islam die Wahrheit ist. Ist der Islam auch wirklich die Wahrheit, dann muss man den Islam ja auch wirklich auf den Prüfstand stellen. Und das machen die wenigsten. So ist das. Okay. Weil sie vertrauen einfach blind ihren Leuten, die sagen, wie kannst du, achi, wie kannst du eine Koran infrage stellen? Ist das wahnsinnig? So reden die mit dir. Anstatt dein Gehirn zu benutzen und sagen, hallo, hier geht es um meine Seele. Hier geht es nicht um irgendwie ein T-Shirt oder sowas. Hier geht es um eine Seele, die eventuell für immer und ewig verloren geht. Ja, ist es. Okay. Ich habe noch eine Frage. Warst du schon im Iran? Also jetzt nach deiner Christenzeit und so mit diesem ganzen TikTok-Claves und so? Sobald ich in Iran ankomme, werden die mich am höchsten Master aus mir eine Fahne machen. Ich habe auch schon gedacht, ich glaube nicht. Ich würde dann eine Fahne sein im Winde, wenn ich dann so wehne. Da lächelst du trotzdem. Weil der Islam eine Religion des Friedens ist. Und wenn man was anderes sagt, den werden wir wie eine Fahne dann so einfach schweben lassen. Islam ist Frieden. Ich habe eine Verachtung für die Menschen, die mir sagen, dass der Islam Frieden ist und dass Mohammed der beste Mensch ist, der je gelebt hat. Wenn ich das höre, da hatte ich meine Frage auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage, Marlon? Ja, wenn du, also gehst du in die Kirche? Nein. Suche Satelliten. So lange habe ich keine Gemeinde, aber ich wäre, ich wäre nicht abgeneigt in eine Gemeinde zu gehen, die auch wirklich treu dem Herrn Jesus Christus dient und auch die Lehre bringt. Die Lehre ist ja wichtig. Ja, und was ist eigentlich der Unterschied zwischen orthodox und katholisch? Ja, das kann ich da beantworten. Also katholisch-orthodox der Unterschied ist, die Katholiken glauben an einen Papst, an einen Führer, ja, und die Orthodoxen haben ihre Patriarchen und dann haben die noch weitere Feinheiten, wie zum Beispiel Maria ist eine Sünderin und dann ist sie nie wieder eine Sünderin. Katholiken sagen, die ist seit Geburt an keine Sünderin und dann gibt es noch mal ein paar Feinheiten, noch mal dazu, der Zölibat, kein Zölibat, Freiwilligkeit diesbezüglich und, und, und. Aber letztendlich beide haben da gewissen Ehelehren, die nicht vertretbar sind. Und die Orthodoxen glauben auch an mündliche Überlieferungen, oder? Ja, mündliche und, ja, genau, die glauben an die mündliche, genau wie die Katholiken auch. Das sind Kirchenväter und die Kirchenväter widersprechen sich untereinander. Ja, und das ist eine Katastrophe. Ist so ganz einfach. Wenn jetzt ein Kirchenvater sagt, Petrus ist der Fest und der andere Kirchenvater, nee, sogar derselbe Kirchenvater, sagt wiederum in seinem anderen Werk, den er geschrieben hat, Petrus ist doch nicht der Fest. Und andere Kirchenväter bezeugen es genauso. Ja, auf wen ist dann Verlass? Auf die Bibel, die federfrei ist oder auf die Kirchenväter, die untereinander sogar uneinig sind? Was würdest du sagen? Ja, dann natürlich eher die Bibel, die sich nicht wiederfällt. Da hast du recht gesprochen. Dann vergreift man auch auf die Bibel. Also das mündliche muss immer mit der schriftlichen einstimmig sein. Hat das mündliche keine Einstimmigkeit mit der schriftlichen, dann ist das doch zu verwerfen. Und wenn wir doch sehen, dass die ganzen Kirchenväter nicht so vertrauenswürdig sind, weil die sich untereinander nicht nur bei dem Punkt, sogar vielen Punkten widersprechen, dann haben wir da ein Problem. Und deswegen verwerfen wir die. Und der Name, Kirchenvater, schon Katastrophe. Hat Jesus nicht selber gesagt, ihr sollt niemanden auf Erden Vater nennen, denn einer ist euer Vater der Himmel. Wäre es auch möglich, dass du mir ein paar von diesen Fehl, also dass sie sich widersprechen, dass du mir irgendwie was schicken kannst oder so? Du kannst auf seinen Kanal gehen, abonnier seinen Kanal, da kannst du einige Sachen von ihm dann dir anschauen. Paulus bringt da Beweise, kannst du dann fixiert, 150.000 Aufrufe, drei Fakten, die katholische und orthodoxe Kirche inklusiv, die beweisbar sind, dass sie gegen eure eigene Lehren sind. Achso, ja dann, danke. Ich habe noch eine Frage, wenn es geht, und zwar letztens kommt und da war also ein Gemeindestadt Stand war das Jahr und die haben halt die Christentum in der ist es, also die haben die in der Klasse so gezeigt und so sagen, die habe ich verteilen Bibeln, die ist das? Dann nach Frage, ich schritt so ein bisschen mit dir und ihr meint diesen Zeugen Jehovas und so und ich frage, wieso denkt ihr, dass Jesus nicht Gott sei? Die sagen, ja die ganzen Christen, Katholiken und so etc. haben die ganzen Bibelverse falsch interpretiert und Jesus war nie Gott, ist nicht Gott und ich wollte fragen, was deine Meinung zu Zeugen Jehovas sind? Zeuge Jehovas werden sie alles, was sie in ihrem Leben getan haben, zur Rechenschaft gezogen und sie werden als Sekte dann für alle Ewigkeiten in die ewige Verdammnis gehen, weil sie die Gottheit des Herrn Jesus Christus gestohlen haben, denn er selber sagt in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben und so spricht heute Jesus Christus, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben, auch zu den Zeugen Jehovas und alle Jesus Christus Gottes Leugner, weil er sagt, ich bin der Gott des Alten Testaments, ich bin, der ich bin. Amen. Also sagst du, das ist ja als eine Religion oder als eine Sekte? Natürlich sind die Zeugen Jehovas eine Sekte. Der Gründer allein ist ja schon volle Sektenführer. Der Charles T.S. Russell, das war ein Hochgrad Freimaurer und ist auch auf dem Freimaurer Friedhof begraben. Diese Zeugen Jehovas verlassen und werden zum wahrhaftigen Glauben an den Herrn kommen und ihn erkennen, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Ja. Bruder, ich habe ein Testament, nämlich, ich verstehe das nicht so ganz, und es gibt ein Altes Testament und es gibt ein Neues Testament. Ist es nicht so, dass im Alten Testament Schweine vielleicht verboten wurde und im Neuen Testament darf man alles essen oder? Ich bin mir selber da sehr unsicher. Der alte Bund ist ja der alte Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, seinem Volk, bis der Messias kommt. Das Volk muss ja durch Gezeiten geführt werden und reingehalten werden von diesen ganzen anderen Völkern um Israel herum. und im Neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus haben wir dieses Gebot, dieser Speisegebote nicht mehr, weil der Herr sagt ja nicht, was in deinem Mund geht, macht dich um rein, sondern was aus deinem Mund rauskommt. Das heißt, das böse Wort, das schlechte Wort, das aus deinem Herzen kommt. Verstehst du? Im Neuen Bund haben wir nicht mehr diese Speisegebote, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Du bist doch kein Jude, oder? Oder bist du ein Jude? Nein, nein, nein. Du hast nichts mit Israel dem ersten Verheißungsvolk zu tun. Du bist das, du bist, gehörst du zur himmlischen Verheißung. Zum, genau, zur himmlischen Braut Christi. Ja, du bist der Gemeinde. Okay, dann vielen Dank, ja. Gott segne dich an deiner Familie. Gott segne euch alle. Dann tschüss. Ja. Ja, so sieht's aus. Und so wird es auch immer bleiben. Ja, die müssen nur, wenn es um Alten Bund, Neuen Bund geht, Römer 7, Vers 1 bis 6 lesen, da sehen die ganz klar, dass da steht. Dass wir befreit sind des Alten Bundes. Durch wen? Durch Jesus Christus. Wir sind ja mit den Gestorben auch verstanden. Letztens sagt man ja dazu, wiedergeborene Christen. Ja. Weil wir, die abgestorben sind und ein neues Leben bekommen. Ja, der Jesus Christus läutet ja den neuen Bund in Matthäus 26, 28 ein, als er den Kelch dann beim letzten Abendmahl, und er sagte, dies ist der neue Bund, den ich mit den Heidenvölkern dann schließe sozusagen und für die Sünden der Menschen bezahle. Ja, Amen. Das ist mein Kelch, mein Bluf, als ich vergieß werde, den neuen Bund, die ich euch gehen werde. die wir zur Vergebung der Sünden. Genau, Amen. Position ungenau. Vergebung. Hallo. Wie geht's dir? Gut, gut. Alhamdulillisus. Und dir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, ich bin Muslim. Mein Deutsch ist ein bisschen schlecht, aber ich mache mein Bestes. wie kann man mal Jesus, Gott ist, aber Jesus war arrestiert bei Roman Empires. Was? Was ist das? Wie kann man ein Gott sein, arrestiert bei bei sommigen Leuten, so wie Roman Empire? Wie kann das sein? Wo kann ich so die Macht von Jesus hier sehen? Wie kann ich das sehen? Als er sagte, ich werde in Matthäus 28, kannst du das mal lesen, Matthäus 28 abfährt 10, wo der Jesus Christus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, warte, ich höre schnell das. Boah, kann ich ja gerade die Brüche, diese Macht auch in Arden sehen können. Er sagte auch zu Pontius Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Meinst du nicht, ich könnte meinem Vater bitten, dass er Legionen von Engel sendet, damit hier alles zerstört wird? Aber Bruder, ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber ich brauche jetzt eine Massaya, die dieser Empire kaputt machen muss. Weißt du, was ich meine? Nein, I don't know. Nein, okay, wie Moses, wie Moses kommt, kommt in gleich, das gleiche Historie. Moses kommt zu Egypt an den Pfarrer und sagt, guck mal, wenn die Mensch meine Leute gibt, gibt es Probleme. Aber Jesus hat so etwas nicht gemacht. Aber Jesus wollte, genug gearresteht bei Roman Empire. So, was für Gott ist das? Please, erklären, bitte, bitte. Ich verstehe nicht mal ein Wort, was er da gesagt hat. Okay, nochmal, nochmal, guck mal, Jesus, Moses kommt zu Pharaon und sagt für Pharaon, für Egypt King, sagt, guck mal, ich brauche meine Community, ich brauche meine Community vor sechs Monaten lang. Die hat diese Community nicht gegeben. ich bin von Marokko, ja, deswegen rede ich so, ich bin so, weißt du. Ich möchte, ich habe mir gesagt, Jesus sagte, dass ich erstmal die Macht, die Macht von Jesus, deine erste Frage ist, jetzt beantwortet, oder meinst du, ich könnte nicht, jetzt meinem Vater bin, und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so kommen muss? Richtig. Okay, das ist richtig gut, das ist richtig gut, aber hier, the thing is, dass Jesus hat nicht diese Community, diese Jew Community, hat ihn nicht geakzeptiert in Jerusalem. So, wenn diese Community hat ihn geakzeptiert, Hallo. Der Herr Jesus Christus kam in das Seine, das kann der Papelus dir vorlesen, Johannes 1, Vers 1, damit das Verständnis aufgeht, weil er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt. Verstehst du? Die Juden wollten ihren Messias nicht. Obwohl er das alles erfüllt hat, was über ihn geschrieben steht. Alles. Er hat blinde gehalten, er hat blinde sehend gemacht, er hat Tode auferweckt, alles was der Messias hat. Und die Juden haben ihn nicht erkannt und haben ihren eigenen Messias ans Kreuz genagelt. Und somit hat sich die Schrift auch erfüllt. Nur sie haben ihn nicht akzeptiert und angenommen. Okay, mein Bester, ich lese dir was vor, dass du zuhörst. Das ist sogar eine Prophezeiung der Juden war. Das ist der Tanach, des Alten Testamentes, ja, der Tanach, der Juden. Fangen wir mal hier an. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, dem ist es geoffenbart worden. Er wuchs auf, vor ihm wie ein Schüssel, wie ein Wurzelspross, aus dünnem, dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von dem Menschen. Ein Mann, der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbiegt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Also das Volk Israel achtete ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für Bestraftum von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Siehst du, dass es sogar von den Juden so prophezeit worden ist? Von dem Prophet Jesaja? Hast du das verstanden? Nein, das habe ich verstehen. Aber diese, you know, die Message, die Message war hier jetzt war nur für Juden, war nicht für Romanen, war nicht für andere Leute. Nein, nein. Jeremia 31, Vers 31. Da wird es nicht nur an die Juden einen neuen Bund geben, sondern auch an die Heiden. Befraglos, lese mal bitte Johannes 10 vor, wo der Herr gesagt hat, ich muss auch noch die anderen Schafe führen, die nicht aus meiner Erde sind. Sie muss ich auch führen. Genau, das verstehe ich, mein Bruder. Mohammed kann auch nicht Koraysch nehmen, aber kann nicht Syrien nehmen, aber die nimmt nicht Koraysch first. Muss ich mal dein Land nehmen? Mohammed, guck mal, guck mal. Ich hatte gesagt, dass sie es mit dem Zadda. Nein, 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 das richtig nehme. Mohammed kommt mit Algebra, Mohammed kommt mit Medizin, Mohammed kommt mit Science, Mohammed kommt mit Astronomy. Mohammed ist der Beste. Mohammed ist, du kennst die Beste. Mohammed ist, du kennst wie Alexander der Great, man. Was hast du denn gesagt, Junge? Was hast du denn gesagt? Sag, was hat denn Mohammed gemacht? Was war denn sein Zeichen? Ich habe vier Sachen gesagt. Dies ist nur Science und Mathematik. Noch die anderen Sagen, das will ich nicht überreden, aber die beste Sache, die du benutzt jetzt, ist von uns, von nur Muslimen. Soll ich dir mal zeigen, welches Zeichen Mohammed getan hat? Er hat das Zeichen gemacht, ein kleines Kind zu heiraten von sechs Jahren und mit neun Jahren ihre Unschuld zu nehmen. Bruder, sie haben auch genug gesagt über Alexander the Great. Die haben genug gleich gesagt, Mann. Komm an, shame on dich, Bro. Dieser Mann hat vier Empires kaputt gemacht. Dieser Mann war ein King von ganz Erde. Die kann nicht so was machen. Das ist unglaublich, Mann. Shame on you, Boy. Danke sehr, Bro. Shame on you, Boy. Shame on you, Boy. Shame on you, Boy. Wir sind von Highschool-Musicals. Shame on you, Boy. Sieht, das ist auch weh. Ich dachte, er singt jetzt gleich. That's a shame on you, Boy. Ich glaube, der hat gegen sich selber debattiert. Piss dann züchtig, Adela. Piss dann züchtig, Adela. Piss dann züchtig, Adela. Was soll ich sagen? What are you talking about, Boy? Beste. Moin. Oder vielleicht soll ich auch mein Baby gegen ein Felsen schmetzern. Dann musst du aufhören, dich dann zu folgen, weil ab zehn Jahren darfst du dann den kleinen Jungen dann dementsprechend drangsalieren. Vielleicht kann ich auch mein Baby gegen einen Felsen schmetzern. Nee, das ist dann im Islam so gegeben, in Surah 18, Vers 74, dass Al-Khideh die Kehle von einem Kind dann Nacken therapiert hat. Ja. Ist klar. Ist klar, ne? Was möchtest du noch? Wenn du einwenden hast, hast du noch, mein Kleiner? Hey, du redest mir nicht rein. Hey, du bist hier nicht vorlaut, ja? Hey, hör mir zu. Burschi. Wie sagt der, wie sagt der, Stützberger Burschi? Wird dir doch hier mal Nieren beibringen, ne? Du redest mir nicht rein, Kollege. Burschi, so nicht, Burschi. Mürchen, Mürchen, so sagt er. Mürchen. Du redest mir nicht rein. Hast du mich verstanden? Ich danke dir, dass du da warst. Mach's gut, Kamilorin. Guck mal, was der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 16, Bruder, was du wolltest. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Gottes Segen an mir. Gottes Segen an mir. Gottes Segen, mein lieber Gott segne dich. Warte, lass ihn das Wort Gottes lesen. Nochmal, Pavlos. Ja, kein Problem, Bruder. So, warte. So, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich hören und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Amen. Haben Sie das gesehen? Amen, Amen, Amen. Ein Herde, ein Volk und ein Hirte, ein Gott. Ein Hirte. Amen, Pavlos. Diese Leute, diese Leute, die suchen keine Wahrheit, das ist das Problem. Der Verstand, der Verstand, der Bibel muss nur der Verstand offen sein und der Logik und der Kontext. Jeder Vers hat einen Kontext. Aber bei Koran musst du immer in andere, wie A, B, C, was ich meine? Ich habe den Jesus Christus angehören vor drei Monaten. Ich bin neugeborener Christ. Ich habe alle meine Sünde abgegeben. Und seitdem erhört der Christ Jesus Christus mich noch mehr. Und ich habe so viele Zeugnisse. Es ist kein Zufall mehr. Wunderbar. Jesus Christus ist Gott. Guck mal, Jesus ist Gott. Willst du wissen, warum? Die verstehen das nicht. Weil der Arm jetzt auch immer gut erklärt, der Aller wird als, ähm, der Aller hat sich als Feuer sich verwandelt. Ähm, erklär mal, ähm, Hilfe mal, Amir. Ich habe als Feuer. Ich meine, der Aller, die sagen ja, dass Jesus kein Mensch sein könnte, aber der Aller kann auch was anderes sein. Bei, bei, bei der Islam. Nein, du zerwechselst ja gerade ein bisschen was. Du bist ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, der Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der Mensch wurde. Und der Aller ist einfach nur ein fliegendes Schienenbein. Das wolltest du sagen, oder was? Ja, das wollte ich sagen, genau. Sorry. Hey, Amir, ich bin nicht allwischen. Hüppah, äh. Nein, aber das ist nicht allwischen. Nur der Herr Jesus Christus ist eigentlich. Amen. Okay, mal geben wir, danke dir. Amir, ich wollte noch was sagen. Deine Haftusur sieht gut aus. Deine neue Style. Okay, danke schön. Mach's gut, mein Winter. Ciao. Wer sieht ja zehn Jahre jünger aus? Seid jetzt im Pavlos-Schnitt? Jetzt habe ich den Pavlos-Schnitt, genau. Jetzt hast du den Pavlos-Schnitt. Pavlo-Schnitt. Pavlinito. Moin. So, was möchtest du jetzt mit uns reden? Worüber jetzt? Ich wollte über diese Live-Breaking-News-Untergrund reden. Live-Breaking-News? Nein, das ist kein Breaking-News, das ist... King-News. Live-King-News. Oh, stark an mir, wie ein Löwe. Oh, wie ein Schwanz. Das ist King-News. Königliche Nachrichten. Sie sind da, das hast du kapiert? Königliche Nachrichten. Amen, sehr schön. Sehr gerne. Schau, sie ist jetzt aus Hause. Hä? Hä? Hey, du redest mir nicht ins Wort. Ey, Burschi, ich sag's dir noch einmal. Schau mir gut zu jetzt. Okay, weil du bist euch jetzt richtig gut zu. Felsenschmetzer-Kolleg. Okay, ich hab dir richtig zugehört. Dankeschön. Hallo. Hey. Hey. What's wrong with you? Hallo. Und zwar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meinem 16. Lebensjahr in den Christentum beitreten will, muss ich mich dann taufen lassen. Du musst deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus erstmal, wobei nicht im Christentum irgendwas machen. Du musst zum Herrn Jesus Christus kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich komm heute zu dir mit all meinen Fehlern, Schwächen, Sorgen und Sünden und lege sie an dein Kreuz ab. Herr, ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast und reinige mich mit deinem heiligen Blut. Und bitte vergib mir... Kann ich nicht einfach zu einem Pfarrer oder Priester gehen und der macht einfach alle meine Sünden so weg? Wir können einfach meine Sünden so was tun. Hey, ich dachte, das geht immer so. Man geht dahin, so XP-Punkte ohne Krass machen, Katholiken, Orthodoxen. Aber die Bibel spricht doch klare Worte. Der Einzige, der Sünden vergibt, ist Jesus. Du sollst deine Sünden vor dem Herrn Jesus Christus beichten und nicht vor irgendeinem Pastor oder Priester oder was auch immer. Weil ich habe auch gehört, dass Kohle Sünden vergibt. Nein, diese Kohle ist aus dem Altar, aus dem Himmelreich, wo Opfer gebracht wurde. Wo die Unschuldslämmer auch geschlachtet wurden in Jesaja. Und diese feurige Kohle, diese heiße Kohle wurde an den Mund von Jesaja getan und dann hat die Sünde das weggebrannt. Also die Sünden wurden weggebrannt. Aber das ist kein Muss, was wir machen müssen, wie zum Beispiel im Islam, dass wir siebenmal einen Stein umrunden, dorthin zu laufen. Also diese ganzen Praktiken finden wir ja nicht in der Bibel. Verstehst du? Das ist der himmelweite Unterschied. Okay, das freut mich. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, es gibt einen YouTuber, den ich mir sehr oft angeguckt habe damals. Und ich habe halt nicht den Kontext so verstanden. Also ABK meinte mal, du hast eine Shisha-Baa eröffnet. Ist die eigentlich immer noch offen? Ja, also der Shisha-Baa ist offen, aber für dich nicht zugänglich. Weil ich habe keine Lust auf Kamelurien-Fetischisten. Ich habe Bock auf diese richtig Kamelurien-Fetischisten. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut. Kamelurien-Fetischisten. Ich weiß nicht, dass ihr hier rumgetreut seid. Ich wollte nur ein bisschen vorführen. Ja, der Kandidat, Pavlos, bitteschön. Mein Kandidat, Gottes Segen. Ja, hallo, Exorister, mich küsst dein Herz. Also zauerst mir mein Lächeln ins Gesicht. Ohne Spaß. Ja, wenigstens. Ich möchte wirklich eine Sache sagen. Also wirklich einen Appell an die Muslime. Wenn ihr doch mit dem lieben Arm hier ein bisschen diskutieren wollt, dann diskutiert doch mit ihm. Auf Augenhöhe. Versucht doch mal, auch ein paar Kontra zu bieten. Und nicht immer hier rumbeleidigen. Das ist so ein Appell an die Muslime jetzt. Genau. Mein Besser, bist du wiedergeboren? Ja, ich fühle mich, durch die biblische Meditation habe ich wieder zum Herrn gefunden. Was? Biblische Meditation? Biblische Meditation. Könnt ihr wirklich mal googeln. Da werden Psalme vorgelesen. Googelt das mal. Warte, warte, warte. Wo steht das in der Bibel? Was erzählst du? Wo steht das in der Bibel? Es steht nicht in der Bibel, aber ich praktiziere das. Ich praktiziere biblische Meditation. Ich werde auch wieder zum Herrn finden. Ich werde mich taufen lassen. Ich habe alles noch nicht gemacht. Wie bist du denn da? Wie bitte? Du bist in der New Age, glaube ich, gefangen oder was? Nein, bin ich nicht, Herr Amir. Bitte respektiere doch meine Meinung, Amir. Wirklich. Respektiere doch meine Meinung. Ich respektiere dich doch auch, Amir. Ja, ich möchte ja wissen, an was du da reingetappt bist. Glaub an den Herrn. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Glaub an den Herrn. Er sagte, du sollst keine Widerspruch zur Lehre mitbringen, sonst dienst du nicht unseren Herrn Jesus. Römer 16, 17, 18. Was sagst du dazu? Ich liebe Jesus. Ja, kann ich denn nicht. Wenn du dir Jesus kriegst, warum folgst du ihm dann nicht auf Schritt und Tritt? Ja, genau. Ja, jetzt sagt er, wie du jetzt schreibst, wie da jemand esoterik-Tante. Ey, wirklich. Okay, ist ja nicht schlimm. Dann danke, dass du da warst. Gott segne dich. Ja, danke dir ebenso. Ebenso. Der Kleine möchte noch was sagen. Ja, weil das war lächerlich. Willst du bei Shisha-Bar reden, oder was? Nee, aber also, okay, dann habe ich hier mir einen Spaß erlaubt, aber... Was meinst du eigentlich mit dem Kamel-Urin-Trinker? Ja, der Mohamed hat empfohlen, Kamel-Urin zu trinken, ne, Kamel-Piste. Das war nur für Kranke gemeint? Nee, die Leute hatten, da war ein unerträgliches Klima in Medina, und da hat der Mohamed ihnen empfohlen, gegen das unerträgliche Klima einfach ein bisschen Kamel-Piste zu trinken. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Doch, das stimmt. Du nennst dich ja hier Ex-Muslimer, und bist doch stolz darauf. Aber meine Frage, wie lange war es eigentlich Muslim? Jetzt mal weg von den Späßen, das sind echt Fragen, die mich hier interessieren würden. Seit, wie lange bist du Chris? Wie lange warst du Moslem? Seit 630 Jahren war ich Moslem, und dann bin ich irgendwann Chris geworden. Also ist das für dich schwer, mir hier eine ganz normale Frage zu beantworten? Ich bin als Muslim geboren worden, ja. Ich hatte irgendwann mal, hatte ich Lust auf meine Religion, und dann habe ich mich auseinandergesetzt, und dann habe ich herausgefunden, dass der Islam Quatsch ist. Willst du jetzt in meinen Bart beißen, oder nicht? Willst du jetzt beißen, ja oder nein? Ich stelle doch nur Fragen, falls das finde ich okay ist. Ich kann auch wieder rausgehen. Ja, meinst du das ernst mit deinen Fragen, oder stellst du dich einfach so aus Jux und Dollerei? Nein, 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 das sind wirklich ernste Fragen. Das verstehe ich, aber war nur ein dummer Witz, den ich mir erlaubt habe. Ja, okay. Okay, wie lange warst du Moslem? Bitte? Wie viele Jahre? Mein ganzes Leben lang war ich Moslem. Bis ich eines Tages so näher meiner Religion kommen wollte, so wie die ganzen anderen Muslime auch. Die kommen dann aus dieser Jahiliya-Zeit raus, und dann werden sie auf einmal gläubig. Und so war das auch bei mir der Fall. Sie haben einst in der islamischen Unwissenheit, also vor islamischer Unwissenheit gelebt, und auf einmal kamen sie da raus aus dieser Jahiliya-Zeit, so nennt man das, und dann wollten sie natürlich ein bisschen mehr von ihrer Religion erfahren. Die einen lassen sich verarschen von den Imamen und Jux, und ich war schlau genug und bin selber auf die Suche gegangen. Mehr ist das gar nicht. Was bringt dich auf den Gedanken, dass der Islam falsch sei, Amir? Allein die Tatsache, dass der Allah behauptet, dass die Frauen Spermien haben, dass sie in einem Rippenbereich sitzen, und er behauptet, dass die Embryologie so stattfindet, dass zuerst das Skelett kommt, dann auf einmal kommt das Fleisch da drum, und dann irgendwann mal entwickelt sich das ganze Kind. Das ist aber völliger Blödsinn. Wenn du dir die Stadien anguckst, dann liest man das so, als wäre das von Galen und Hippokrates geklaut worden, aus dem tausend Jahre zuvor, bevor Mohammed überhaupt existiert hat. Woher nimmst du eigentlich die Übersetzung dieser Hadithe? Woher nimmst du eigentlich diese Übersetzung in der Hadithe? Du scheinst ja kein Arabisch zu können. Also das denke ich mal. Sind auch übersetzt worden, die Hadithe? Hm, wahrscheinlich hast du dann diese Hadithe von Sunnah.com genommen. Kann das sein? Und Sunnah.com stuft Hadithe, die Hassan sind, als Darif ein, und Hadithe, die Ba'if sind, stufen die als Hassan ein. Ja, was ist denn? Was bedeutet denn Daif? Was ist das denn? Ba'if? Schmach oder erfunden? Ja, was ist denn Daif? Was bedeutet denn Daif? Schwach. Heißt das jetzt, dass es verfälscht ist oder dass es unauthentisch wäre? Oder was bedeutet Daif? Das heißt, dass in der Überlieferungslücke anscheinend irgendwas fehlt oder etwas tiefgelaufen ist und deswegen man mit dem Diensten nicht arbeiten sollte. Und das sagen auch die meisten Gelehrten. Aber werden die Hadithe als Urteil benutzt oder als für Rechtsprechungen? Ja, bestimmt. Die Hassan sind es? Daif? Warum, wenn das zum Beispiel nicht authentisch wäre oder unauthentisch wäre, warum nimmt man das nicht einfach raus? Weil man nicht sicher ist, weil in der Überlieferungslücke fehlt ja was. Aber man kann ja nicht mit denen arbeiten. Also man kann nicht beweisen, dass Mohammed das nicht gesagt hat, ne? Man kann es weder beweisen noch das Gegenteil beweisen. Ja, genau. Man kann auch nicht beweisen, dass er es gesagt hat. Deswegen arbeitet man nicht mit. Wie kommen die Muslime und sagen, Daif, das ist nicht authentisch? So behämmert sind die. Nicht authentisch, sagen sie. Ja, Daif bedeutet nicht authentisch, der hat keinen Rang. Daif bedeutet, der wurde akzeptiert, ja. Ja, und schwach. Warum nimmt man das nicht raus? Warum verbrennt man die nicht, wenn die doch unauthentisch sind? Die sind nicht unauthentisch, sondern die Überlieferungskette stimmt nicht. Oder da ist irgendwas schiefgelaufen. Haben wir doch verstanden, haben wir doch verstanden. Ja, das ist jetzt leider eine Frage. Um die Verwirrung dann wegzutun, könnte man die Hadith ja raustun aus den Büchern. Warum werden sie drin gelassen? Warum sollten die rausgenommen werden? Ey. Komm, bitte, nie wieder. Ich danke. Komm, bitte, nie wieder. Du. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Er hat das schon gecheckt. Er hat das schon gecheckt und macht genau weiter. Ja. Da habt ihr es gesehen, den Frieden des Islams. Sehr schön. So will ich das sehen. Jeder, der schreibt, nimmt an, wird als letztes angenommen. Habe ich euch nochmal gesagt. Ja. Ich kann dir erklären, was der vor mir versucht hat zu erklären. Und zwar, also, das ist nicht so authentisch. Was heißt nicht so authentisch? Beif an sich bedeutet schwach. Also zwei von fünf Leuten haben zugesagt. Also die Juch, die Gelehrte, waren sich nicht zu 100% sicher. Also zwei von denen haben ja gesagt, die drei, als Beispiel, haben nein gesagt. Deswegen ist das als daif eingestellt. Es könnte wahr sein, aber es könnte auch nicht wahr sein. Ja, haben wir doch alles verstanden. Wenn man das raustun würde, dann wäre doch nicht die Verwirrung da. Dann könnte man dann sagen, daif, den kann man ja weglassen. Aber die sind ja da in den ganzen Seiten, in den Büchern und die haben eine Klassifizierung bekommen. Das heißt, man muss das so sehen, wie eine Note in der Schule mäßig. Die hat eine Note bekommen, diese Hadith. Ja, ja, könnte man rauslassen. Aber wenn man diese Themen sehr wichtig findet, aber nicht so sicher ist, dann lässt man die drinnen. Ich meine zum Beispiel Mobbing. Was, wenn ich dir sage, mein Kleiner, dass dein Koran sogar daif ist? Ja, was du sagen? Warte, ich habe was zu sagen. Und zwar, wenn du mein Koran so daif findest, dann geh man mit Anna zum Real Life. Er sagte selber, kommst du dir? Er ist doch mit dem Live gegangen. Hast du das verpasst? Ich muss das mit dem Live machen. Nachher heißt es, wir diskutieren mit Kindern. Das lag daran, weil du sehr spät mit dem Live gegangen bist. Das hat er gar nicht mitbekommen, der Junge. Wahnsinn. Ja, heftig, ne? Das ist das Traurige. Das ist das Traurige. Ja, anders hat du richtig gezittert. Ja, vier Euro pro Frage. Ich habe ihm gesagt, Anna, was ist das überhaupt für ein Argument, dass du sagst, dass wir uns treffen sollen? Du kannst doch ein Livestream starten, ich komme doch zu dir ins Live. Das ist doch kein Problem, du kannst doch reden. Du hast doch gesagt, ich habe gutes Internet, wo ist das Problem? Da kann man reden. Hallo? Ja, hallo. Wer kommt in den Himmel? Wer kommt in den Himmel? Wenn ihr Muslime werdet, dann kommt ihr in den Himmel. Aber dein Gott sagt in Surah 19, Vers 72, äh, Surah 19, Vers 72, äh, Surah 19, Vers 72 fahren. Ja, okay, dann kommst du leider nicht in den Himmel, ne? Ihr werdet zur Hölle fahren, Surah 19, Vers 70 bis 72. Also denkst du, also Leute, die nicht Muslime sind, kommen in den Himmel? Muslime, von 100 Muslimen gehen erst mal 99 in die Hölle. Ja, ich weiß, okay, okay. Aber glaubst du, du kommst dann in den Himmel, laut Koran? Absolut, ja. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der hat mich verletzt, auch wenn er stirbt. Laut Koran. Laut Koran gehst du erstmal in die Hölle. Ja, und du? Zum anderen Mal. Ich geh laut meiner Schrift in den Himmel. Laut meiner Schrift? Laut deiner Schrift auch. Sicher? Ja, Surah 262. Wo steht er? Dass die Juden und Christen nicht zu den Verlierern gehören und die Gewinner sind und auch in den Himmel kommen. Ja, genau. Okay, ich bin glücklich. Ich bin glücklich noch dabei. Ikul, salam, ne? Assalamu alaikum. Auf einmal, salamu alaikum. Ikul, salam. Ich geh kaputt, das kannst du nicht sehen, kannst du keine erzählen. Du bist aber noch drin, wenn die keine Ahnung haben und so schwierig sind, sollen die es für die Christen und Juden gehen und nie befragen. Ja, genau. Ex-Moslem, du kennst mich von gestern, aber? Du hast doch gerade gesagt, dass die Juden und die Christen in die Paradies gehen, laut meiner Schrift, richtig? Ja. Guck mal. Erstmal, dieses Vers, was du gerade erwähnt hast, es ist zu denjenigen, die gesagt haben, dass Jesus ein Prophet ist. Schau doch Tafsir an. Schau doch Tafsir an, Junge. Nein, das sind die, die gesagt haben, Jesus ist der Messias. Ja, warte mal, das ist nicht ein Widerspruch, wenn auch die Juden und Christen in den Himmelreich kommen und dann sagt er in Sura 3, Vers 85, nee, das stimmt doch nicht. Alle, die an etwas anderes als den Islam glauben, werden zur Hölle fahren. Ja, super. Aber ich kenne es auswendig. Guck mal, ich kenne es auswendig und ich weiß, was du meinst. Ich habe auch noch die Tafsir gelesen. Das, was du sagst, in Sura 2, Vers 62, glaube ich, ja, das, was du sagst, das ist zu denjenigen, die an Jesus, die gesagt haben, dass Jesus ein Prophet war und die nicht gesagt haben, dass Jesus Sohn Gottes ist. Und dieses, guck mal, dritte Sura, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Guck mal, und das in dritte Sura, das, was du erwähnt hast, ist es richtig, dass nur die Muslime, die an Gott geglaubt haben und an die Propheten geglaubt haben, die werden in den Paradies reinkommen. Und, guck mal, was bedeutet denn Islam? Was bedeutet der Muslime? Eine Frage, meine ich sagen, bitte zum Bewerbungen. Guck mal, bedeutet sich für Gott niederwerfen. Was bedeutet das? Nein, das kommt von Islam. Ich kenne doch, ja, ich habe doch gesagt, ich habe doch gesagt, sich Gott niederwerfen. Nein, das kommt von Unterwerfung. Du hast dich dem Islam zu unterwerfen. Nicht im Sinne von, äh, hier, was du gerade gesagt hast, sondern im Sinne von erobert. Dass du ein Unterwanderer bist. Nein, das bedeutet Aslam. Weißt du, was Aslam bedeutet? Ja, hat einen negativen Begriff und bedeutet eigentlich Zwang. Mehr ist das gar nicht. Nein, das ist keine Zwang. Nein, das wird kein Zwang. Aslam bedeutet... Als der Mohammed Drohbriefe den byzantinischen König geschickt hat, was hat er gesagt? Aslam? Aslam, daslam. Aha, was ist also, woraus leitet sich Islam an? Aus Bedrohung. Nein, bedeutet es nicht. Aslam bedeutet, werfe dich Gott nieder. Das heißt, werfe dich Gott nieder. Ich unterwerfe dich, es sei denn, sonst komme ich und nehme dir alles weg. Ja, ich unterwerfe mich auf die Glocke. Ja, ich unterwerfe mich auf die Glocke. Mohammed hat gesagt, hey, Mohammed hat gesagt, weißt du, bist safe. Und wenn du anu qatil annais, hat der ja Shadu an la ilaha illallah, richtig? Ja, ich kenne dieses, aber ich habe doch, wir reden gerade jetzt über den... Erzähl mir nichts von Islam, okay? Warum schreist du? Warum schreist du? Weil du ein kleines Kind bist und mich hier verarschen willst. Was warst du denn, Junge? Was warst du denn, Kind? Ich habe dir doch gerade Beweis gezeigt. Mit 15 Jahren, also 16 Jahre, erzähl mir hier nicht. Bei Allah, ich schwöre bei Allah, ich bin 19 Jahre alt. Ja, ist doch genau wie 15 oder 16, hörst du das? Du bist doch ein kleines Kind. Ich schwöre bei Gott, ich bin 19 Jahre alt, aber du hast Angst vor mir. Und ich hoffe, du bist so ein kleines Kind. Du hast Angst vor mir. Gestern hast du mich auch rausgezogen, weil du Angst hast. Was habe ich denn Angst? Von Kamelurin oder was? Nein, du hast doch Angst zu debattieren, Junge. Du kannst doch nicht mal Argumente geben. Also ich soll vor jemandem Angst haben, der glaubt, dass Gott die ANOS von Menschen ausweist. Das gesamte Eis in der Erde hat einen Schäfer. Du wirst Argumente hier in den Raum rein. Wir reden jetzt über den Vers, was du gerade für... Was das eine Lüge erzählt hast. Du bist doch abgeschweifst. Du bist abgeschweifst, mein Kleiner. Wir reden gerade über den Vers. Warum haust du ab? Bleib doch bei dem Thema. Ich rede nicht wie Hansi und diese ganzen Dorf-Doppel-Dach. Juge, warum haust du ab? Warum haust du ab? Warum haust du ab? Ist das das Einzige, was ihr könnt? Warum haust du ab? Sind wir im Kindergarten oder was? Hör mal zu. Hör mal zu. Ich hab doch zu dir gesagt, das bedeutet was anderes und du hast diesen Vers falsch interpretiert. Du kannst doch nicht mal den Vers, du kannst doch nicht die Hadith. Okay, was ist, wenn jemand sagt, Jesus ist der Sohn Gottes? Kommt er dann in den Himmel oder nicht? Wer sagt, dass Jesus so ein Gottes ist, der kommt nicht in den Himmel. So, und da wird aber nicht in dem Vers genannt, was du da sagst, sondern da wird einfach gesagt, Juden, Christen, Saber, alle, die an den jüngsten Tag glauben, das ist also eine eigene Interpretation deiner Seite. Nein, nein, schau doch die Tastier von Eben Kassir an. Eben Kassir sagt, dass Allah auf den Propheten schwört. Guck mal, der Prophet sagte, es gibt keinen Jude und kein Christ, der nicht an mir glaubt, der wird nicht in den Himmel kommen. Er hat gesagt, er wird ins Höllenfeuer gehen, außer er gehört zu den Höhlenfeuern. Ja, okay, da haben wir doch verstanden, haben wir doch verstanden, aber du siehst, das ist das Fernste, das sich gibt. Und wann sind die Tastier entstanden? Meine Freund, guck mal, warum schreist du? Warum hast du so Angst? Bleib doch ruhig mal. Ich habe keine Angst zu dir und wir sind ja vor den Sonsten wie jemand anderes. Wenn du das einmal sagst, hast du Angst, geh dir runter, okay? Hör mal zu, hör mal zu. Bleib normal, bleib normal, bleib sachlich, dann kann man mit dir reden, aber nicht auf diese Kamelurinbasis, okay? Hör mal zu, hör mal zu. Ich habe zu dir gesagt, ich habe zu dir gesagt, warum hast du... Hör mal zu, hör mal zu, gehst du hier runter, hast du kapiert? Du hast dich. Dein Eben Kaffee. Wann kam er, dass er sowas zu dir sagt? Du siehst so, dass der Vers, wenn du den einfach liest, einfach dort steht Christen, Juden, Sabea, da geht der gar nicht auf die Tiefe ein, der Aller. Nein, nein, du hast doch nicht... Oder wird das durch den Kaffee einfach so ausgelegt, oder was? Die, die Jesus gefolgt haben, die gesagt haben, dass Jesus ein Prophet war, die sowas gesagt haben, guck mal, bleib doch jetzt bei diesem Thema, warum hast du gelogen? Sag, dass du gelogen hast, und dann ist es fertig. Akzeptierst du Eben Kaffee überall, frage ich dich? Guck mal, Eben Kaffee ist ein Mensch, guck mal, Eben Kaffee ist ein Mensch, und das, was er interpretiert hat, ich nehme nur von dem an, was er gesagt hat. Als Beispiel, er gibt auch noch Beweise, aber Eben Kaffee ist ein Mensch. Habt ihr das gehört? Er nimmt nur an, was zu ihm sein, seinem Blödsinn passt. Habt ihr gesehen, was für ein kleiner Dummenschwester das ist? Nein, nein, nein. Eine Großbrille hat den Eben Kaffee, will er sagen, ich akzeptiere nur das, was zu meiner Logik und so passt. Habt ihr gesehen, was für ein Kur'an passt? Was dem, weißt du was ich meine? Habt ihr das gesehen, was für ein kleiner Junge das ist? Ich bin noch... Irgendwann was redest du, Junge? Ganz klein. Also, du akzeptierst Eben Kaffee, wann du willst, ne? Was? Nein, ich habe gesagt, was das mit dem Koran übereinstimmt. Beispiel, auch was das mit dem Hadith übereinstimmt. Okay, der Eben Kaffee sagt zum Beispiel in Surah 69, Vers 32, dass Allah das gesamte Eis der Erde nimmt, dass Allah das gesamte Eis der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in den ANOS den Menschen schiebt. Ist das wahr? Eben Kaffee, ich habe Angst. Warum hast du Angst? Ist das wahr, was Eben Kaffee sagt? Akzeptierst du das? Bleib doch bei dem Thema. Warum haust du ab? Bleib doch bei dem Thema. Unser Thema war das... Wir sind beim Thema, ob du Eben Kaffee überall akzeptierst. Nein, unser Thema war das, ob die Juden und die Christen und die Sabina, das was du gesagt hast, ob die in Paradies kommen, ja oder nicht? Ja, natürlich, weil Allah sagt Juden, Christen und Sabina, komm ins Paradies. So, jetzt hast du gesagt, du hast den Fazit interpretiert, dann sage ich zu dir, ich habe gar nichts interpretiert, sondern habe nur genesen. Hör auf mich wahnsinnig zu machen, du kleiner Junge. Schau doch, schau doch. Dann gib doch die Worte richtig wieder, okay? Guck mal, du schreist so laut, weil du so Angst hast. Ja, weil du bist wahnsinnig was mit deinem Kamelurinverstand von einem 15-Jährigen. Ich frage dich. Bleib doch bei dem Thema. 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 Nein. Ich brauche dafür gar keine Interpretation, das steht einfach ganz normal. Warum weißt du von dem Thema? Warum weißt du von dem Thema? Warum weißt du von dem Thema? Verschwinde, komm, nie wieder jenen. Hast du kapiert? Warum weißt du von dem Thema, du kleiner Junge? Unglaublich. Ich sage zu dem, ey Junge, bist du wahnsinnig? Ich lese, da sind Christen, Juden und Sabea. Und dann sagst du mir, liest den Tafsin. Dann habe ich gesagt, okay, akzeptierst du Tafsin Ibn Kathir? Dann sagt er zu mir, nein, nur dann, weil das auch richtig passt mit dem Koran. Ja, weil entscheidest du das oder was? Nur wenn der Ibn Taymiah es sagt. Unfassbarer Typ. Was für ein Kamelurin verstanden, Mann. Das ist dann, weil er noch im Dunkel ist. 15 Jahre, 16, 17 Jahre oder was? Amir, du musst sagen, dass du gelogen hast, dann ist alles gut. Ja, also man akzeptiert dann nur Ibn Kathir, wann es zu seiner Lehre dann passt. Merkst du, wie unehrlich? Ja, Ibn Kathir sagt zum Beispiel, dass das gesamte Eisen der Erde genommen wird von Allah, daraus ein Ring geformt wird und in den ANOS der Menschen geschoben wird. Glauben wir an sowas? Was ist das für ein Blödsinn, Mann? Ein Google noch 15 ist das? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Amir, du bist ein bisschen zu Dings. Wie heißt das? Angespannt. Amir, was liegt auf dein Herz? Ähm, ich würde Amir was fragen eigentlich. Der ist gleich wieder da. Was liegt auf dein Herz? Ich würde fragen, wie es mit ihm in der ABK aussieht. Die alten Zeiten waren so lustig. Warum guckst du nach fleischlichen Sachen? Guck doch lieber nach das, was oben ist. Nach die geistlichen Dinge. Ich tue beides. Ich tue beides. Ja, beides. Zwei Hochzeiten kannst du auch nicht tanzen, oder? Wie bitte? Kannst du auch wie zwei Hochzeiten tanzen, oder? Auf Hochzeiten tanzen? Zwei Hochzeiten. Wie meinst du? Du kannst dich auf Hochzeiten, keine Ahnung, deines Bruders und die Hochzeit deines Schwesters am selben Tag dort tanzen. Was passiert? Der wird dir ein paar Fragen stellen. Ja. Was hältst du eigentlich für der Wein von der ABK? Guck mal, was ich davon halte. Einen Moment. Das halte ich davon. Nächster bitte. Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Das halte ich. Ja, der Abu Sofyan hat den Mohammed vergeben. Ihr wisst schon. Heftig. Amir? Ja. Ähm. Du sagst ja, also ich hab grad nicht verstanden, was das Problem mit Ibn Taymiya war. Also, um was ging's da gerade? Meinst du den Vers in der Lawine? Du hast schlechten Empfang. Hast du als Beleg dafür nutzt, dass du siehst? Wie bitte? Du hast schlechten Empfang gehabt. Nicht verstanden. Also, hörst du mich jetzt? Ja. Moment mal. Ist es möglich, dass du mich in ungefähr 10 Minuten noch mal reinnimmst? Naja, dann kommen wir 10 Minuten. Okay. Ich glaub, ich sehe jetzt Mars. Eberhard. Und was geht's? Ja. Eberhard. Eberhard. Und was geht's? Raus mit dir. Was will der Kleine schon wieder? Ey. Moin. Warte, warte. Ich bin friedlich, ja? Ich bin nur kurz mit Asherin. Du redest wahrscheinlich über die Zuche, wo Allah sagt, Ja. Ja. Ja, was gehört alles? Was gehört alles? Lass mich kurz übersetzen, bitte. Danke. Das sind nicht die Ungläubigen. Die, die Eltern vom Buch. Was ist mit Eltern vom Buch? Nein. Nicht wie du erklärst, ja, Eltern. Sondern die Juden und die Christen, die gesagt haben, dass Jesus Gott ist. Ja, wir sagen doch nicht. Und die kommen auch in der Hölle. Nicht die Freunde von Jesus. Oder die Leute, die gesagt haben, dass Jesus Gott ist. Ja, aber alle haben geglaubt, dass Jesus Gott ist. Wie bitte? Alle haben geglaubt, dass Jesus Gott ist. Warum sollte sich denn Allah nur auf eine kleine Gruppierung beziehen, wenn das gesamte Christentum an die Gottheit des Herrn Jesus Christus glaubt? Ist das nicht ein bisschen blöd? Ja. Heutzutage. Ja, wie heutzutage? Oh, Mohammed Existenz haben die Leute an die Dreieinigkeit geglaubt und an die Gottheit Jesu Christi. Ignatius. 35 nach Christus. Okay, ich habe eine Frage. Aber ist es nicht komisch, dass die Freunde von Jesus nicht in der Stadt waren, wo er gekreuzigt wurde? Johannes war doch bei der Kreuzigung dabei. Ein Augenzeuge. Ja, aber nur Johannes, oder? Reicht das nicht aus, wenn du ein Augenzeug hast, willst du zu Mohammeds vertreten, 600 Jahre später Karo dir irgendwas über Jesus erzählt? Hey, bitte bleib höflich. Ich sage ja auch nicht Alkoholkopf, wie du hier mit Uri gesagt hast. Bitte bleib höflich, ich bleib auch höflich. Warum vertraust du Mohammed, der 600 Jahre später kam und die etwas über Jesus erzählen will? Was für Kamelurin oder Kohlkopf? Hast du da ganz zur Zeit gesagt? Also du hast Kamelurin gesagt, ne? Das war ja nicht so, dass ich mich nicht mehr vergewaltigt wurde. Ich bin wirklich das Zitat. Egal, ich will jetzt nicht Thema wichsen. Ja, aber du denkst, dass ich lügen würde oder Spaß waren? Nein, ich meine, das ist ernst, da steht wirklich dort. Aber keine Ahnung, ich will ja nicht Thema wichsen. Es kann jetzt stehen. Wie du willst, aber wir wollen gerade über die Kaffee rum reden. Also die Freude von Jesus war nicht in der Stadt. Und sie glauben auch daran, dass auch Jesus die befohlen hat rauszugehen. Der Prophet. Weil er wusste, dass sie ihn holen werden. Und danach hat Allah ihn hochgezogen. Und nachher... Wo ist denn Jesus? Ja, bei Gott. Bei Allah? Bei Allah. Wo genau? Wo ist denn Allah? Was? Wo ist Allah? Ein Allah? Ja, im Himmel. Aber ich weiß nicht, wo Allah ihn getan hat. Vielleicht in Bersach. Keine Ahnung. Aber der sagt doch, ich werde ihn zu mir emporheben. Was bedeutet zu mir emporheben, mein Kleiner? Dass er ihn hochzieht. Zu wem? Also zu sich, richtig? Ja. So. Wo ist denn Allah? Wo ist Jesus und wo ist Allah? Allah ist im Himmel und Jesus auch. Aber wir wissen nicht genau wo. Wie bitte? Also ist er umfasst durch Materie, der Allah. Wie Materie? Ja, das ganze Universum ist ja definiert durch Raum, Zeit und Materie. Also wenn Jesus bei ihm ist, dann muss er durch eine Materie gebunden sein an die Materie, der Allah. Nein, nein, nein. Also wir wissen nicht genau, wo Jesus ist. Wir wissen nur, dass Allah ihn hochgezogen hat. Er ist nicht mehr auf der Erde. Ob er jetzt im Totenreich ist. Ob er jetzt im Totenreich ist. Oder ob er... Das wissen wir ja nicht. Wir wissen nur, dass Allah ihn hoch zu sich genommen hat. Wir wissen... Aber er sagt schon, Soge 3,55. Ich werde dich zu mir emporheben. Was bedeutet zu mir emporheben? Zu mir. Wenn ich sage, ich lade dich zu mir ein. Und ich bin ein König. Zu meinem Land. Ja. Mein Land ist aber groß. Ich finde da wieder Blödsinn rein zu meinem Land. Entweder ich lade dich zu mir ein. Zu mir nach Hause. Oder du sagst, ich lade dich ein, mein Land zu sehen. Oder auch mein Land zu betreten. Da musst du deutlicher sein. Allah ist ja deutlich in seiner Aussage. Also ist Allah der schlechteste Kommunikator, den es überhaupt gibt. Also wenn er sagt zu mir, dann meint er nicht zu mir, sondern irgendwo an einem Ort. Aber Jesus doch auch. Wie meinst du? Jesus doch. Also. Er steht nirgendswo drinnen im Ersten Testament. Ich, der Heilige Geist und dem Vater sind eins und die Trinität damit bestätigt. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Adonai Echad. Echad heißt Einzugsmeere in der hebräischen Sprachwissenschaft. Sonst wird er ja hier stehen, aber er steht der Echad. Aber kann ich Gott einfach sagen, also Moses hat ja nur an einem Gott geglaubt. Das glaubt ihr ja auch. Ja, an einem Gott glauben wir auch, der sich aber in 3 offenbart. Mose Kapitel 6, Vers 7. Moses, der selber dies geschrieben hat. Habe ich doch gesagt. Aber warum, warum hat Moses nie oder in dem Alten Testament, wie du es schön haben möchtest? Das hast du ja gerade bewiesen. Du hörst glaube ich nicht zu, oder? Moses hat gerade gezeigt, damit das Gott in 3 ist. Komm, fangen wir mit 1. Mose an. 1. Mose Kapitel 1, direkt der erste Kapitel. Vers 2 und Vers 3. Da steht nur drin, dass der Geist Gottes schwebt über das Wasser. Das dann wiederum drin steht. Da sprach es Jesus Christus, das Wort. Hebräisch heißt es Memra, auf griechisch Logos. Und dann steht der Gott, also Vater. Vater, Sohn, Heilige Geist repräsentiert. Der Herr sagt selber, lass uns Menschen machen. Ja, wen hat er denn gemeint? Die Engel kann es sicher nicht. Nö, aber ich kann es erklären, wie er gemeint hat. Ich kann nicht sagen, wenn er sagt, lass uns Menschen machen. Allah sagt auch im Koran, lass uns. Damit meint er nicht Jesus und Heilige Geist. Wenn ich hier zu einem König gehe, warte kurz, lass mich bitte ausreden. Wenn ich zu einem König gehe, dann sage ich nicht zu ihnen, du, du bist mein Freund. Dann sage ich, eure Hoheit, Mehrzahl, aus Respekt. Und woher ist ein Gott? Was zur Hoheit, Mehrzahl, was da sitzt du da? Wer will damit sagen, dass Allah den Bayezat des Plurales gezeigt hat. Dass er in Wir-Form spricht. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Der spricht ja in Wir-Form, der spricht in Er-Form, der spricht in Ich-Form. Der betet sogar, der schwört sogar auf den Herrn des Ostens der Allah. In Suche 70, Vers 40. Nein, guck mal, das wollte ich gerade sagen, Euro hoch hätte es ein Zahl. Nicht Mehrzahl. Was? Was? Hä? Mein bester Name mal genauer zu. Ich gebe dir jetzt noch ein Vers. Ich gebe dir noch ein Vers von den Juden, ja. Psalm 110, Vers 1. Der Herr ein Zeichen David. Es ist vom Prophet, hallo, vom Prophet David. Also, Prophet Davut, damit du auch verstehst. Er spricht und sagt, der Herr sprach zu meinen Herrn. Ja, was heißt das? Ja, also mein Gott sprichst du mein Gott. Ja. Na, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Schau zu. Psalm 45, Vers 7, wo drin steht, dass der Vater sprich, also Yahweh, und er sagt, Oh Gott, setze dich zu meiner Rechten. Zepter deines Reiches. Heftig, ne? Dass der Vater den Sohn Gott nennt und der Sohn den Vater Gott nennt? Genau. Genau. In den Alten Testament, Simon. Weil es im Koran sogar drin steht, dass die Zahlen akzeptiert sind. Dazu kannst du die sagen, die sind verfälschbar. Allah, die akzeptiert. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, also, dann hast du uns selber gesehen. Okay, kannst du kurz bitte auch mir ausreden lassen? Armin wollte auch mal sagen. Ich will gleich sprechen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, bitte reden nicht so gesehen mit mir, sondern ich will mit Armin jetzt reden. Nein. Nein, ich habe gesagt, kannst du bitte auch Armin ausreden lassen? Was macht ihr denn? Der hat sich durchgedehnt. Der hat sich durchgedehnt. Der hat sich durchgedehnt. Er hat gemerkt so, ich will nicht mehr mit dem reden. Der hat zu viel Beweise gezeigt. Jetzt kommt Armin, zeigt auch nochmal 10 Beweise. Er sagt Armin. Deminian. 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 Deminian ein kleiner. Ist der Koran vollständig, was meinst du? Ja, klar. Ehrlich? Ja. Ehrlich. Ich kann euch über die Form von Aisha zeigen, wie sie sagt. Der Koran ist nicht vollständig. Ja, zeig mal. Zeig mal. Ja, gerne doch. Gerne. Mit dem größten Vergnügen. Ja, gerne, ne? Zeigen ist immer gut. Ja. Schön gerne, wie ihr die Geld reden. Aber ich traue mich nicht. Deine Bizeps sind mir zu groß. Ja, da musst du dir ein Weichbild von mir nehmen. Nicht in eine Shisha-Bas abhängen, sondern Bizeps vergrößern. Ah ja, wolltest du nicht free YouTube machen wegen Shisha-Bas? Laut EBK? Ja, ja, damit du mein kleiner Ehrengast bist. Damit du, wenn die Leute reinkommen, kamelurin servierst. Danke, du bist mein Vorbild. Immer Alkohol trinken, ne? Ne, ne. Das macht schon der Mohammed. Und Suche 16, Vers 7. Genau. Genau. Hier ist Alkohol sehr bekannt hier in Europa. Suche 16, Vers 7, ne? Sehr bekannt in der arabischen Welt. Alkohol. Dein Chef Al-Hakim Al-Azim, der trinkt jedes Mal in Saudi Arabien Bier. Ja. Und deine Kirchen hier, kannst du selber recherchieren. Wir sind wiedergeborene Kirchen. Das ist schon der Fallschutz. Das ist, wie ich sage, dein Achmediyas. Ja, okay. Hier sind zu viele Pädophilität hier in Deutschland, ne? Ey, willst du mich jetzt helpen? Du sagst, okay, und dann machst du weiter? Äh, Emilian. Damit ich ausreden lasse. Emilian, Emilian, Emilian. Geh mal bitte, schlag mal bitte auf. Ich will dir das nicht vorlesen. Du sollst das selber lesen. Ich schlag mal bitte auf Sahih Muslim 1452a. Warte. Sahih Muslim. Ist er raus? Ja. Ja, sie ist hier raus, Herr Klein. Da habt ihr es gesehen. Jetzt will er doch nicht mehr mit der Armee reden. Das war jetzt auch so. Ja, wie der Herr Jesus Christus seine blinden Augen öffnet von dem Kleinen, der sich vergibt hat, das sind von den ganzen muslimischen Dauerkarotten. Achso, der ist wieder da, okay. Emilian. Äh, leider kann ich nicht selber gucken, äh, ungelogen, versprochen. Äh, ich hab versucht, äh, aber ich glaubte jetzt einfach. Ich hab versucht jetzt zu googlen, aber dann wurde ich rausgekippt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich Angst habe oder raus will. Nee, ist ja kein Problem. Äh, wenn du das dir aufschreibst, dann siehst du, guck mal, ich zitiere dir das. Ähm, Aisha berichtete, dass im heiligen Koran offenbart worden sei, dass zehn klare Stillgänge die Ehe illegal machen. Dann wurde sie durch fünf Stillgänge aufgehoben und ersetzt. Mohammed starb und es war vor dieser Zeit im heiligen Koran und wurde von den Muslimen rezitiert. Wo ist denn das Stillen eines Erwachsenen hin, Emilian? Schau mal, ich bin kein Gelehrter. Warte, lass mich bitte ausreden. Ich kann es dir nicht erklären. Ich werde selber suchen später, weil das, was du sagst, ist nicht zu 100% richtig, weil ich hab noch geguckt. Du meintest, dass Mohammed irgendwie Kleid trägt und es gibt einer, ich hab vergessen, wie der heißt, der hat dich als Scharlatan bezeichnet, hat das Ganze nochmal erklärt, dass mit Kleid ist. Die Kaaba hat ja auch ein Kleid. Ein Kleid ist etwas, womit man sich verdeckt. Und Mohammed meinte, das Kleid ist, das Kleid ist mit gemeint, das Haus, sie verdeckt ihn, er verdeckt sie. Kleid ist nicht kleid, wie ihr denkt. Da wird das Wort MIRT benutzt. MIRT bedeutet eindeutig das Kleid einer Frau, MIRT. Aber mit der Kleid, die Leute wie dich zu verarschen, das ist das Problem. Darf ich weiter reden kurz? Genau. Ich hab auch richtig gesagt. Damit ihr mich ausreden lässt. Das ist dieser eine, den du früher beleidigt hast. Weißt du noch, wo du meintest, guck mal wie der aussieht, der sieht aus wie ein Toter. Würdest du deine Zunge in den Mund von ein kleines Kind reinstecken, mein Lieber? Wie bitte? Würdest du deine Zunge in den Mund von einem kleinen Kind reinstecken? Ich nicht. Aber wenn du mir eine falsche Erklärung gibst und ich dann nochmal gucke und der gleiche Typ bezeichnet dich doch mal als Scharlatane. Es gibt viele Muslime, die Scharlatane sind. Soll ich die jetzt alle als Scharlatane betiteln oder was? Sind sie dann auch Scharlatane? Nein. Aber mein Kleiner, würdest du dir die Seite vom Mann küssen lassen, den Bauch von einem Mann küssen lassen? Wie ein Mann, wenn es mein Vater ist, wieso nicht? Ich komme ja auch aus ihm. Das ist einfach bei mir. Also würdest du dir von deinem Vater so den Bauch so küssen lassen und sagen, er ist okay so? Aber als Baby hat er doch auch meinen Bauch geküsst, als Kind doch auch. Als Baby, ich rede nicht als Baby. Ich bin aber kein 80. Ich rede, wenn zwei erwachsene Männer sich gegenseitig dem Bauch küssen, ist das okay? Nein. Ja, wachsene jetzt nicht? Warte? 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 Warte, warte? 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 Warum macht das dein Profil! Warum lässt du sich den Bauch von einem Mann küssen? Kein Ahnung. Also, es gibt für alles Tafseria. und ich verspreche dir schwer zwar mit einem anderen er kommt kommt wenn ich genug information habe vielleicht sogar mit einer ist vielleicht alleine ich werde zurückkommen und höflich wie immer und dann werde ich mir alles erklären jetzt kannst du kannst du was erklären die länder kannst ja zur aufgabe machen ok erklär mir mal warum frauen geschlagen werden dürfen lottik alle dass sie gespricht davon dass es ja nicht mal das habt ihr von sohn und da wird gesagt dass die frauen geschlagen darf anscheinend und ich habe mich daran darf ich doch bitte ausreden ja bitte vielen dank also die erklärung dafür ist das ist mit schlagen gemeint wenn also da sind also da sagt allah zuerst du darfst nicht mit dir schlafen man sie steht dann kommt ja mal zieht und schlafen dann genau was ist mit schlagen gemeint was ist mit schlagen gemeint erklärt was damit gemeint emilia danke danke dass du nicht als schiff bezeichnet dass man einen ex muslim als schiff zu werden nicht sagen das gemeint so vielleicht kästen das wort bestimmt oder wo steht der mensch war kannst du es beweisen kann ich auch ganz so stark versuche es gar nicht mit sie war kann zu kommen weil ich zeige dir jetzt gerade wie abu bakr mit seiner faust geboxt hat aber bache zeigt mir ein video das ist ein hadith von buchhari ein hadith nur daher da muss das muss auch erklären warum ich ja mit der faust so hart geschlagen wurde dass die regierung schloss auf dem boden lag mein chef würde aber aber du möchtest nicht alles gerne ja klar sagt jetzt er soll jetzt kommen warum sollte jetzt kommen ihr wollt ja nicht mal warum der siktor und sagte wieso mit ihr reden ein bisschen was anders gesagt haben ja okay aber das ist dann kennt das hat glaube ich merken dass das erst ein bisschen besser ist dann ist erst mal gottes segen und erkenntnis 34 wir kennen uns ja bereits schon danke bis jetzt gut dankeschön aber wir gucken mal eine frage am rande aber du hast jetzt du hast jetzt mit einem schlügen 12 13 jährigen gesprochen warum redest du nicht mit leuten die sage ich mal auf deinem niveau vom wissen sind warum das ist so 13 jährigen noch mal war es einer doch hier dann der kleine suche 434 bitteschön ist jetzt weiß ich wer du bist kommt mal einer redet einer redet nichts okay ich will nur verstehen ich will ich will nur verstehen erst mal warum warum du mit einem kleinen jungen debattiert von dem losstellt überhaupt gar nicht loszustellen ich fand das sehr sehr süß wieder versucht hat denn ich darf irgendwie noch zu drehen und zu verteidigen aber ich ist ja gar nicht zu verteidigen nix ja gut das ist ja deine ich meine du kommst du kommst mit argumenten von wegen der mit dem schlagen mit dem also argumente die 100.000 mal widerlegt wurden warum warum denn gar nicht dass die nicht widerlegt worden weil ihr blüht ja mit dem simon das ist ja völliger blödsinn ja sagt wer zum beispiel ist aber ein idiot der den islam nicht praktizieren konnte deine aussage pass mal auf wenn wir miteinander reden dann wird dann bitte ich dich wenigstens dass wenn du weißt dass ich jemanden sehr mag dass diese person auch nicht negativ erwähnt du magst jemanden die ein kleines kind bewusstlos ich liebe ich liebe ich und zu deiner frage mit dem bauch mit dem bauchküssen nein 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 ist ankenntnis nicht ablenken nein 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 nicht ablenken antworte aufsdure 34 wenn du schon wenn der kanal schon gehört dann lass uns miteinander erst mal zu zweit reden nicht zehn auf einmal das mit dem bauchküssen ist bekannt und wenn der propheten haben wir von jemandem den bauch geküsst hat dann oder andersrum das so war dann frage ich dich warum war das denn so ich frage mich warum war das so weiter profit man jemanden mit seinem stock zurückgestoßen hat er dadurch hat jemand sozusagen war jemand sozusagen leicht drängt dann sagte der prophet hier bitteschön hier bitteschön du kriegst dein recht zurück daraufhin hat diese person den propheten mohammed auf dem bauch geküsst und in seine liebe auszustrahlen du hast jetzt das verwerflich dann auf den bauch um ihn die liebe dann auszudrücken machst du das auch wenn der prophet machen würdest du das nicht bei jesus machen willst du nicht verarschen oder war es ich küsst euch gegenseitig dem bauch ist ja der fieber langsam 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 warum warum streichst du denn rum kannst du dich normal nehmen ich glaube ich bin der kugel jetzt in die gänzchen dann kommt jetzt in der mieterin raus haben wir deine älter nicht beigemacht normal zu stehen haben wir deine älter nicht beigemacht normal zu stehen haben wir deine älter nicht beigemacht denkst du ich mach aus liebe küsse ich den bauch von einem kollegen von mir moment würdest du jesus also würdest du jesus wegstäuschen was ja wenn jesus dir seinen bauch hinhalten würde wenn jesus dir seinen bauch hinhalten würde würdest du ihn wegstoßen erst macht er so ein kranker blöde das erste das zweite immer noch würdest du jesus wegstoßen eine kurze und knappe frage würdest du jesus wegstoßen mein lieber mein herr jesus christus würde niemals zu mir sagen komm und küsse meinen bauch also der prophet sallallahu alaihi wassallam hat seinen bauch in den flüßen hat ihm gesagt küsse zweitens das was du sagst klingt so utopisch dass du sagst aus liebe heraus dass sich zwei männer so den bauch kissen stell mal vor du bist unter der scharia auf einmal sieht ein ein soldat des islamischen staates wie du den bauch von einem anderen mann küsst was passiert da ziehe ich mich ganz klar okay lass mal islamische staat beiseite unter der scharia diese spielchen dass du mich in diese schublade schippst die schiebe ich direkt zurück erstens okay lass mal islamischen staat beiseite sind es kurz das sind alles khariji und hassen okay kein problem unter der scharia werden die dich erwischen und erzeugen dass du von ihm einen mann einen mann küsst von einem anderen mann den bauch was passiert okay ganz einfach dann beantworte ich dir ganz einfach der prophet muhammad sallallahu alaihi wassallam sagte nicht zu dieser person küss meinen bauch sondern er entblößte seinen bauch auf den du kannst hier mich zurückstoßen kein problem daraufhin hat dieser sahabi selber selbstständig ihn geküsst jetzt frage ich dich aber gegen rum was ist wenn jesus seinen bauch entblößen würde und dasselbe mit dir machen würde mein lieber islam kenntnis das ist doch utopisch was du sagst man muhammad lässt dich einfach den bauch und er küsst den bauch von einem mann wo ist denn aber beantworte mir doch meine frage würdest du das selber bei jesus küsst ja dann okay wer wärst du abgeneigt davon auch nur eine sekunde die nähe von jesus zu haben das ist doch was ganz anderes seinen bauch zu küssen wäre das ein problem das ist doch was ganz anderes seinen bauch zu küssen wie sieht das denn aus wenn man seinen bauch küsst das ist doch egal wie das aussieht ist doch in deinen augen sogar dein gott aber gerade eben hast du noch gesagt ja das ist meine liebe ausdrücken das ist gar kein problem ich möchte dich mal sehen ob du gerne den hadith auch praktizierst wenn du wenn der mohammed zu dir gesagt hat du sollst bei deinem essen nicht die hände abwischen sondern lecken oder sie von einem anderen lecken lasse genau das ist doch nicht verpflichtend ist doch nicht verpflichtend natürlich das machen wir gegenseitig fingerlutschen ja warte mal ist das jetzt eine verpflichtende sonde oder ist das so ja absolut denn der mohammed gesagt hat wenn der mohammed dir eine anweisung gibt um zu sagen der sagt zu der islam kenntnis wenn du isst dann wische deine hände nicht weg sondern leck sie ab oder lass sie lecken von jemand anderen und wer wer sagt dir dass das eine verpflichtende sonde ist also bevor wir zu dem anderen thema gehen will ich mit dir bei dem thema bleiben würdest du jesus wegstoßen was einen kuss angeht ja oder nein ich würde dein bauch nicht küssen weil er sowas niemals zulassen würde okay ich würde seine füße waschen oder versuchen seine füße mit öl oder was zu sein so wie diese eine das getan hat das würde ich machen aber dein bauch die füße küssen die füße küssen ja aber doch nicht dein bauch weißt du was füße küssen bedeutet das ist dein bauch das ist dein bauch allein guck mal bitte der hardins wie der sich anhört oh das tut er leider das ist genau das was ich wollte hört sich das nicht komisch an nö nö das ist die mehe würdest du die füße küssen von jesus ja oder nein natürlich würde ich die füße von jesus christus küssen das ist absolut weil das eine erniedrigung sich selbst das ist genau kein homoakt oder was dein bauch zu tun wie der mohamed das getan hat du siehst doch wie der mohamed die füße von einem mann küsst ist denn dieser mann Gott also ich persönlich wenn du mich fragen würdest du vergleichst gerade jesus christus der ja unser gott ist der in menschenfleisch gekommen ist mit einem mann der irgendein sahabi ist von mohamed und in seinem bauch küsst was hat der für ein vergleich okay also nochmal Islam kenntnis wenn Allah Mensch werden würde wenn Allah Mensch werden würde würdest du nicht seine Füße küssen dann würde er niemals erstens zweitens würdest du die Füße küssen ja oder nein hast du ja gesagt ja abdull, warte wenn Allah Mensch werden ich weiss gar nicht ich weiss gar nicht ich habe Trabla aus Wartagang vor Islam kenntnis Islam kenntnis hör mal zu wenn Allah Mensch wäre würdest du die Füße von ihm küssen aber wird kein menschen das ist eine rhetorische frage und diese wahl die werde ich auch nicht beantworten ich frage nicht jetzt denken sie auch was für ein heuchler du bist man du sagst du mir ich bin ein heuchler ja natürlich du zwingst mir so eine rhetorische frage auch alles gleich weniger ein heuchler als derjenige der sagt ich würde die füße von jesus küssen weil das mein gott im fleisch ist würdest du gott im fleisch ist eine füße küssen ja natürlich aber auch nicht was du da das ist klar hatte er hat das schon mal gab einen anruf einmal bekommen während einer debatte und sagt dann so ich will nicht mehr weiter debattieren weil die leute die leute haben nämlich schon angerufen haben gesagt was machst du da oben geht das ist schon mal passiert das ist ihm wirklich das sogar auf video dann sagt er so ich will nicht mehr weiter mit dir debattieren und dann ist er gegangen das ist immer die gleiche aber hauptsache er sagt du debattier doch immer mit einem wissenden hast du gehört was er gesagt hat wo ich mich aufgeregt habe wo ich gesagt habe was das ist für dich ein akt der liebe wenn wenn zwei männer sich den bauch gegenseitig küssen richtig oder was das macht ist das richtig verharmlos gegenseitig finger lutschen okay bauch abschlecken okay noch die sahne hat noch gefehlt einfach noch die sahne ehrlich der meins ernst wo ist islam kenntnis wieder hin islam kenntnis kommen zurück oder amir du musst du musst auch vorstellen du bist dann neben mohammed und dann macht er so den bauch auf und du ach ja warte komm her dann schlägst du es ja ja eine piegt ihn so an die seite dann will der mohammed so vergeltung üben und dann hebt der typ sein t-shirt hoch und mohammed beginnt dann seinen bauch und seine seiten zu küsst was ist das denn für blödsinn mann ist das heftig ey ja und dann kommt er mit mir mit miss walk und dann habe ich ihm gesagt also du findest jemanden denn aboubaker der ein kleinkind bewusstlos geschlagen hat findest du in ordnung schön gut gutes vorbild die leute sind ja gar nicht mehr sind sich gar nicht mehr bewusst was die da eigentlich sagen schau dir das mal bitte an unfassbar leute schreibt euch das mal bitte auf hier sahih muslim buch 9 hadith 3506 warte nee warte das ist falsch ähm nein sahih buchadi band 8 buch 82 hadith 828 band 8 buch 82 hadith 828 abu bakr came towards to me and struck me violently with his fist and said you have detained the people with because of your necklace but i remained motionless as i i was dead lest i should awake allah's messenger also that it was very very painful der schlag den der abou bakr ihr verpasst hat sie lag regungslos auf dem boden und das hat ihr absolute schmerzen bereitet und dann sagt es mir beleidige nicht diejenigen die wir lieben also der islam kenntnis liebt so jemanden der ein kleinkind auseinander nimmt schlägt unfassbar aber gut ich habe auch daran gedacht dann gegen gegenseitig finger lutschen ist das ist das ein muslim zu tun das zu praktizieren aber er zu geben dass es eine sunna ist natürlich wenn muhammad einen etwas anordnet in der sunna wenn er anordnet in den hadithen und ihnen sagt wenn ihr isst er sagt auch wenn ihr isst ihr muslime dann bicht nicht eure finger ab sondern leckt sie oder lässt sie lecken von jemanden die andere von den anderen umfassbar ne gegenseitig finger lutschen ne wahnsinn ja gibt's ja wie american pie hast du gesehen american pie als sich gegenseitig die finger in den mund stecken nagellack entferner Das sieht so aus wie der Plo-Clown, der kleine Kinder am Fotografieren, dass er mit den Videos macht. Wie verstörend sieht ein Video aus, als er da auf diesem Speedplatz ist als Clown und dann so Selfies macht mit diesen Kindern. Ich dachte, den Moment fangst du noch an oder sowas, der Typ. Ja, der kommt ganz aus seinen Propheten. Heftig, das sieht so verstörend aus. Ekelhaft. Armin, hast du gesehen? Letzten haben die mit Tesla-Han live. Und da ist er richtig ausgerastet. Und da wollte er, dass Tesla-Han Juden beleidigt. Also ich hab's auf meine Seite hochgeladen, das kannst du dir angucken. Okay. Ja, das war's eigentlich. Ja, tschau. Tschau, Manni. Hallo? Hallo? Ja, mir. Äh, Ding, ich wollte dir grad sagen, mit Islam, äh, oh, wie hieß der? Islamkenntnis. Ich sag dir ehrlich, das war eigentlich nicht so korrekt, weil, also von euch, weil, äh, ihr habt mir ja damals gesagt, wegen, äh, hört ihr mich gut, weil das raschelt so viel bei dir? Ja, wir hören dich gut. Okay. Weil, äh, ihr habt mir damals gesagt, ähm, würde Jesus Gott werden? Äh, ne, würde Gott Jesus werden? Also Mensch werden? Dann habt ihr mir gesagt, ob er würde oder nicht, das kannst du Gott nicht vorschreiben. Stimmt? Ja. So, aber Pavlos hat gerade gesagt, ja, er würde nicht seinen Bauch, äh, äh, und fragen nach seinem Bauch. Nein, 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 er würde nicht seinen Bauch einfach nehmen und sagen, komm, schläg es ab oder küss ihn. Ja, aber du weißt ja nicht, du weißt, du kannst ja nicht sagen, was er würde oder nicht. Mein Messer würde mich jetzt... Genau, aber allein die Tatsache, dass wir hier nicht von irgendeinem Menschen reden, sondern Gott im Fleische. Wenn ich also mich hier niederknie, seine Füße wasche und sie so küsse, dann küsse ich Gott seine Füße im Fleische. Verstehst du? Das ist ein himmelweiter Unterschied, als wenn zwei Menschen, äh, der eine piekt ihn an die Seite, der andere hebt ihn an die Seite, der andere hebt ihn an die Seite und lässt sich den Bauch einfach so küsst. Was ist das? Weil er hat sich eine Sünde genau verlass. Verstehst du? Eine Sünde macht Gott nicht. Würdest du von einem anderen Mann deinen Bauch küssen lassen und du dein und du seins? Aber wieso ist das so Sünde? Ist das nicht gesellschaftlich? Ist das nicht wohnt? Guck mal, ich bin ein großer Held. Mohammed steckt ja auch seine Zunge in den Mund von einem kleinen Kind. Guck mal hier. Das ist der Wahnsinn, man. Al Adam, Al Mufrat, elf. Aber ich muss nur zur Verteidigung fragen. Genau, wo Fallers, kannst du meine Frage beantworten? Ist er schwul für dich? Äh, also wenn zwei fremde Männer, ist das nicht so. Aber ich halte so oder so nichts davon, weil ich bin vier. Tja, also. Weil ich halte ja nichts von diesen Hadithen und so. Von diesen Sunniten. Ach, du hältst nichts von Sunniten? Meinst du, im Schiitentum gibt es kein Robo-Zeugs oder was? Da wird sogar der Mann, äh, ein Mann muss einem eine Brust geben, den anderen Mann. Hör auf. Ehrlich? Odebillah muss man eigentlich dazu sagen, oder? Ja, guck mal hier. Du bist Schia, pass mal auf. Eine schiitische Überlieferung besagt, dass Ali ibn Ibrahim von seinem Vater von An-Nufaili, von As-Zukuni, von Abu Abdullah, Allahs Frieden auf ihn berichtet. Der Führer der gläubigen Ali, Allahs Frieden auf ihn sagte, die Sodomie, also die Homo, ist etwas anderes als A-N-A-L. A-N-A-L ist Unglaube. Al-Kafi, Kitab al-Nikah, Band 5, Seite 3. Der schiitische Gelehrte Ayatollah Ali Akbar al-Jifari kommentierte in der Fußnote diese Überlieferungen mit den Worten, es ist zu sagen, dass was die Strenge und die Länge der Strafe betrifft, dies die Homo auf dieser Stufe des Unglaubens ist. Man könnte es jedoch auch so auslegen, dass seine Aussage bedeutet, dass es erlaubt ist. In anderen Worten heißt es, dass das Verbot der Homosexualität unsicher ist. Es könnte verboten sein, jedoch könnte es auch erlaubt sein. Die Bedeutung der Worte könnten in zwei Richtungen schlagen. Das Wort Dubur hat im Arabischen mehrere Bedeutungen, wie Hintern, Zurück oder in diesem Kontext auch A-N-A-L. Also für Duburi, das kennen die Araber. Die gegebene Aussage besagt gemäß der Auffassung von Ayatollah Ali Akbar, dass man alles außer den A-N-A-L-SX als Sodomie auffassen kann. Denn Dubur, hinten, bedeutet Unglaube und es hat nichts mit der Sodomie zu tun. Weiter lesen wir in den Werken Al-Mahazin, Band 1, Seite 201 bis 202, Bihar Al-Anwar, Band 76, Seite 70, eine Überlieferung, welche lautet, Es wird Abu Jafar, Allahs Frieden und Segen sei auf ihn, wie er sagte. Es wurde zu ihm gesagt, kann ein Gläubiger mit der Homo geprüft werden? Er antwortet ja, vorausgesetzt, dass er der Aktive ist und nicht der Passive. Heftig. Also Füße schieden im Wetter. Passiv oder Aktiv? Ja okay. Ja okay, hast du gemerkt. Du weißt ja gar nicht, was Islam ist, sowohl die Sunnis als auch die Shia, die haben den Wahnsinn in ihren Schriften drin. Ich glaube es ja. Es ist besser, diese Religion beiseite zu legen und Jesus Christus zu folgen. Glaub es ja. Hier, der Imam an Lauri. Ah, jetzt habe ich Verstoßerwanderung bekommen. Wahnsinn. Neustart. Sofort Neustart bevor Dings kommt. Sperre. Sicher. Widerspruch. Ich habe Widerspruch eingeladen. Mal gucken, ob der Widerspruch genehmigt wird. Ich glaube, weil du mit Männer und so geredet hast, die sich feuchte gegen Christen oder so. Ja, das sind so Worte, die hier fallen und auf einmal macht das Peng. Das passiert, wenn man einfach dem Islam vorliest, dann passiert sowas. Ja, die Muslime verstehen nicht, dass TikTok eigentlich den Islam überhaupt nicht zulässt. Stell dir mal vor, ich würde an alles lesen, was hier wirklich in den islamischen Schriften verzeichnet ist. Dann würde ich ja dreimal gesperrt werden. Zehnmal. Islam kennt das sowieso der Beste. Würdest du es dem Bauch nicht küssen? Ich würde gerne noch mal alleine mit dem reden. Islam-Kenntnisse kann wenigstens richtig Deutsch. Weißt du was? Ich meine, der ist nicht wie Hansi. Der macht das wahnsinnig. Der spricht fließend Deutsch. Mit dem kann man sich immer angucken. Während der Debatte geht der Anrufe und da muss er immer abhauen. Weil die Leute dann sagen, hör auf damit, geh nicht mehr weiter debattieren, bevor du einen Schaden anrichtest. Aber das Gute auch bei Islam-Kenntnis, der lügt euch nicht an oder so, weißt du? Der lügt auch nicht mehr. Der hat doch gelogen. Islam geht, lügen die alle. Aber der hat nicht so viel gelogen, wie haben die? Der hat nicht so viel gelogen, wie haben die? Aber er hat gelogen. Ob er jetzt viel gelogen hat oder wenig gelogen hat, das spielt keine Rolle. Er hat gelogen. Wieso? Wieso? Wie haben die? Ja, haben die auch Champions League, was Lügen angeht, ne? Ja. Eins werde ich nicht vergessen, als er mit mir da debattiert hat, über die Tatsache, dass Aisha die gestillt hat. Und dann habe ich das in meiner WhatsApp-Gruppe gepostet. Da meine ich so, hier, wer von euch derjenige ist, der wirklich wahrhaftig ist, der soll das vorlesen. Aus Fatal Munim Fischar Sahin Muslim von Moussa Sahin Lassin. Band 5, Seite 622. Den unteren Text habe ich direkt einmal hier. Ich kann das zeigen. Ja. King of Kings ist der hier, ne? Ich brauche jemanden, der Arabisch lesen kann. Ist jemand hier, der Arabisch lesen kann? Kann man bitte jemanden eine Anfrage schicken, der Arabisch lesen kann? Nur mal vorlesen und für uns übersetzen. Mariam wäre jetzt gut, wenn sie hier wäre. Wo ist die Mariam, wenn man sie mal braucht? Mariam, wo bist du? Ich habe es auch auf Deutsch gemacht. Ach so, okay. Alles klar. Ich habe beide, es ist Arabisch und Deutsch. Boah, warte mal. Ja, ich erkenne gar nichts. Es ist vorbei. Das ist wegen diesem TikTok, das ist fies so klein. Mariam, wo bist du? Ist hier denn kein arabischer Christ drin, der Arabisch lesen und verstehen kann? Farah. Farah kann gut Arabisch. Die konnte richtig gut Arabisch. Die muss ihm richtig jetzt sein, was Sache ist. Die hat das mir gestern vorgelesen, ne? Boah, ich konnte nicht mehr. wie die das ausgesprochen hat. Da hat die extra zu getont. Vielleicht kann der Toni. Toni! 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 Will dich nie vergessen? Die Person will dich nie vergessen. Er will träumen von dir. Toni! Toni! Als Wecker hat er das an. Als Wecker hat. Toni! Toni, bist du mein Herrliche? Toni! Wo bist du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Jetzt bin ich dran. Aber der Kleine, der hat... Glauben wir, dieser Kleine war vom Verstand her weiter als diese ganzen Dauertipps. Dann kommt die Examenkenntnis und sagt, was redest du mit so Kindern? Ja, aber dieser Kind war von seinem Verstand weiter von seinem IQ als diese ganzen anderen Dauerteams. Hundertbillionen prozentig. Ich habe das Ding vorgelegt! Hey Leute! Hey! Das ist das erste Mal, dass ich live komme. Cool! Ja, mein Lieber, herzlich willkommen in der Show von Dr. Schäfer, wo haben wir hier herzlich willkommen. Alles klar bei euch? Ihr nehmt ja die Moslems richtig auseinander. Nein, wir sind hier nicht, um irgendjemanden auseinanderzunehmen. Wir sind hier, um... Doch, doch. Nein, also Spaß beiseite. Von allen Religionen auf der Welt ist der Islam die antichristlichste von allen. So sieht's aus. Das ist leider so. Warum? 1. Johannes 2,22. Warum? Wer ist der Lieber, wenn ich sehe, der leugnet, dass Jesus der Christoph ist. Genau. Die machen aus Jesus, aus Jesus, dem Erlöser, aus, guck mal, das Opfer Gottes. Es war ja kein billiges Opfer oder so. Das war sein, ne, also wenn du deinen eigenen Sohn opferst, um die Menschheit zu retten, ne, dann ist es kein billiges Opfer. Und die Moslems machen genau das daraus. Die machen aus Jesus einfach irgendeinen Propheten und machen daraus das Opfer Gottes nichtig. Also das ist die antichristliche Religion überhaupt. So sieht's aus. Aber ich find's echt cool, was du machst, Leute, ehrlich. Warte, Segenbauer, mach's gut, ja? Ja, auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Und genau auf alles. Wann gibst du jetzt dein Leben endlich den Herrn Jesus ab? Wie viel hat Amir mit dir schon geredet? Wie viel hat dieser Amir schon mit euch geredet? Wie viel? Ich hab mich schon die Seele aus dem Leibungsstum. Wie viele Rezepte hat er noch gegeben für euch als Schirr? Wie viel? Ich hab doch schon alles demoliert. Alles. 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 Du musst dich den Stimmgenau hoch. Aber irgendwann wird er genau wo schon sein Leben, den Herrn Jesus abgeben. Ich hab schon so ein Gefühl da. Ja, das merkt man. Ah, der kommt später. Okay, dann. Bis später. Ist dein Dings akzeptiert worden, dein Widerspruch? Der ist noch nicht durch. Widerspruch wird bearbeitet. Okay. Bis jetzt ist er nur altersbeschränkt. Okay, das ist ja... Wir haben schon fast die 300.000 erreicht, ihr Lieben. Hammer. Ich bin auf Platz 32, ja. Dank Toni. Dank Toni. Dank Toni. Nee, auf Platz 8. Heftig. Platz 8. In der Liga 07. Wie kann man das eigentlich sehen, ich heranliste, du bist. Ich seh das gar nicht. Einfach hier oben. Da oben. Ja, da steht Liga. Bei mir steht, du bist Platz 7. Was? Du bist Platz 7. Jetzt bin ich Platz 7, ja. Weil der Toni hier wieder... Heftig. Einfach Platz 7. Ja, genau. Platz 7, ja. In der Liga 04. Bei täglicher Rangliste sind wir noch weiter. Ah, das würdest du für Gini-League-Westers an die Champions League der Ort gemacht, oder? Ja, das ist das Heftig. Wenn ich zum Beispiel Mette spielen würde, dann würde ich die ganze Zeit auf Platz 1 gehen, weißt du? Aber das mache ich nicht. Ja. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sowas, ne? Genau, so sieht es aus. Amir? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe kurz eine Frage und ich wollte dir, bevor ich dich stelle, mal Danke sagen für deine Arbeit. Weil ich auch teilweise durch Tich und durch meinen Cousin zu Jesus Gott gefunden habe und somit auch wiedergeboren werden konnte. Und meine Frage wäre, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass sexuelle Lust auch eine große Sünde ist im Christentum und das leider Gottes aber ein großer Fall ist, bei den meisten Männern vor allem. Ich wollte dich fragen, hast du vielleicht Tipps, wie man diese Lust oder diese Sünde am besten bekämpft? Ja, auf jeden Fall tief ins Gebet gehen, immer ständig ins Gebet sein und versuchen, dich durch alles Mögliche erstmal abzulenken, auch durch Bibel lesen. Wenn du viel Bibel liest und Gemeinschaft mit dem Herrn hast, dann wirst du auf jeden Fall erstmal weniger sündigen, als du zuvor gesündigt hast, verstehst du? Dass du nach deiner Beziehung nicht perfekt bist und dass du überhaupt niemals perfekt sein wirst, das ist klar. Aber da wird eine Veränderung in deinem Leben stattfinden und du wirst dir auf jeden Fall Mühe geben. Du wirst also nicht jeden Tag losziehen, um irgendeinen Quatsch oder Unsinn zu machen, sondern du wirst Stück für Stück versuchen, ein anderes Leben zu führen, als du vorher geführt hast. Okay, ja gut, das wäre es eigentlich von mir aus. Ja. Danke viel mal, ne? Schönen Tag noch. Ja, gerne. Gott, danke dich und deine Familie. Beste Entscheidung deines Lebens. Ciao, 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 ciao. Heftig, ne? Haben wir den Herrn Jesus gefunden. Dank dir, Bruder. Ach was, danke euch. Dank auch an alle hier, weil ohne die ganzen Geschwister geht ja das Ganze auch gar nicht. Wenn sie tippen, liken, diese ganzen Sachen da reinposten und so, dass man in Höhe rumkommt, dass Leute das sehen. Sonst geht das nicht. Ohne sie ist das geht nicht. Sonst geht das überhaupt gar nicht klar. Ohne die Geschwister hier geht das gar nicht. Der Herr benutzt auch jeden Einzelnen von uns, damit sein Reich gefüllt wird mit wundervollen Sehnen. Amen. Amen. Der Dank gebührt immer Jesus, keinem von uns. Ja, amen, allein den Herrn. Alle Ehre. Ich gebührt nur Ihnen. Ja, genau. Danke. Ja, möge der Herr Jesus Christus und jeden Einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht immer über euch leuchten lassen. Aber wenn es nach Pierre Vogel geht, dann würde da das Gesicht von Jesus immer auf euch leuchten. Genau, Angesicht. Hast du das Video gesehen von Pierre Vogel, als er gesagt hat, wie er Angesicht auslegt, im Angesichte Gottes? Ja, sie hat nicht blockiert sein Gesicht von denen. Da sagt er, Gott hat ein Gesicht, seht ihr? Angesicht Gottes, sagt er. Das ist ein studierter Mann. Guck mal, was er da sagt. Umfassbar, der Typ, der ist wirklich unfassbar. Ich habe mir aber eine Sache angeguckt, der hat mal irgendwas mit mir genommen und sagt dann so, ja, das ist falsch, wiedergegeben, ein Widerspruch, obwohl er nicht geht. Amhamdulillah, mir geht's gut, wie geht's dir? Amhamdulillah, mir geht's gut. Ist doch schön. Wann kommen neue Videos mit der App K? Demnächst. Wann hast du Bock, wann soll ich machen? Wenn du sagst, ich soll sagen, dann fahre ich. Wann? Morgen. Morgen, wie viel Uhr? Zwölf Uhr. Zwölf Uhr, ich bin noch am Schlafen, da habe ich keine Zeit. Zwölf Uhr ist zu früh. Hol mal deine Arbeier raus. Hol mal deine Arbeier raus. Was der ABK da ausgelöst hat, wie der uns allen verholfen hat, sehr viele Menschen zum Herrn zu führen, das ist heftig. Hammerfassbar. Hallo? Nee, wie gesagt, auch so, er wird dich jetzt begraben. Er hat dir einfach eine Tür geöffnet. Hammer, ne? Ich weiß nicht, ich habe es mir damals angeguckt. Das war heftige Zeit. Ja, ich musste mir natürlich Sport anhören. Sport tut mir ergehen lassen. Aber das Ganze hat aber auch einen positiven Effekt. Und zwar, ich konnte sehr viele Menschen erreichen und dem schönen Einheit gebieten. Dem Ganzen. Sowohl ihm als auch dem Islam. Gut, dass du mich erwähnt hast. Sehr, sehr, sehr gut. Der bereut das richtig. Glaub mir, der bereut das richtig. Aber das sind seine besten Videos, ne? Ja, seine stärksten Videos waren mit mir. Heftig. Aber jetzt habe ich die Aussage. Er will noch mal auf dich reagieren manchmal, ne? Aber er war jetzt ein Kompetentivschlag. Ich lege tief. Hallo? Hallo? Hallo, Ghibli. Gut, dir? Ich habe dich gar nicht gepackt, wie es dir geht. Ach so, sorry. Du sollst aufhören, die Leute zu würgen, Ghibli. Lass es sein. Geh wieder in den siebten Himmel und bleib da. Hör auf, die Menschen zu würgen. Ich bin ganz lokal. Ich bin ganz lokal. Ich bin ganz lokal. Raus hier! Ja, jetzt kommt der nächste Ghibli, der Bürger. Guck mal. Ja, ja, ich weiß es. Guck mal, jetzt. Hallo? Gina? Aaaaaaah! Der kommt wieder. Der kommt immer hier rein. Dann schreit er einfach, dann geht der wieder raus. Aaaaaah! Der muss den Wahnsinn einmal rauslassen von dem Muslim. Einmal rauslassen. Das heißt, der Exmo-Snap für dich immer noch. Das war's best I wanted to get you. 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 Nein, Allah hat nur Hass im Herzen. Ich nicht. Ich habe nur Liebe. Bist du dir da sicher? Ja, natürlich. Ich liebe meine Feinde. Tu wohl denen, die mich hassen und bitte für die, die mich beleidigen und verfolgen. Allah will nur Hass und Zwietrath zwischen den Menschen stiften. Du bist echt verlogener. Ich oder du und deine Religion? Nee, du. Du musst die erste angewöhnen, nicht mehr um, wie du haben wir, um 18 Uhr im Bett zu sehen. Das ist doch nicht deine Sache. Ja, aber du sollst auch nicht das Bild von einer von einem Mädchen benutzen, sondern auch noch ein Junge sein. Was bist du, Transformers oder was? Ist doch geschickt und schlau, oder? Sehr geschickt und schlau, wenn man das Bild von jemand anderem benutzt, ne? Sehr geschickt und schlau. Sehr mutig. Was soll ich sagen? Ja, Mr. Sunna. Ja, Mr. Sunna. Ey, Amir. Mr. Sunna. Warst du Schiite? Ich war Bulite. Walla? Walla. Stark. Ey, kann ich mal deinen Bart anfassen, wenn ich dich sehe? Ja, natürlich. Bitteschön. Stark. Ich wollte ein Bart wie Jesus. Kannst du mein Bart? Kannst du was von meinem Bart abreißen und mich per Post checken? Was willst du? Mein Bart mal. Kannst du mein bisschen abschneiden und mich per Post checken? Ja, wenn du die Dings übernimmst, ne? Die Postgebühren, dann kann ich das machen. Dann kann ich den schönen Haar von meiner, hier, gesegneten Haare kann ich dir einschicken. Vielleicht kannst du dich da drinnen dann in Badewanne reinmachen und baden da drinnen. Vielleicht kriegst du Segnungen. Habt ihr wirklich einen Gott, der eure... Kennst du diese Ach-Waish-Sekte? Ach-Waish, was die da machen. Sie baden in Wasser oder lecken diese Haare von Mohammed oder was die da machen. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Sehr, sehr heftig. Aber gut, die sind treue, eigentlich treue Muslime, ne? Dann gibt es ja diese Bad-Adi-Sklavin, die Mohammeds Pippi getrunken hat. Dann gibt es die Sahaba, die sich gestritten haben um die Popel von Mohammed und sich fast umgebracht haben. Dann gibt es andere Sahaba, die sich um die Kacke von Aich das Kamel gestritten haben. Also irgendwie dreht sich alles um SEX und Kacke. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Steht es wirklich in der Bibel, dass irgendwo bei Jeremia oder so das M-Wort steht so? Ne, das M-Wort steht nur bei euch in den islamischen Schriften. Ja, wo? Ne, das zeigt dir, guck. Da wird ein, guck mal, da wird ein Volk genannt. Ja, ein Volk. Und da steht nicht so, wie du es da gesagt hast. Diese Beleidigung wird ganz anders geschrieben, als wie es da steht. Bei euch steht es aber. Bei euch steht es wiederum, diese Sachen, die aber wirklich so sind und interpretiert sind. Jetzt würde ich deine Meinung gleich dazu hören, wenn Amit diesen Handys gebracht hat. Aber kriege ich trotzdem ein Stück von deinem Bart? Nee, das kannst du gerne. Okay, ich schreib die dann auf Instagram, meine E-Mail-Adresse und meine Adresse, so alles. Ja, genau, per E-Mail-Adresse. Ja, genau, per E-Mail-Adresse. Das ist richtig. Sehr angetan. Hier, guck mal, auf islamweb.net. Der NEGER, also da steht wirklich das Wort, der NEGER begeht, wenn er satt ist, Ehebruch. Und wenn er hungrig ist, stiehlt er. Und dazu gehört Toleranz und Hilfe. Der Jesidi. Die Jesidi. Auf der Autorität von Aicher. Wo ist deine Jesidische Mutter? Was ist das denn? Du musst... Du musst mal bitte jemanden... Wie ist der denn hier reingekommen, der Typ? Hast du das denn gemacht? Ich dachte, das wäre der echte Peer Vogel, ne? Nein. Ach so, du hast den reingehört. Ich dachte, das war der echte. Ich weiß, ich weiß. Dachte ich auch. Und dann habe ich den reingehört, da kam so ein Kamelorin raus. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind gerade, dass der Peer Vogel hier hinkommt. Und dann... Hier, das Buch ist die Fülle des Allmächtigen. Al-Manawi. Mohammed Abdel Raouf Al-Manawi. Band 4 auf der Seite 72. Der N-I-G-E-R begeht, wenn er satt ist, Ehebruch. Und wenn er hungrig ist, stiehlt er. Heftig, ne? Schön. Oh. Genau. Oh. Was sagst du dazu? Ich bin jetzt voll mundtot. Oh. Ja, totmund. Ja. Aber ey, ich würde trotzdem ein Stück von dem Bart haben. Okay, warte, ich schick dir das. Guck mal. Mit Post. Auf Wiedersehen. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage. Nee. Warum? Also, wie kann Jesus eure Sünde tragen, wo ein Mensch war? Ja. Der war ohne Sünde. Also, wie kann ein Mensch die Sünde tragen von anderen Menschen? Ja. Er ist ja Gott im Fleiche ohne Sünde. Daher ist er fähig genug um andere Sünde. Hm? Ist jetzt Gott gestorben? Also, dein Gott ist gestorben. Hä? Das Fleisch ist gestorben, nicht Gottes gestorben. Das war aber eben gesagt, der war Gott. Ja, Gott im Fleiche. Aber nicht Gott ist gestorben, sondern das Fleisch. Wie ist Gott im Fleisch? Gott? Fleisch Gott? Was ist das? Ja, das Fleisch. Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, muss ich mal vorstellen, wenn Gott Mensch wird, was ist dann gestorben? Der Mensch ist gestorben, nicht Gott. Gott hat einen riesigen Vorwand tragen. Hm? Aber man kann nicht andere Menschen Sünden tragen. Ich kann doch nicht für dich sterben gehen. Genau. Du kannst nicht für mich sterben und ich kann nicht für dich sterben, weil wir beide Sünder sind. Aber wenn ich sündlos bin, dann kann ich deine Sünden tragen, richtig? Aber Jesus war ein Mensch, der kann auch Sünden machen. Der Koran sagt doch, dass er sündlos war, Surah 19, Vers 19. Die Bibel sagt, dass er keine Sünde kannte. 2. Korinther 5, Vers 18. Nein, ich habe mich jetzt ein. Also, Joachim Jesus, weißt du? Hast du ein geraucht? Hä? Hast du ein geraucht? Nein. Du raumst? Ich weiß, was ich gemacht habe. Soll ich sagen? Ich habe die eine genutzt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Der hat die ein geraucht. Ja, der will natürlich seiner Religion alle Ehre machen. Und dann mit Lucchi Lucchi. Armin? So eine Adjektivität. Ich bin voll ein Fan von dir. Ich habe sogar dein Bild als mein Profilbild bei Playstation. Ja, will ich auch hoffen. Du musst immer den Doktor Chef immer da haben, damit du sich an meine Worte erinnerst. Du bist ein Fan von Galata? Du bist ein Fan von Galata? Bevor du mich noch beleidigst und beleidigen wirst, raus. Du geh'n raus, raus, raus. Du geh'n raus, raus, raus. Du komm'n nicht mehr hier, hier. Du geh'n raus, raus, raus. Hallo. Mach' mal, Bruder, mach' mal die wunderschön Song an. Ja. Das ist ein Song. Das ist die Deutsche Nationalhünde. Die hätte da. So wertvoll. So wertvoll wie das Flüssige. Gott, ich kenn das so auswendig. Das muss man in den Autos reinhören. Dann noch ein Schluck von Calurine. 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 Unfassbar. Jetzt kommt der Sommer langsam. Dann wird das schon gehört hier. Ich fahr mal, dass du den Song total fühlst. Du meinst das so ernst und fühlst du den Song, weil der so gut ist. heimlich hört sich das Tiervogel an, heimlich, anders, Isam und Tiervogel hört sich das an heimlich. Weil das ist nur das Wunder, was da jetzt ist halt jetzt. Ne, das ist blödsinnig, ey Gott. Ich bin perfekt. I'm never this, I'm never this. Gottes Segen. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja. Ja? Ja. Ja, du Schwanz. Wann segne dich und deine Familie, was möchtest du? Dick, ich bin hier ein bisschen. Ich will dir daran mitnehmen, dass du ein großer Schwanz bist, mehr nicht. Wenigstens bin ich ein ... wie du, ne? Du bist ein großer Schwanz. Genau, du bist mein kleiner ... Raus! Raus, raus! Das ist jetzt gar nicht. Das ist jetzt gar nicht. Das ist gar nicht. Wunderbar, du ne? Ja, ich bin hier nicht. Ich kann nicht mehr. Ne. Das ist unglaublich. Hallo Bruder, wie geht's dir? Ja, Axel, ich bitte nicht diese Worte hier benutzen. Letztes Mal bin ich wegen dir gesperrt worden, obwohl ich dafür nichts konnte. Das war wegen mir, ne? Habe ich mir gedacht. Ja, wegen dir. Weil du hast diese komischen Sachen erwähnt. Nicht mehr so was sagen. Nein, nein. Habe ich mir auch drüber, habe ich mal gedacht, ja. Gottes Segen, Bruder, wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, Handel, Jesus. Sehr gut. Und dir? Was sind das für Leute hier, was manchmal abgeht? Ja, es ist Kamilurien-Fetischismus. Das ist normal. Ehrlich. Alles dämonisch, ne? Angriffe und so. Angriffe. Das ist Kamilurien-Fetischismus. Das ist Kamilurien-Fetischismus. Das kommt immer zu Geld. Das kannst du keinen erzählen. Nicht mal deinen Nervenarzt. Dass ich keinen Schaden davon getragen habe. Hier bei TikTok. Das ist ein Wunder, ist das? Ehrlich, ey. Ehrlich, ich habe... Nein, du musst dich da so Schmerzen sehen bekommen, was die Leute hier von sich geben, ne? Unglaublich, wirklich. Die haben keine Schadengefühle. Die sind so primitiv, Bruder. Die sind so primitiv, ja. Ehrlich, ich habe die jede Woche bei mir. Jede Woche sind die bei dir, genau. Da kommen die vorbei. Du hast bestimmt schon den ein oder anderen Imam schon da getroffen, ne? Hundert Prozent. Ja, siehst du mal. Die schreien, Bruder. Ehrlich, was wollte ich sagen? Was kann ich für dich tun, Jaksic? Nichts, ich wollte euch Gottes Segen wünschen. Und, äh, schön dich zu sehen, ne? Ich gehe jetzt raus. Ich gehe ein Gebet machen und, äh, wir hören uns. Okay, ich schließe mich mit ein in deine Gebete, ja? Auf jeden Fall. Mach ich gleich. Auf jeden Fall. Tschüss. 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 Das ist Wahnsinn, Mann. Und wenn er zu Hause ist, isst er nochmal, ne? Ich mache keinen Spaß. Dann kommen die Kartoffeln dran. Wie geht das denn? Dann geht er trainieren und geht auch meistens. Ist das krank. Du glaubst es mich. Ich bin einmal den ganzen Tag mit der Leib gegangen, ne? Der hat den ganzen Tag durchgegessen. Der hat wirklich durchgegessen. Der hat wirklich durchgegessen. Ich bin au. Jetzt macht er mich wahnsinnig mit dieser Aule und kennt ihn zurück. Mh. Pablo, sag mal das Bild. Ich esse mehr als manche Bodybuilder. Ich habe das Bild nicht mehr. Ja. Denny, der ist sehr laut, Denny. Wir kommen später wieder. Ja, Denny. Okay. Gottes Segen, ja? Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Der kommt hier hin und zeigt erstmal, was er wieder für eine... Der Denny ist nur am Essen. Nur am Essen. Aber der ist nicht dick. Der ist schlank. Jaja, der verbrennt das ja auch. Der hat bestimmt Sport oder so, ne? Ja, der macht Sport. Aber dann ist er nochmal. Der ist durchgängig. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen, Paulus. Alles gut? Gottes Segen. Ich muss mal gerade ein bisschen lauter machen. Also ich habe ja eben mal zugeschaut. Was war denn das mit der Bauchküsserei? Mein lieber Mann, ey. Was war denn das für eine Debatte? Ich weiß es nicht. Das war Bauchküsserei-Debatte. Ja, vor allen Dingen, der Paulus hat was Schönes gesagt, aber das ist dann irgendwie untergegangen. Ja? Das hat auch was mit Demut zu tun. Und das andere hat irgendwie mit Verführung zu tun. Ja, das ist wirklich auch sehr, sehr da raus aus dem Hadith, ne? Dass die zwei sich da total irgendwie attraktiv finden. Die spielen miteinander. Der eine haut dem so den Stock in die Seite. Und dann sagt er, oh, das ist aber schön. Und dann sagt er, ja. Hebe mal dein T-Shirt hoch. Er hatte sein T-Shirt hoch rum. Dann begann er so seine Seite und seinen, sein, sein Bauch zu küssen und alles mögliche. Dann sagt er, oh, ja, das ist es, was ich wollte. Ja, Rasulallah. Und der Rest wurde aufgeschrieben, weil das USK 18 ist. Ja, und vor allen Dingen diese, diese Argumente. Und dann sagt er dann, ah ja, würdest du dann nicht, wenn der Herr dir den Bauch geht? Okay, ich muss rausgehen. Widerspruch ist nicht genehmigt. Widerspruch nicht genehmigt. Ich muss rausgehen. Ja, komm raus. Aber Bruder, Armin, mach das mit dem Rastergitar. Ja. Ich mach den Screenshot, ich zeig dir gerade. Ich zeig dir das Gitar. Okay, dann werd ich gerne nochmal hochkommen, Armin, ne? Okay, ciao. Heil dich! Nein, 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 nein. Mach hin! Ich will zu hart. Warte, noch eine Sache. Hör mir zu, Armin. Du sagst ja, hör mal zu, eine ernsthafte Sache. Du sagst ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Richtig? Ja, ja. Sagst du, ne? Ja. Die Bibel sagt das. Die Bibel sagt das. Das würde jetzt heißen, ich könnte jetzt eine Sünde nach der anderen machen. Ich komme zum Besuch ins Paradies. Ich glaube, ich komme ins Paradies. Jesus ist für uns gestorben. Nein, nein. Wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst, wirst du auf jeden Fall ein anderes Leben leben, was du vorher gelebt hast. Denn der Apostel Paulus sagt, in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Ah. Also ich sage jetzt. Also ich sage jetzt. Ich nehme. Pass auf, pass auf. Rabia, Rabia. Und wiederum schlägt ein Schreben. Wer mutwillig, aber sündig, der ist nicht wiedergebogen. Der war nie echt. Ja, genau. Okay. Also was würde heißen. Ich sage jetzt, ich nehme den Christentum an. Aber hier habe ich eine Frage, Rabia. Kann jetzt Mohammed tun und lassen, was er will? Wohin all seine Sünden vergeben worden sind. Seine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen von Allah. Hat der einen Sündenfreifahrt sein? Nein. Ja, anscheinend schon. Nein, hat er nicht so. Warum hat er einen Freizeitschein? Er hatte einen Freizeitschein. Genau. Er hatte einen Freizeitschein. Er wurde noch angegriffen. Er wurde noch vertrieben. Er wurde noch vertrieben. Er steht nicht wiederum geschrieben in euren Schriften, dass er jemanden begehrt hat und haben sollte, also SEX mit einer Sklaven hatte und dann Hafsa und Aisha Streit hatten, beziehungsweise mit Mohammed und dann Allah nicht eigentlich. Die Schatten-Suche 66 Vers 1. Ja. Und dann steht das wiederum drinnen. Glaub mir, ich mache euch beide, dich und Amir, egal wer es versucht, ich mache euch so platt. Ich mache euch so platt. Ich mache euch so platt. Nein, nein, nein. Ist doch egal, aber ich mache euch so platt. Freizeitschein. Hast du jemals Amir? Freizeitschein. Freizeitschein. Unfassbar. Aber in den Chat schreiben, komm, lass mich schreien. Ich bin richtig so lange gezogen. Du wolltest, komm, antworte. Warum steht das noch drin? Einer dieser Sache ist, dein Korin, der zitiert wird. Aber haben wir ihn denn? Ja. Genau. Da sind die acht Afrikaner, die den Thron Allahs fragen. Amir, dein Lachen wird dir vergehen. Glaube mir. Hey, jetzt lachst du über mich, aber vertraue mir. Ich werde über dich lachen. Nein, hier soll keiner lachen. Alle sollen weinen. Wallahi, Wallahi, ich werde über dich lachen. Ich werde über dich lachen. Ich werde über dich lachen. Wallahi, wir müssen weinen, nicht lachen. Amir, Leute bitte jetzt weinen. Mein Bürgergeld ist so nicht drauf. Wusstest du, dass acht Engel den Thron von Allah tragen? Hör mal, und wenn sie ihn tragen. Ist das nicht heftig? Am jüngsten Tag werde ich über dich lachen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst erst mal zur Hölle fahren. Nein, 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 nein. Was bei dir die Hölle ist, glaub mir. Ich werde am jüngsten Tag über dich lachen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst weinen. Ich verspreche dir das. Du wirst weinen. Ich würde weinen unter dem Apfelbaum. Nein, nein, nein. Glaub mir. Immer unter Apfelbaum weinen. Glaub mir. Weinen, Mark. Die Bibel, die ist so verfälscht. Die ist sowas von verfälscht. Der eine, der weiß, dass sie verfälscht wird, und ich spreche jetzt mit dir die Schahada aus. Kann mir mit sogar. Schahada. Ich spreche mit dir die Lambada aus. Die Schahada spricht mit dir aus. Schahada. Ich spreche mit dir Lambada aus. Schahada. Die Lambada. Ihr müsst nicht mehr erinnern. Ich spreche mit dir Lambada aus. Schahada. Ich spreche mit dir Lambada aus. Schahada. Das sind die legendärsten. Ich bin nur am Ende mit diesen Leuten. Nur wenn du eine richtige Schahada bist. Schahada. Du nimmst dich richtig einölst. Mit diesem Schahada. Ich kann nicht mehr. Ich muss. Ich brauche Urlaub. Drei Wochen mindestens. Komm. Amir. Ich schahada. Ich schahada. Ich schahada. Ich schahada. Mit einem Beweis, dass die Bibel verfälscht ist. Ja, sag ich dir doch. Ja, komm. Ich sag dir. Johannes 5, Johannes 5, Vers 30. Joseph 5, Vers 6 bis 8. Ich und der Vater sind eins. Er tat. Also das ist deine Antwort. Jetzt will ich dir eine Frage stellen. Jetzt zeige ich dir, dass dein Koran verfälscht ist. Ta'i al-Bukhari 4987. Die haben alle falsch rezitiert und so musste alle Koran verbrannt werden. Und Uthman ibn Affan hat dann einen neuen Koran gebracht, den ihr heute habt. Was jetzt? Guck mal. Was jetzt? Er hat, was da in der Vergangenheit ist, dieses große Wissen habe ich leider nicht. Da kannst du jetzt lachen, wie du willst. Warte, warte. Wenn ich ehrlich was nicht weiß, dann kann ich sie nicht beantworten. Ich bin ehrlich. Das ist ein Fakt, mein Lieber. Warte, warte, warte. Das ist keine Interpretation. Von jedem ein Imam besteht jetzt ja Buchhari 4987 drin. Und die historische Beweise wiederum drin, dass der älteste Koran in dieser Welt von Uthman ibn Affan gedeutet und geschrieben ist. Von dem dritten Kalifen, Ravier, weißt du, was das heißt? Amir. Der Dritte hat keinen Koran hinterlassen. Amir, ich habe gerade so viele... Amir, ich habe gerade so viele... Amir, ich habe gerade so viele Muslime gesehen, mit denen du live in einer Debatte warst. Die dich so zerstört haben, wo du rausgegangen bist und nicht mehr weiter wusstest. Das zeigt mich von alles. Okay, kein Problem, Ravier hat es schon wieder darauf angelegt. Kein Problem. Okay, du willst es so, dann kriegst du es so. Hier, kein Problem, wir gehen wieder darauf ein. Nein, du kannst ruhig darauf eingehen. Das ist das Problem. Wenn du irgendwas nicht weißt, wenn du irgendwas nicht weißt, dann kommst du mit so einer Sache. Du bist einfach ein kleines Kind. Die acht Afrikaner, die den Thron Alas tragen. Klavier, weißt du eigentlich, dass Afrikaner auf dem Mohamed rumgeritten sind? Was sagst du dazu? Ich guck mal, Amir. Was sagst du dazu? Amir, ohne Scheiß. Klavier, das hier ist ein Schar von Afrikanern. Afrikaner hat den Mohamed geredet. In Musl, hat Ahmad, Bank 1, Seite 399. Guck mal, es gibt hier so viele Muslime drin, die das alles mitkriegen. Nein, pass auf, das alles mitkriegen. Aber irgendwann, irgendwann kommt man der Richtige und der sieht dich auf der Straße. Der Richtige ist kein Mann, der ist noch nicht geboren dafür. Er ist noch nicht geboren dafür. Glaub mir, der wird geboren und du wärst dann... Der wird irgendwann geboren werden, genau. Wenn jemand nicht auf der Straße sehen. Ja, genau. Da kannst du das machen. So kommt sofort eine islamische Drohung, siehst du? Und dann sei die Islam... Ja, und dann, wenn auf einer Polizei vor seiner Haustür steht, dann siehst du seine Eltern am Weinen. Na ja. Was hast du getan? Na ja. Warum gehst du mit TikTok hin? Warum machst du so? Bist du geklopft? Habe ich dich so erzogen? Du Schweine. Nein, weißt du... Ey, hast du einmal gehört... Wir versuchen... Hör mal zu. Sei doch mal ehrlich. Sei doch mal ehrlich. Wir versuchen nur, unseren Religionen zu widerlegen. Aber warum tust du den Propheten beleidigen und dem... Ja, du tust du den Propheten beleidigen. Deine eigenen Schriften beleidigen, deinen eigenen Propheten. Also steht in den eigenen Schriften, also steht in den eigenen Schriften, steht in den eigenen... Warte, steht in den eigenen Schriften, dass Kamele auf Mohammed geritten sind, wie der gerade gesehen hat. Nein, nicht Kamele, Afrikaner. Oder Afrikaner, steht das drin? Zeig mir das. Ja, Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Ja, zeig mir das. Pavlos, geh mal bitte auf meinen WhatsApp-Kanal, weil ich bin mit dem Handy hier. Bruder Rese, mach mit dem zweiten Handy. Da muss man auf den WhatsApp-Kanal reingehen und dann siehst du das. Sag mir mal, Bruder Rese, bitte. Und außerdem, die beleidigen Jesus auch gar nicht. Das ist unser Prophet. Mein Lieber, du behauptest, dass Jesus nicht Gott, das ist tatsächlich eine Beleidigung. Wenn wir sagen, Mohammed ist kein Prophet und für euch ist das eine Beleidigung, hör mal auf. Aber guck doch mal, wie ihr redet. Ihr demütigt das richtig. Mein Lieber, putz mal deine Zunge mit Seife, mein Lieber. Du drohst du mein Bruder an mir und dann sagst du mir, guck mal, wie ihr redet. Du heisst nicht, der Herr segne ihn. Guck mal. Wir wissen ja, wie die Muslim sind. Ich habe, ich habe ihnen nicht den Brot. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, wenn hier richtige Muslime drin sind, die das hören, dann hat er mir ein Problem. Das sind richtige Muslime, die dann gewaltbereit sind. Das sind ja die richtige Muslime. Nein, nein. Die hüste, wenn du dir dir gerade selber den Fuß schießt. Die hüste, da hat er jetzt einmal seine wahre Gesinnung gezeigt. Nein, ich zeige gar nicht. Aber hört doch auf, die Religion zu kaputt zu machen. Mach doch eine normale, die macht den Traum zu verstören. Dann ist das selber Schuld, mein Besserer, dass du eine Religion vertrittst, die kaputt ist. Pavlos, Pavlos, hör mal zu. Wenn du deine Religion vertrittst und du sagst, du bist Christ, dann zieh dich zurück in deinen vier Wänden und folge deine Religion für dich selber. Aber lass die Menschen in Ruhe. Du musst das Wort Gottes verbreiten und Epheser 5, Vers 11. Nein, du musst gar nichts. Zeig mir ein Vers. Zeig mir ein Vers in der Bibel, wo es steht, du musst es verbreiten. Zeig mir das. Komm. Will ich jetzt verarschen? Epheser Kapitel 5, Vers 11. Jesus Christus. Bist du Jesus Christus? Hör mal zu, was du da dacht. Hör mal zu. Ja, Bruder. Lieber Rabia, Epheser Kapitel 5, Vers 11, da ruft uns Gott dazu auf, die Finsternis aufzudecken. In allen Religionen, weil der Satan hier auf der Erde das Sagen hat und hat Religionen erschaffen, um die Menschen von dem wahren Gott der Bibel abzulenken. Und wir müssen diese Finsternis aufdecken und die Finsternis befindet sich leider auch im Islam. Guck mal, wenn sich ein Teil Finsternis im Islam befindet, in jeder Religion ist Finsternis. Denkst du in Christentum ein? Ich bezeugte, dass der Religion Finsternis ist. Nein, willst du mal sagen, in Christentum ist alles ganz normal gelaufen. Also hast du bezeugt, dass dein Islam Finsternis ist. Hör mal, hat einer von euch Christen, eine Sache, hat einer von euch Christen jemals Jesus gesehen? Hast du jemals Allah gesehen? Na, hör mal, stell keine Gegenfrage. Hast du jemals Allah gesehen? Hört doch mal auf. Hört doch mal auf. Hast du Mohammed gesehen? Nein, nein, hör du mal, mein Büscher. Hast du jemals Allah gesehen? Also brauchst du doch nicht an Mohammed zu glauben, wenn du ihn nicht gesehen hast. Pass auf, wir haben ihn nicht gesehen, wir machen dir aber auch kein Bildnis. Warum macht ihr ein Bildnis von Jesus? Keine Christen macht Bildnis, das ist die katholische Kirche. Was? Sogar egal, was für eine Kirche, geh mal evangelisch, katholisch, was nicht überall. Guck mal, mein bester Rabia, wir machen jetzt noch eine kleine Unterrichtsstunde. Geh mal auf meinen Namen drauf und lies mal meinen Namen ganz laut vor. Warum? Ja, mach mal. Warum? Ja, mach doch. Aber warum? Warum soll ich mich schämen? Geh mal drauf und dann hast du die Antwort. Nein, du wirst mir bestimmt... Okay, ich bin für dich, wenn du meinen Namen vorliest. Nicht dein Name Pablo. Geh mal drauf und guck mal, was mit diesen Ed-Zeichen markiert ist, letztendlich. Warum soll ich mir jetzt die Böse geben, damit du wieder hier rumlachen kannst? Einmal drücken und dann hast du die Antwort. Und dann dies mal laut vor. Ja, ja, Ex-Katholik. Ja, ja, Ex-Katholik. Ah, was heißt das? Ja, und was bist du jetzt? Ich bin ein wiedergeborener Christ und folge dem Herrn Jesus Christus. Bruder Reza ist ein wiedergeborener Christ und folgt dem Herrn Jesus Christus. Bruder Amir ist ein wiedergeborener Christ und folgt dem Herrn Jesus Christus. Nur die Bibel allein. Okay, was folgen denn die Katholiken? Dass wir die Kirche sind, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Das steht geschrieben, dass wir Priester sind, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, Vers 9 und Offenbarung 1, Vers 6. Was folgen denn die Katholiken? Wenn du nicht mit Achmedias zu tun hast, habe ich genauso wenig mit den Kirchen. Herr Pablos antwortet mal auf seine Frage. Der fragt dich, was folgen die Katholiken? Ja, was die Katholiken folgen. Die folgen genau das Gleiche wie ihr. Letztendlich die Teufel, nur in einer anderen Maske. Hä? Was ist das für eine? Also es gibt entweder die Evangelien oder die Katholen. Das sind glaube ich einer von den beiden, die sagen auch genau das Gleiche. Und dann gibt es nochmal verschiedene Leute, die, wo der Teufel sich als Engel des Lichts verkleidet, 2. Gründer Kapitel 11, Vers 14. Das hat er gut gemacht. Der Teufel kommt nicht nur mit Islam Angst und Schreck hin, er kommt auch manchmal mit einem Lächeln. Und die Leute so verführen. Und mit einem Lächeln kann man viel verführen. Denn ein Lächeln kann Teufel nicht nur mit Hass. Also willst du mir sagen, der Islam kommt nur mit Hass? Ja, ich bin nur drin in Suche, 48, Vers 29. Beim herzlich untereinander sein, aber hart gegen die Kuffars. Und was sind mit den Suchen, die in der Bibel stehen, wo drin steht, und lasst die... Ich kann dir jetzt nicht alles genau wiedergeben. Ja, das soll ich nicht... Nein, ich kann nicht alles genau wiedergeben. Pass auf, aber wo drin steht, tötet die Frauen, die nicht bedeckt sind. Das kommt alles von der Bibel. Warum? Lass mich mal... Ja, irgendwie sowas. Ich kenne die alle nicht so. Äh, Dea, äh, Rabia, guck mal her, was ich dir gerade eben zeigen wollte mit dem, dass, äh, Dschins oder beziehungsweise so Afrikaner auf, auf der Mohammed geritten sind. Also die waren nackt. Guck mal hier. Abdullah bin Masoud sagte, Rasulallah wollte, dass ich mich ihm anschließe. Also machten wir uns auf den Weg, bis wir an einen Ort namens Kazan kamen. Was bedeutet, dass er sich weigerte, den Namen dieses Ortes zu erwähnen. Also plante er, dass ich ein wenig hinter ihm bleiben und diesen Abstand halten sollte. Als ob ich es nicht täte. Werde ich getötet. Und genau das habe ich getan. Dann ging Rasulallah eine kleine Entfernung voran und er, Mohammed, erwähnte, dass es eine Gruppe von Menschen gibt. Und dann bestätigte Affan die folgende Beschreibung dieser Menschen. Äh, Inshallah. Sie sind nackt und ich kann ihre Genitalien nicht sehen. Groß und dünn. Dann sagte Abdullah, sie kamen und ritten weiter auf Rasulallah. Und Rasulallah las weiter über sie. Und weiter heißt es. Dann sagte Abdullah bin Masoud weiter, sie kamen auch zu mir und drehten sich um mich herum und blieben mir im Weg. Also hatte ich so viel Angst vor ihnen, dass ich mich bis zum ersten Licht des Sonnenaufgangs hinsetzte, als sie gingen. Dann kam Rasulallah und fühlte Schwere und Schmerz, weil sie ihn ritten. Heftig, ne? Heftig. Sie sind dann nackt auf ihm drauf am Reiten. Heftig, ne? So, jetzt pass auf. Kann ich dir darauf die Antwort geben? Du kennst die Überlieferung noch gar nicht. Wie willst du mir darauf eine Antwort geben? Nein, aber das, was du da vorgelesen hast, das ist eigentlich mit Selbstverständlichkeit. Das heißt, da war ein Djinn ins Spiel. Ja, da waren Djins oder Djinn ins Spiel. Und diese Djins können ja in Menschen eindringen. Ach, sind die Djins in deinen Propheten eingedrungen? Warum nicht? So, es gibt... Und dann sagte ich, beleidige. Guck mal hier. Der beleidigt seinen eigenen Propheten. Habt ihr das gehört? Nein, nein. Hör doch mal zu. Als Muslim. Allah hat das alles. Unglaublich. Ihr wisst, über meine Diener habt ihr keine Macht, außer wer dir von den Fehlern folgt. Entweder ist Allah ein Lügner oder Mohammed kein Muslim. Genau. Guck doch mal. Es gibt ein Hadith. Es gibt ein Hadith, wo doch... Da habt ihr auch... Ich weiß nicht, warum ihr alles immer so demütigen müsst. Ich verstehe das nicht. Du hast mich doch gerade gedemütigt, oder? Wo habe ich dich gedemütigt? Ey, bist nicht du derjenige, der hier reingekommen ist und gesagt hat, dass ich beleidige? Und wer hat jetzt gerade deinen eigenen Propheten beleidigt? Du selber. Das ist doch keine Beleidigung. Ich versuche gerade was... Ah, danke schön. Habt ihr das gehört? Das ist keine Beleidigung. Wenn du in einem islamischen Land sagst, mein Prophet war von Dämonen besessen. Weißt du, was die mit dir machen? Hör mal. Es gibt doch ein Hadith, wo drin steht, dass der Prophet Frieden und Segen auf ihn irgendwo in Heilmitte suchte. Irgendwas war doch da. Da gibt es doch ein Hadith. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich will nichts Verkehrtes sagen. Ein Moment, gut. Bitte, Rabia, eine Sekunde bitte. Ex-Mosem, du sagst doch diesen einen Vers bestimmt, wo das mit der Harveste war geflucht wurde, oder? Nein, genau das ist ganz anders. Dann haben wir ein Problem, dann nehmen wir einen Widerspruch, weil der Satan hat keine Macht über deinen Propheten. Aber dann sehen wir doch, dass er verhext wurde. Dankeschön. Vielen Dank. Koran widerlegt. Wir sehen das. Damit er hauptnah dabei ist. Dein Gott Allah sagt, kein Satan hat Macht über meine Diener, nur über die Abgehörden. Dann ist Mohammed dein abgeirrter Ali. Nein, deswegen ist er erst recht der Barmherzigste. Wo ist der fertig? Das könnte nicht mehr wahr sein. Wir waren der gleichen Haut, wie wir eigene Menschen. Man hätte... Ihr seid ähnlicher Mann bis, Rabia. Öffne jetzt Ihre Suche. 15 Vers 42 oder Vers 44. Eins von den beiden Warners. Das müssen wir langsam erklären. Genau, die Suche zeigen. Dann nochmal die andere, damit ihr das versteht. Ich verstehe, Rabia. Wie ist das jetzt vor, wenn du jetzt wirklich ein ähnlicher Muslim bist und nicht von dein Koran gehst? Ein bisschen Hassanat kannst du jetzt ein bisschen sagen. Guck mal, ich hab das jetzt nicht hier zur Hand. Du hast gar kein Koran zu Hause. Ich hab ein Koran zu Hause. Ich hab dir dabei jetzt nicht zur Hand. Nein, du hast es nicht. Amir, guck mal, und das ist wieder die Sache. Warum lügst du schon wieder hier vor den ganzen Leuten? Nein, ich lüge nicht. Ich brauch nicht zu lieben. Dann hol deinen Koran. Mach mal Hassanat sammeln. Siehst du? Und dieses Demütige, was du da tust, das ist... Das ist das Demütige, wenn ich zu dir sage. Das ist wie Stützenge. Ist das Demütige, wenn ich zu dir sage, hol deinen Koran her, damit du Hassanat sammelst? Guck mal, wenn du noch... Das suchst du. Du suchst Aufmerksamkeit durch Streit durch Streit. Dann geh runter, wenn du sagst, dass ich Aufmerksamkeit so... Dann brauchst du mir keine Aufmerksamkeit zu schenken. Denkst du, Allah will dich haben? Guck mal, wie du dich verhältst. Natürlich will er mich haben. Er will mich die ganze Zeit schon haben. Aber ich lasse es nicht zu, dass dieser Dämon mich bekommen will. Allah will dich nicht. Ich will auch Allah nicht. Ali, 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 Ali. Guck mal, ich weiß nur, Ex-Moslem, mir ist egal, warum du auch das oder dies geworden bist oder wie du geworden bist. Ich kann dir nur eins sagen. Es wird irgendwann, irgendwann wird der Tag kommen, wo wir uns am jüngsten Tag wiedersehen und wir sehen, wer die Wahrheit gesagt hat. Jetzt hast du dich gerade noch korrigiert. Du wolltest gerade sagen, dass dich irgendjemand dann wieder sieht. Das wolltest du vorher nicht sagen. Nein, 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 nein. Und dann sehen wir, wer die Wahrheit gesagt hat und wer am Ende wirklich in Höllenfeuer fliegt und wer nicht. Du wirst ja laut deinem Koran ja sowieso zur Hölle fahren, Zuge 19, Vers 70 bis 22. Warum werde ich durch meinen Koran sowieso in die Hölle fahren? Ja, weil Allah das für dich vorherbestimmt hat, dass jeder muss das einmal durchgehen. Nein, nein. Das hat Allah nicht für mich herbestimmt. Sag wohl doch mal deinen Koran aus. Allah hat mir einen Verstand gegeben, um mir den Weg zu geben, was ich mache. Glaube ich an so Leute wie du, lass mich in die Irre führen oder glaube ich an den Koran und mache den geraden Weg. Du bist einer von diesen Teufeln, von diesen Schayatin, die die Muslime in die Irre führen. Ach so, wenn ich dir ein bisschen die Aufklärung hier gebe, ne? Nein, du bist einer von den Schayatinen, wo Allah das sagt. Astagallah, er ist ein Mensch wie wir, Bruder. Er ist kein Schayatin. Aber der Schayatin dazu verleiht ihn dazu, das zu machen, weißt du, Bruder? Ja, das ist das. Und Allah hat vor so welchen Menschen gewarnt. Und Allah hat vor den Menschen gewarnt. Nach Ramadan kein Frieden mehr. Wisst ihr das? Nach Ramadan, da passiert sowas. In Ramadan, wo sowas passiert, gar nichts. Ich habe Frieden gespielt in Ramadan. Ist wirklich so. Du hast Frieden gespürt in Ramadan, ne? Ja, und der Teufel ist mir... Hast du auch im Ramadan den Leuten beigebracht, dass die sich eine Wassermelone auseinandernehmen können, ein Loch da reinbohren und dann sein Glück da reinführen? Eine Wassermelone. Das hast du gerade aus der Einladung. Hast du gesehen, wie die das nicht ertragen können, ihr Lieben? Die kennen das. Das hast du gesagt, nee, du. Wir enthalten uns. Meine Lieben, meine Lieben, für eine Wassermelone. Eine Wassermelone, das kannst du kein erzählen. Ali, hast du schon mal mit einer Wassermelone, was du machst? Nee, Alhamdulillah noch nicht. Ali, ich glaube mir. Ali, hör mal zu. Lass die nur reden, die machen sich selber. Ali, Pavlos. Das zeigt doch, du widerspiegelst gerade deinen eigenen Charakter, oder nicht? Das ist es. Der Typ nimmt Wassermelone zum Essen, aber die Muslime nehmen Wassermelone zum Dagabunga. Ali, vielleicht warst du so ein... Dieser Pavlos, dieser Pavlos ist bestimmt noch Jungfrau, der Typ. Ja. Ja, ja. Ist das, ist das, ist das, ist das, ist das nicht sogar, Adi, hör mal ganz, ganz genau so. Ist das sogar nicht richtig gut, dass man Jungfrau ist, und dann bist du ihr wartet. Bin ich ja auch. Ich bin auch Jungfrau, ne? Hey, dann wärst du aber dein ganzes Leben lang Jungfrau bleiben. Ist das, was ich richtig ist? Wenn ich keine Frau bekomme, dann bleib ich das Leben lang Jungfrau, ne? Mach mal weiter, Ali. Also du bist eine Wassermelone weknacken. Du wirst eine Wassermelone weknacken. Warum das denn? Du hast es auch noch nicht. Noch nicht? Hä? Du hast es zu Wort wörtlich genommen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, man darf, ich muss es interpretieren, ich brauche es eher für deine Frau. Ach so, wer ist denn mit diesem Urteil gekommen? Ich oder du? Hast du nicht gedacht, noch nicht, du willst du eine Wassermelone weknacken? Ne, würde ich nicht. Oder du? Ja, da hast du es selber gemerkt, ne? Jetzt gehen wir mal weiter in den Text. Mein Wester, wenn ihr doch selber merkt, dass ihr eine Katastrophe beinhaltet, warum folgt dir eine Katastrophe? Wisst ihr eigentlich, dass ihr euer Leben in die Hölle reinbebt, dass Jesus Kürtus eigentlich die einzig, was wahr ist? Werfen wir nicht? Weil wir verbrauchen auf einmal, dass man rauskommt. Okay, warum folgt einem Buch, das verfälscht ist? Das verfälscht? Wie würden wir uns darüber reden, was die Bibel sagt? Ja, die Bibel ist verfälscht. Pavlos. Und die Ärzte, die Ärzte Testament ist zufälligerweise in Türkei gefunden worden. Das ist auch interessant, oder? Ah ja, zufälligerweise. Ja, okay, was denn? Zeig mal, was steht denn da? Okay, sag mal, was steht denn da? Sofälligerweise in Türkei. Was steht in Türkei? Ich antworte, wie ihr es wollt. Okay. Ja, antworte mal, was steht denn da? Was denn? Wo? Ja, das erste Testament, das alte Testament, das alte Testament, die in Türkei gebraucht haben. Was steht da? Das erste, nein, ich habe nicht behauptet, dass es das erste ist. Habe ich nicht behauptet. Ja, was ist es dann? Das ist das älteste. Willst du mich jetzt verarschen? Das ist ein Argument. Das ist ein Argument, ja. Das ist ein Argument, das ist ein Argument. Das ist ein Argument, das ist das älteste Testament. Das ist der Prophet Jesus. Du Lügner, 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 du Lügner. Da haben wir die ältesten Schriften in Jerusalem, in Israel, du Lügner. Schon mal da, der erste. Das zweite, wenn es sogar ein Büker wäre, ist es nur immer kein Argument für euch. Es beweist sogar gegen euch. Guck mal, Jesus ist doch zu Angesicht gefangen und hab gebetet. Jetzt kommt der Dame. Helfen euch. Helfen dich, diger Typ. Ex-Muslim entfernen. Warte, Ex-Muslim, der muss hier da reinkommen. Der hat Dings gehabt, ein Wahndreck. Aber ich jetzt auch. Was ist das denn? Ja, warum? Weil TikTok gemerkt hat, was ihr für Heuchler seid, was ihr für Teufel seid. Du bist ein Löwe. War mal da. So, ich hab die erstmal rausgeschmissen. Ich muss erstmal gucken. Bei mir steht, ah, beendet. Die Beerschränkung ist eigentlich beendet bei mir. Ja, ist bereits scharf drauf. Jetzt muss nur der Ex-Muslim nochmal wieder die Einladung senden und dann ist wieder okay. Fertig. Ne, da steht wieder, ich muss ihn entfernen, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Da steht bei mir drin, ne? Bruder Reza. Was ist denn? Ich hab zwei Einschränkungen jetzt bekommen. Bitte, folgt mir mal alle, bitte. Alle folgen. Alle jetzt folgen. Ich mach jetzt innerhalb von 10 Sekunden einen Neustart. Und dann kommt ihr wieder da rein. Alle folgen, bitte. Alle folgen. In 10 Sekunden direkt einen soforten Neustart. Um uns geht, Bruder. Ja. An Allah schickt es erstmal so viele Soldaten, dass er so viele besiegen kann. Dann hat er einen Vers weiter gesagt, ich hab in euch Wichtigkeit gesehen und ich mach es euch jetzt leicht. Und jetzt schicke ich euch, es braucht so viele Soldaten für so viele, dass ihr die besiegen könnt. Mit anderen Worten, er muss sie selbst korrigieren. Und hat den Deutschen richtig eigentlich vergessen. Ja, erstmal sagt der Allah, wenn unter euch 10 Standhafte sind, werden sie 100 besiegen. Also 1 zu 10. Und dann auf einmal schickt Allah sie in den Kampf und sie verlieren. Und dann sagt der Allah im nächsten Vers, jetzt hab ich aber gesehen, dass ihr nicht genug Glauben hattet. Jetzt kann, wenn ein Standhafter unter euch da ist, wird er 20, also wenn 10 unter euch standhaft sind, werden sie 20 besiegen. Also 1 zu 2. Guck mal, was der Allah da macht. Also hat Allah gesagt, hat Allah festgesprochen und hat Allah es gesagt als Prüfung? Nein, er müsste das ja vorher sehen. Ich glaube, er ist als Prüfung. Dann liest doch mal den Vers, das wird sofort klar. Du wirst richtig merken, dass das eine Ausrede ist seitens des Schreiber des Korans. Das ist nicht göttlich. Man wird das sofort merken. Welche Suri? Suri 8, Vers 65. Die Suri heißt Al Anfall. Die Beute. Alle Tippen, mein Lieb. 1, 2, 3, alle jetzt Tippen. Die Buchstiftos machen wir jetzt in 10 Minuten einmal. Ali. Mein Lieben, warum bin ich Ex-Katholik? Geht mal einmal rein in meinen Kanal, fixiert das Video, 150.000 Aufrufe und dann habt ihr die Antwort. Und dann guckt euch das andere Video, was auffixiert ist, wo ich schon rote Pullover habe. Hätte das komplett wie rar gegangen. Dein Video ist wie rar gegangen, 150.000 Aufrufs, heftig. Hast du es gelesen, Ali? Ja, habe ich gelesen. Und? Was hältst du davon? Entschuldigung. Das ist, wenn ein Standpapfer so ist, dann ist es die Wahrheit. Wenn Allah, wenn er es mit dem Koran sagt, ist es die Wahrheit. Also du hast nur das rausgelesen? Ja. Also du hast das nicht gesehen, wie wir das sehen? Nein, ich habe gesehen. Lies mal laut vor, mein Bester. Ja, der muss immer wieder rausgehen, das ist das Problem. Er hat den Koran nicht vor sich. Entschließt euch das mal vor, warte mal. Ja, ich gucke im Internet, mach das. Hast du denn, kann ich Wal-Tandy? Warte, ich habe jemanden. Ich habe jemanden, der kommt jetzt rein und der wird jetzt von uns lesen. Ich stumme mich mal, weil ich bin gerade am Essen, das ist bestimmt unangenehm für euch. Tut mir leid, ihr Lieben. I love yous. I love yous. I love yous. Wie sagt der Michael? I love yous. Bruder, Bruder Erd, Gott segne dich und deine ganze Familie. Ah, wenn dich auch, mein Bruder. Hast du mir ein Hassanat zusammen mit seinem Bruder Erd? Hohmann, dein Koran bitte. Bitte? Hohmann, dein Koran raus. Einen Moment. Und alle Tippe, mein Lieben. Alle Tippe, alle Tippe. Du bist eigentlich für einen sympathisch, aber warum? Mach dieses Hitler nicht, bitte. Guck mal, da haben wir dich nicht geporiert. Du bist recht sympathisch, ich schwöre sogar. Aber mach dieses Hitler nicht, ich küsse dein Herz, bitte. Ich küsse deine Kniekehle. Ich küsse deine Augen, aber ich küsse deine Knie. Du bist ein sehr, sehr cooler Typ. Ich mag dich richtig. Was kann ich für dich tun? Ja, am besten macht kein Fitna und so gefällt mir das. Also, die wie der Koran liest. Also, was sag ich schon, Dicke? Was sag ich schon? Also, nur einfach, Fitna ist ja das, was dich von Allah abhält, weißt du? Deswegen. Sura 8, Vers 65, 66. Und wenn wir streiten, hält es uns von Allah ab. Jetzt zeige ich dir das. Ich zeige dir das jetzt. In aller Liebe und mit Respekt sogar. So. In diesem Fall, Sura 8, Vers 65 und 66. Und Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100... Stopp, 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 stopp. Und wenn es unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Ah. Und das Ganze ist in einem Kriegsgefecht, oder nicht? Das ging ja darum, in einer Schlacht ging es darum, oder? Gerade war 20 gegen 200 und jetzt haben wir 100 gegen 200. Also, jetzt merken wir, 1, 2, wie der Bruder sagte auch, ein Unterschied. Warum hat Allah... Jetzt ist die Frage. Warum hat Allah es nicht vorher gewusst? Der hätte direkt sagen können, mach 100. Er hat es doch schon gewusst. Jetzt hätte ich doch erstmal geschickt. Und dann musst du ein neuer Vers. Sie haben doch den Krieg verloren. Sie sind in die Stadt gezogen, haben verloren. Hat gesagt, Allah... Ja, weil die Menschen geflüchtet sind, deswegen. Ja, aber dann musst du, der muss ja mal Allah ja vorher wissen. Sonst hätte er sich mal suchen. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, es war eine Prüfung. Also, der Gott will, dass sie dann verlieren, oder was? Subhanallah, Allah redet im Herzen. Also, dann ist er da ein Lügner. Allah hat gesagt, wenn es 20 Standhafte gibt... Jetzt sagt er auf einmal 100. Standhafte, und vielleicht war ja keiner, einer von denen kein Standhafte. Ja, aber jetzt brauchen wir 100 Standhafte. Ja, aber waren da 100 Stück? Ja, auf einmal waren da 100 Stück. Aber 20 waren erst mal nicht da, oder hä? Was ist das denn? Ja, das ist das, ja, das ist der Sinn dahinter. Der Standhafte, wenn einer Standhafte ist, was ist, wenn einer ist, der nicht durchzieht? Mein Bester, merkst du nicht, dass dann Allah sich korrigieren musste? Das Allah nicht, es ist ja einfach darum, es ging einfach darum, in verschiedenen Situationen, vielleicht war einer nicht zu viel Standort gewesen, und da hat er einfach mehr Standortes. Ich will jetzt mal gerne wissen, ob der Chat genauso denkt wie du. Ich will das mal einfach mal gerne wissen. Rot, wir haben recht, so wie es gesagt haben, gelesen ist. Blau, er hat recht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die genauso verstanden haben wie du. Hä, das ist so ein Sinn, was ist jetzt falsch daran aber? Ich verstehe das, Ali, guck mal. Ali, ich versuche dir das mal verständlich zu erklären. Der Allah sagt zu den Muslimen, O Prophet, feure die Gläubigen zum Kampf an, sporne sie zum Kampf an. Wenn unter euch 10 Gläubige sind, 10 Standhafte, werden sie 200 besiegen. Und dann auf einmal sehen wir im nächsten Vers und da sagt der Allah und korrigiert sich und sagt, jetzt habe ich aber gesehen, dass ihr nicht so viel Glauben hattet oder Stärke hattet. Jetzt reduziert er die Zahl der Allah, weil er vorher nicht wusste, dass man diese Zahl schon reduzieren sollte. Sagt er auf einmal, jetzt habe ich aber gesehen, dass ihr nicht so viel Glauben hattet. Sind unter euch nun 10 Standhafte, werden sie 20 besiegen. Merkst du nicht den Fehler, wie er sich korrigiert? Nein, das ist doch vorgesehen, hätten die das doch erkannt. Und er hätte es doch extra so wie eine Geschichte geschrieben. Allahs Ausdruck zeigt, oder? Nein, 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 alles möglich. Alles davor. Hör mal genau zu. Was im Koran steht, ist 100% die Wahrheit. Ali, ich mache es für dich einfach. Ja. Ich bin jetzt ein General und du bist jetzt mein Soldat. Du hast, wir haben eine Truppe. Ja, ich habe jetzt 10 Leute. Und ich sage ihr zu der Truppe, wenn fünf Leute gibt, ja, ich sehe hier fünf, okay, ich nehme fünf Leute, ist er schandhaft. Geht raus und ihr werdet 100 besiegen. Ihr geht in den Krieg, ihr verliert richtig, ihr flüchtet um euer Leben, ihr habt nichts geschafft. Und dann kommt ihr wieder zurück, also ich mache es euch jetzt leicht. Wenn ich es sehen gibt, dann werdet ihr die besiegen. Und mit 10 hat es dann geklappt. War ich jetzt, jetzt ist die Frage, bin ich jetzt ein Wissens, wenn ja, warum wusste ich jetzt vorher nicht? Das ist das ja der Punkt, weil Allah wusste, wer es schafft und wer nicht. Und Allah hat nur die Standhaften dahin gebracht. Ich muss mich jetzt verarschen. Das wusste ja gar nicht, dass diese Leute nicht standhaft waren. Eine Prüfung, oder? Weiß was eine Prüfung ist? Was ist da eine Prüfung, wenn er drunter stand auf die jetzt? Warum vergleichst du das 100 mit 10? Sag mir genau, was im Koran steht. Vielleicht sind wir das. Genau das. 100 mit 200. 20 gegen 200. 20 Leute gegen 200. Ja, der macht das groß für dich. Komm, vielleicht brauchst du visuell. Das muss mir ja manchmal sein. Zeig dir das. Zeig dir das. 20 Standhafte. Okay. 20 Standhafte. Werden sie 200 besiegen? Geh jetzt runter bei 66. Nichts. Ups. 100. Wenn es 100 Standhafte. Auf einmal ist es 100. 100 Standhafte. Guck mal, da steht das Wort Standhafte. Hat sich nicht geändert. Geht? Wenn sie 200 besiegen. Werden sie 200 besiegen? Also wusste Allah nicht, dass 20 Standhafte genügen. Wenn er jetzt gesagt hätte, Doch wusste er. Guck jetzt Allah. Wenn Allah will. Er wusste es. Ali. Wenn Gott gesagt hätte, 20 Standhafte würden die besiegen. Aber weil es keine 20 Standhafte gibt, brauchen wir 100. Normale Leute. Dann würden die besiegen. Dann wäre das okay. Aber weil da drin steht, 20 Standhafte und 100 Standhafte. Ja. Da hat Allah ein Fehler gemacht. Eine Mathe Rechnung. Hat er nicht? Ein Fehlerhaftes. Nein. Komm Ali, bitte hör auf damit. Dann erklär es mir doch. Du verwüstst mich, Digga. Ich habe dich nicht verwirrt. Ich habe dich nicht verwirrt. Bruder Amir hat es dir eigentlich genau so exakt erklärt. Genauso wie ich das erklärt habe, so ist es auch. Der Allah verspornt seinen Propheten dazu an, in den Krieg auszuwandern. Und dann auf einmal haben die die Schlacht verloren. Und dann auf einmal kommt der Allah auf den Gedanken zu sagen, jetzt aber habe ich gesehen, dass ihr nicht so viel Glauben hattet. Bibelferse liest. Zeigt mal bitte nochmal. Machen wir nochmal die Kamera an. Guck mal, wo der Islam heute ist. Wo der Islam heute Stand hat. Guck mal, wo der Ali. Wenn du nach dieser Züge gehst, dann haben die Katholik gewonnen, weil ich Katholik zwei im Jahr in Christen. Und hier nur 1,4 mehr. Also auch die Wahrheit erkennen, Bruder. Geh mal bitte, guck mal hier, guck mal bitte, guck mal, was jetzt passiert. Wir haben die Schlacht verloren. Ali, Ali, konzentrier dich bitte. Geh mal bitte zu Vers 66. Guck mal, der erste Satz. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass ihr auch, was? Schwach, was? Schwächen? Euch immer Schwaches. Schwaches. Ja. Schwaches. Weiter. Schwaches angelegt ist. Aha, siehst du? Er hätte das schon vorher müssen wissen. Weil der Allwissen ist der Allah. Also hat er sie bewusst in den Tod geschickt. Und auf einmal haben die die Schlacht verloren. Dann korrigiert der Allah sich. Guck mal hier. Jetzt muss er seinen Fehler ausbaden. Das ist ein Mensch, der hier gerade spricht. Merkst du das, Ali? Jetzt aber hat Allah gesehen, dass in euch nicht so viel glauben. Alles bitte. Komm, die 100.000 jetzt fall. 1, 2, 3, alle jetzt, tippe. Also, Ali, du merkst das jetzt wirklich. Komm, mein Bester. Du warst doch, du bist doch schlau, mein Junge. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du jetzt nicht, das du hast jetzt gar nicht kapiert. Du hast das kapiert. Du willst das ungern zugeben. Richter in Stolz. Gott sagt, den ist runtergegangen. Ist das heftig. Ist das heftig. Das ist auch heftig. Guck mal hier, Jesus ist Gott, hat etwas geschrieben. Suche 68, Vers 49. Jona wird nicht geworfen und verletzt sich nicht. Suche 37, Vers 145. Jona wird geworfen und verletzt sich. Heftig, ne? Wie der Koran sich widerspricht. Heftig. Dreck gucken sowas. Dreck sowas. Das ist gut, Mann. Wahnsinn. Der Friede und Gmade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Gott segne dich an deiner Familie. Gott segne dich an deiner Familie. Gott segne euch alle. Amen. Dankeschön. Das legt auf dein Herzen. Also, ich wollte sagen, erst mal an die Muslime, ich würde gerne euch eine Frage stellen. Ihr glaubt an einen allmächtigen Gott. Martin, Herr Wiesner? Wenn Gott allmächtig ist, wieso kann er nicht Mensch sein? Wieso kann er nicht die Trinität haben? Wenn der Gott allmächtig ist, was bedeutet allmacht? Er ist zu allem fähig. Diese Frage habe ich Ishan gestellt. Ishan Bayam. Das habe ich im Video gemacht. Das hat 40.000 aufgerufen. Ishan Bayam hat darauf geantwortet und sagte, Gott kann alles. Aber es gebührt ihn nicht. Dann war darauf meine Antwort. Wer bist du, dass du als Mensch entscheidest, was Gott zu machen hat und was nicht? Und da war er ganz ruhig. Genau. Sehe ich genauso. Sehr schön. Hatte noch was, was sie auf dem Herzen liegt. Damit wir weiter machen, sobald sie krank brauchen, den hat sich die gesunde... Ja, ich bin wahrscheinlich laut euch krank, aber ich möchte euch sagen, also ich bin natürlich krank. Ich habe gesagt, die kranken brauchen den Arzt, aber du bist ja gesund, weil du Jesus Christus hast, Gott siehst du im Nachfolgsendorf. Ja, aber ich bin Katholik, meine Freundin. Ob so, du bist krank, okay. Ja, ich bin... Nein, Bruder, bitte, bitte, sag nicht sowas. Und zwar... Wir glauben alle an Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wir haben... Deine Musik hat so gleich... Mein lieber Muslim, zu dir komme ich gleich. Keine Sorge. Mein Bester. Wir machen uns ein bisschen knackig. Schau dir bitte mein Video an. Das fixiert es mit 100 pro 60.000 Aufrufe. Und dann kommen wir da rein. Genau. Kamelorin, Kamelorin, gib dir jetzt viel. Kamelorin, komm und es nirn. Kamelorin, Kamelorin, oh ne, Kamelorin. Oskar, bitte, bitte geh in meinen Kanal. Hab ich gesehen, ja. Hast du schon gesehen? Hab ich gesehen, ja. Was sagst du dazu? Ähm, ich sage einmal zu der unbefleckten Empfängnis Marias, zum Beispiel. Deine Kirchenväter hat uns alle bestätigt. Was sagst du dazu? Dass Jesus der einzige Mensch war, der frei von Sünde war. Das ist eine römisch-katholische Kirche, deine Doktor. Richtig. Ja, genau. Die Doktor, genau, genau des Glaubens. Richtig. Dein Nächster, bitte. 1. Korinther 3, Vers 11. 1. Korinther 3, Vers 6. Komm, du hast auch die schnell mal raus. Ich guck mal, ob ich das schnell sag, Kinder. So, hab ich es umgepumpt. 1. Korinther 3, warte. Warte, gut, schnell. Vers 6, genau, genau, warte ich. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hatte das Wachstum geschenkt. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist der Menschen, der in ihm ist, so kann auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes, nur als der Geist Gottes. Warte, wo ist der Vers? Ach, es kommt das 10, Entschuldigung. 1. Korinther, welcher? Kapitel 10. Ich habe mich vertan. Okay, ja, kein Stress kann passieren. Ich habe mich doch vertan. Kamelurin, Kamelurin. Ja, ich hole beste Kamelurin. Auch Sonja Damien Kamelurin. Gib mir jetzt endlich der Kamel her. Fette Bescher und der Pimmel. Ja, von dieser Kamel fiel groß gut. Ja, diese Kamel macht viel Blut. Ja, diese Kamel beste Pipi. Ja, ich trinke sechs Liter jetzt auf Ex. Ja, ich werde niemals in Boden verzinken. Ja, ich will nur trinken ganzen Tag. Gib mir, Kamelurin, das schmeckt hart. Gib mir mein Kamelurin. Ja, das kannst du mit dem Ausmachen. Alle gut. Alle gut. Ich habe einen Remix darauf gemacht. Habt ihr es gehört? Wie gefehlt euch mein Remix darauf? Halb dich. So, da unten steht das erste Korinther, Kapitel 3, war doch richtig. Vers 1, was war das? Vers 11 war das, glaube ich. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. Jesus Christus sagt doch selbst, dass er auf Petrus auf dem Felsen die Kirche baut. Und da steht es auf dem Petrus Dom. Ja, liest mal das vor, was der Kirchenvater Agosinos sagt. Denn Petra kommt nicht von Petrus, sondern bei mir, bei mir sind da Narbenleider drin. Gehst du fünf am Tag beten? Adi, warte mal bitte. Zehnmal. Das ist ganz schnell geklärt, meine Lieben. Keine Sorgen, ich bin voll da. Also, denn Petra kommt nicht von Petrus, sondern Petrus von Petra. Wie auch Christus nicht von den Christen, sondern die Christen von Christus so genannt werden. Und genau so sagt er, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Weil Petrus gesagt hatte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesen Felsen. Also, sagte er, den du bekannt hast, will ich meine Kirche bauen. Der Fels war Christus. War da woher ein Küchen gerufen? Ali, kurz warm. Wo war ich? Petrus gesagt hatte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesen Felsen. Also, sagte er, den du bekannt hast, will ich meine Kirche bauen. Der Fels war Christus. Und auf diesen Grund wurde Petrus selbst gebaut. Denn an anderen Grund kann kein Mensch liegen, als den, der gelegt ist, welcher Christus Jesus ist. So, und das bezeuge ich hier sogar mit dem Liebevers. Erste Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Mit dem ersten Korinther 3, ja. Wir sind erst, erst Grund der Kapitel 3. Ich sehe jetzt gerade den Vers hier nicht. Da steht eine 1. Guck mal, Vers 1, guck mal, Vers 11, guck mal, Vers 1, ja. Guck dir, 10, 6. Guck dir jetzt auf jeden Fall, ich sehe gerade den Vers, der in einer ist hier im Weg. Ich kann das nicht sehen. Ja, ich kann das leider auch nicht sehen. Auf jeden Fall erst Grund der Kapitel 3, und dann steht eine 1 davor, das heißt, irgendwas mit 10. So, und dann werden wir es festlegen. Ich kann es jetzt versehen, Anfang bis Vers 19 durchlesen, dann bist du es schon drin. Ja, ich habe es gerade, 1. Korinther 3, Vers 11. Vers 11. Denn ein anderer kann niemand geben, außer der, der gelegt ist, außer Jesus. Amen. Amen. Also, du siehst jetzt gerade, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Sag Petrus selber, ein geistliches Haus, weißt du, was Eklassier bedeutet? Das heißt Kirche, Gemeinde, Versammlung. Wir sind die Kirche, ein geistliches Haus. Weißt, wer die lebendigen Steine sind, auf die gebaut sind, auf den Eckstein, Jesus Christus, und wer die lebendigen Steine, die drauf sind. Danke, Toni. Dann stehst du es jetzt, mein Bester. Dessen sage ich dir, guck dir die Videos an, schreib dir das auf, du wirst das erkennen. Die Beweise habe ich auch dargelegt. Mhm. Also, erst mal, danke schön dafür. Ach das Maul. Ähm, aber guck mal, schau mal, das andere ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Sola Scriptura ausgehen, wie, ihr wahrscheinlich auch, oder? Guck mal, ich gebe dir den Kirchenvater, dann sagt er dir Sola Scriptura. Warte. Oh, ja, Kamel, ich wandere aus nach dem besten Kamel. Ich gehe nach Saudi-Arabien oder Linden. Ja, ich will viel vor den Ohren lassen, aber nicht wissen, wie diese Pisten. Das sagt die römisch-katholische Kirche, einer der Priester, was auch deine Dokumen ist. Eine der gefährlichsten Ideen der protestantischen, wir sind keine Protestanten, aber egal, ist, protestantische Reformation ist, dass die Schrift in gewisser Weise sich selbst ausdeckt. Nach dieser Auffassung ist die Heilige Schrift so klar, dass wir keine unfähbare katholische Kirche brauchen. Guck mal, was den Kirchenvater sagt. Ja, da sind wieder Namen dazwischen. Kannst du es vielleicht bitte vorlesen? Wenn wir uns aber, um die Dummheit dieser Leute zu schaustellen, ebenfalls zu obenbürgerlichen Bemerkungen veranlasst sehen, so lasst uns von ihrer Toheit, also Dummheit, ablassen und uns von solchen abwenden. Warte. Lasst uns die Heilige Schrift in der Auslegung, die sich von selbst gibt. Und das ist nicht schon der, der sagt, kommt ihr das mal. Aber, da sagen diese Leute, da sagt der hier, da sind alle eure Kirchenvater. Eure Kirchenvater sagen einmal A, einmal B. Aufgrund dessen sind die nicht vertrauenswürdig. Aber wer ist vertrauenswürdig? Die Bibel, richtig? Deswegen hat ja die katholische Kirche auch das bereits aufgehoben, dass der Papst an sich unfehlbar ist. Es ist ein Dogma, das sogar drinsteht, dass der Papst umfehlbar ist, ein Dogma, der ist nicht weg. Und wir sehen, dass eure Kirchenväter eine Katastrophe beinhaltet. Also ist die Tradition fehlerhaft. Und wir können ja nur die Tradition akzeptieren, wenn die einstimmig mit der Schrift ist. Sagt die Schrift A, sagt die Tradition B, haben wir ein Problem. Ja. Siehst du, der ist im Fall weiß ich nur um die Schrift. Hast du was kapiert, mein Mester? Ja, natürlich, klar. Aber schau mal, jetzt ganz kurz. Ich müsste mich mit dem Ganzen nochmal befassen, gerade mit dem Katechismus etc. Aber glaubst du, weil du das als Werk Satans bezeichnet hast auch, glaubst du, dass es heilsentscheidend ist? Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sozen gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wiederum hat Gott gesagt in Römer 16, Vers 17, 18, wer einen Widerspruch zur Lehre mitbringt, was er nicht von uns gelernt hat, so dient er nicht unserem Herrn Jesus Christus meidet sie. Die gesunde Lehre muss doch da sein, ich will doch nicht Lehren haben. Stell dir mal vor, ein Muslim möchte jetzt Christ werden. Ja, wie geht das jetzt? Katholiken sagen das, Orthodoxe sagen das, der Charismatiker sagt das, der andere sagt das. Was ist das denn? Nein, eine Lehre, nicht lehren. Jesus Christus hat immer bezeugt, eine Lehre, nicht lehren. Das ist sehr wichtig. Schreib dir das auf, Römer 16, 17, 18. Römer 16, 17, 18. Genau, Kapitel 16, Vers 17, 18. Ja, ich schaue sofort nach. Mach das, mein Bestand. Mein Lieber Adi, wir kommen jetzt auch sofort zu dir, weil du bist ja so von da, mein Bestand. Was steht denn da, Römer 16, 17, 18? Steht da nicht drin, der wäre im Widerspruch zur Lehre als? Genau, genau. Der soll spalten, also der im Widerspruch zur Lehre, der ihr gelernt habt, Spaltung und Verwirrung verursachen, haltet euch von ihnen fern. Denn diese Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem Bauch und sie verführen durch ihre schönen gewandten Reden das Herz der Arglosen. Siehst du, Arglose sind gut Menschen gemeint. Siehst du? Und deswegen kein Widerspruch zur Lehre akzeptieren wir. Entweder eine Lehre mit der gesunden Lehre und die Schrift sagt selbst von sich aus, erbaut, ermutigt und errettet. Also siehst du, mit der Schrift mache ich nichts falsch. Mein Bestand, befasse dich, schau dir meine Videos an. Ich habe viele Videos dagegen gemacht, gerade wenn du ganz nach unten auch noch scrollst. Ich habe einige Videos damit gemacht. Ich habe mit Katholiken debattiert. Ich habe mit einem Priester aus der römisch-katholischen Kirche debattiert. Gehe meinen YouTube-Kanal, Link in der Bio, da findest du jetzt ein anderes Video, aber in meinem Kanal findest du das Video. Mit einem Priester habe ich debattiert. Schau dir lieber das an, dann siehst du die Antwort selber. Weil wenn du siehst, dass ich mit dem Priester debattiere und der Priester selbst zugibt, dass er das Wort Gottes nicht unterordnen will, weil er sagt, ich ordne mich doch nicht Paulus unter, sagt der Priester. Zuerst der Timotheus, weil Paulus hat Timotheus geschrieben, also er ordnet sich nicht das Wort Gottes unter. Weil wir es ihm bewiesen haben. Er wollte das nicht akzeptieren, dass es ein Widerspruch ist. Und im Gebet finden wir unsere Ruhe, oder? Im Gebet? Ja, Amen. Aber was wäre, wenn du zu einem falschen betest? Was machen wir dann? Der Hindu findet seine Ruhe, wenn er seine Meditation macht. Beten den Schöpfer der Menschen an. Derjenige, der die Welt erschaffen hat, der die Menschen erschaffen hat, genau ihn betet. Mit dieser Absicht. Okay, und was machten wir mit Allah? Alli und zu wem betet denn Allah? Allah betet nicht. Doch Allah betet. Zure 334, 56. Allah betet nicht. Allah betet. Doch, Allah betet. Doch, Allah betet. Doch, Allah betet. 334, 56. Da steht Sallah. Was heißt? Yussaluna. Ja, und es kommt so mit so Wörter, die Zweidingsschweichung, ich kenne ich mal. Aber ich weiß nicht, dass Allah sich selber nicht anbetet. Ach ja, irgendeine Mal. Januar, weins in Israel, Bukhadi. Ich glaube, es ist ja Bukhadi, 6593, das ist auch heftig. Aber erst hast du den Katholik, hast du verstanden, mein Bester? Ich gebe dir noch eine Stunde. Ich gebe dir noch eine Stunde, sehr klar. Ich schaue dich auch deinen Kanal an. Also erstmal vielen Dank. Mein YouTube-Kanal, schau dir das mit dem Priester. Mach lieber, mach lieber, das ist, glaube ich besser, wenn ich das dir jetzt selbst so erkläre, mach das, vertrau mir. Gerade das Ende ist wichtig. Schreib dir das auch. Er ist der Timotheus, Kapitel 3. Wo Ex-Mos mit reingekommen bist du, was du an die Fitnein gekommen bist. Hast du gemerkt? Hast du selber gemerkt? Ali, lass bitte kurz, lass bitte kurz. Ali, erzähl doch nicht, ich bringe mal Stimmung rein. Warte, ich gebe dir kurz in die Befestigung, dann sind wir los und fertig. Warte, Ali. Warte, Ali. So, 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Da steht drinnen, bei euch Übersetzung, Bischof, ältester, die ist auch der Bischofsdienst. Da sehen wir, du musst Mann einer Frau sein und du musst Kinder haben. Und Vers 4 und 5 sagt ganz klar, wenn du nicht mal schaffst, die Christi zu erziehen, wie willst du dann für die Gemeinde, also für die Kirche sorgen? Also schau mal, ich bin auch großer Gegner des Zölibats. Was ist aus der Römerstadt durch die Kirche? Zölibat ist Pflicht, wenn du Priester oder Bischof sein willst. Pflicht, also sprich nicht gegen die Bibel. Mag sein, 1. Timotheus welcher? Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Lies das mal ganz laut vor und dann hast du direkt die Antwort. 1 bis 5. Das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untatlig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern besonnen sein und würdiger Haltung gastfreundlich fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er muss seinen eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allen Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Und schon hat die römisch-katholische Kirche sich jetzt kaputt gemacht. Nehmen wir ein Kapitel weiter. Ein Kapitel. Kapitel 4. Bleiben wir ganz kurz hier. Ist Kinder in diesem Zusammenhang nicht metaphorisch gemeint? Nein, 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 Mann einer Frau und Kinder. Und wenn er seine Kinder nicht vorstehen zu weisen hat, wie wird er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? Also für die Kirche sorgen? Aber ich verstehe das. Dann kann er die nicht mehr erziehen, wenn er nicht mal sein eigenes Haus vorzustehen weiß. Seid ihr, die immer darauf argumentiert, mit Haus, mit Kindern? Ihr seid es immer. Mit der Argumentation, wie ich dir am Babytauf ankomme. Also, jetzt gehen wir ein Kapitel weiter. Jetzt hast du die komplette Antwort. Ein Kapitel. Kapitel 4, 1 bis 5. Oh, Kapitel 4, 1 bis 5. Ja, ja, ganz ruhig. Lies doch vor. Der Geist aber sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Sie werden sich betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden. Kurzer Stoff. Dämonische Lehren werden die genannt, richtig? Wie bitte? Dämonische Lehren werden die jetzt genannt, richtig? Ja, genau. Den Lehren von Dämonen zuwenden. Okay, jetzt nichts weiter. Getäuscht von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrannt macht ist. Sie verbieten die Heirat und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Stopp. Wer verbietet zu heiraten? Die römisch-katholische Kirche, wenn du Priesteramt und den Bischofdienst machst. Wer verbietet am Freitag gewisse Speisegebote in die römisch-katholische Kirche? Die orthodoxe Kirche macht das am Mittwoch, diese gewissen Verbote, gewisse Speisen zu essen. Die orthodoxe Kirche sagt wenigstens noch freiwillig, aber selbst sogar in der orthodoxen Kirche darfst du den Zölibat machen und eine ganze Kirche leiten, was auch eine Ehrlehre ist. Siehst du, was 1. Timotheus 4 gesagt hat? Paulus hatte die dämonische Lehren genannt. Also wenn ich sage, dass die dann dem Teufel folgen, sage ich das mit Recht, weil ich aus der Schrift zitiere. Jetzt guck dir das an mit dem Priester und darauf antworte ich. Und wenn du die Stelle siehst, was wir dem Priester vorgelesen haben, weißt du, was die Antwort war von dem Priester? Ich ordne mich nicht Paulus unter. Bei Timotheus' Brief hat Paulus geschrieben. Und was sagt die Schrift? Egal welcher Apostel, der Heilige Geist hat eigentlich geredet und die Anordnung gegeben. Also hat er mit anderen Worten gesagt, der Priester, ich ordne mich nicht Gott unter. Das ist ein römisch-katholischer Priester. Und das ist auch im Katholizismus falsch, was er betreibt. Auch allein der Lehre der Katholischen. Aber du merkst jetzt die Widersprüche, weil er gemerkt hat, was muss ich jetzt schützen? Die Bibel oder jetzt die Kirche? Und dann wollte er sich die Kirche schützen. Siehst du, dass da ein Widerspruch kommt? Schau dir das an und jetzt mach ich weiter mit dem Muskel, weil dessen suchen, das ist auch wichtig. Aber du hast jetzt vieles kapiert. Ich bete für dich und die Geschwister sollen auch für dich beten. Und mein Bester, ich folge dir, du kannst jederzeit immer wieder reinkommen. Dankeschön Bruder, ich wünsche euch und deine ganze Familie. Gott segne euch, Amen, Dankeschön. Amen. Dank dir, Herr, mein lieber Gott segne dich. Sehr schön, jetzt hat der Stream sich gelohnt. Und jetzt gehen wir zu dem Muslim, damit er genau so einsichtig wird. Bruder, Rami, bitteschön. Ja, allein dieses Vorbild musst du sofort ablehnen. Du siehst ja, anhand dieses Vorbild kannst du auf keinen Fall ihm nachfolgen. Denn aus dir wird dann ein ESP-Famm ist der Beste. Also, guck mal, ich habe eingeschrieben, alle Propheten sind die Besten, weißt du? Aber du machst es schmackhaft, nur zu sagen, dass Muhammad der Beste ist, weißt du, was ich meine? Ehrlich, also du findest jemanden, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, der beste Mensch der Welt? Aber er hat sie doch nur aufgezogen, guck mal, zum Beispiel. Aufgezogen mit was denn? Gucken die Frauen an, Bruder, wie sind sie angezogen, wie halten sie sich? Er hat sie aufgezogen und bis sie 14 Jahre alt war, hat er sie nicht angefasst. Er hat sie doch mit neun Jahren auseinandergenommen. Nein, Astagfirullah. Doch, sondern auch wieder gut, 21, 21, 21, er hatte mit mir eine sexuelle Beziehung, als ich neun Jahre alt war. Ich zeigte das. Ali, was machst du denn da, Ali? Ja, Ali, guck mal. The message of Allah married you when I was six. Du weißt schon, es gibt Hadithe, die gefälscht sind. Ali, ich bitte dich, mach keinen Unsinn jetzt. Guck mal, Shahid, Hassan. Es gibt aber auch sowas. Gefälscht Hadithe, es gibt auch irgendwelche Leute. Was heißt denn, okay, welche Voraussetzungen müssen, Ali, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, Ali, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, dass man hier Sahih einstufen kann? Na, warte, komm, hör mir doch kurz zu. Was ist, wenn in diesem Moment derjenige, der es als Sahih eingestuft hat, vom Schaitan beeinflusst wurde? Aha, gut, gut, aber sehr gut. Also sind fünf Gelehrte, die die Sahih einstufen sind. Ja, aber wenn du dir so vorgehst, dann kannst du ja bei jedem Hadith sowas sagen. Das ist doch Quatsch. Na, ja, könnte ich, ja, das stimmt. Ja, also wo kriegen wir dann hin? Da brauchst du gar nicht mehr dieser Religion zu folgen, wenn du so drauf bist. Na, aber die Hadithe und du kannst mit deinem eigenen Herz herausstimmen, was stimmt und was nicht stimmt. Nee, das ist einfach nur, weil du dich schämst. Der Quran ist eine Rottlage für die Insta. Aber weißt du denn, wer noch dämonisch beeinflusst worden ist? Werde. Mohammed, als Prüfung erstes und zweitens als mit Empathie für Mohammed selber. Wann wurden denn die letzten zwei Suchen überliefert, die Suche 113 und 14? In welchem Zustand hat sich dann Mohammed dann befunden? Nachdem er verflucht wurde, als Baumherzigkeit Allahs gegenüber. Während er verflucht ist, hat er diese Offenbarung doch bekommen oder nicht? Ja, als Baumherzigkeit von Mohammed hat er sie bekommen, um zu befreien. Ja, okay, aber wenn er doch dämonisch beeinflusst war, warum glaubt ihr dann noch an diese zwei letzten Logen? Ja, weil er... Du sagst doch selber, er wurde von dem man beeinflusst. Er hat es doch extra erlaubt, damit er weiß, wie er sich spielt, damit er Empathie aufbaut. Ja, weil wir können die Empathie haben, wie man sich hineinverlebt, oder nicht? Meine Diener habt ihr keine Macht, außer wer von der Verrieren folgt. Allah hat zu Schaitan geredet. Leute, es tut mir leid. Guck mal, das bedeutet... Ich muss zum Nachtgebet gehen in die Moschee. Ich wünsche euch... Du betest in das Universum rein. Ali, da Allah behauptet, dass die Erde flach ist, du betest ins Universum hin. Ja, ehrlich, bitte. Wir sind hier in Deutschland, Saudi-Arabien ist unter uns und nicht da, wo du hinbetest. Wo sagt er, dass er die Flache ist? Suche 79, Vers 30, Suche 88, Vers 20. Möge Allah die Rechtsleitung geben, in der Herzen, amin. Nee, möge Allah die... Komm, wieder rein mit Linksleitung geben. Wir sind wieder gesund und unkabist. Was soll ich denn in diesem Paradies mit Jünglingen, die mich bedienen? Aber wir sind auch eine eigene Oma, so auch. Soll ich jetzt in Allahs Himmelreichung meine Tante, Omas und Nichten zu begüben, oder was? Im Machtgebiet ist die Hälfte... Ich danke dir, Ali, ich danke dir. Traurig. Nehme den Nies, Ali. Da singe ich ja lieber meinen Kamelurin-Song, hab ja mehr von, ne. Servus. Für Gottes Segen. Was liegt auf den Herzen, Coach Achmed? Für Gottes Segen, Abi, Amir. Was? Für Gottes Segen. Willst du wieder am Essen? Ja, Danny, wieder am Essen? Ja. Ja, du Kleine. Oh, Kamelurin ist für uns alle da, nehm einen Schnurrkohr, der Superman. Äh, Amir. Ja, diese ganzen Kamele wollten nicht kommen, aber ich hab sie zusammengestrommelt. Kannst du diesen Paui-Torin? Paui-Torin, wo ist Paui? Der mit schwarzer Farge, er will rein. Der mit schwarzer Flagge, ich tröde ihn rein, kein Problem. Coach Achmed, ich danke für den Paui. Das ist so dead, wie sie schießen, sie nach Schietz rein macht. Und so, wegen, Paui. Jetzt, was liegt auf den Herzen? Ja, mir liegt viel liegt auf den Herzen. What are you talking about, boy? Hey, du kannst auf, kein Problem. das war eine schlaue entscheidung immer das gleiche ja das sind ja auch noch das sind noch nachschieds von dings vom islamischen staat immer das gleiche ich möchte was sagen ich möchte kurz sagen ich habe ja warte ich habe ein video gemacht das ist schon mehr 10.000 bis bis jetzt wo ich gesehen habe ich hoffe es wird immer mehr ich habe anders ist da so eine debatte herausgefordert der soll zu einer debatte stehen alle muslime die das sehen sollen anders ist haben anschreiben und sagen pavos und ex muslim möchte gerne eine debatte haben ja gewonnen gerne mit schön in der öffentlichkeit sowie anders ist doch gerne eigentlich auch wollte ist gar kein problem aber hier entdeckt auch weil das geht ganz schnell und ganz knackig und die thema ist ist jesus christus der wirklich der wahrhaftige gott beziehungsweise die wahrhaftige weint und es ist ist der islam eine wirkliche katastrophe und komplett verfälscht wirkliche katastrophe hat das alles alles anders islam schreibt rein geht dann ein video rein macht alle erneut veröffentlichen und liken damit das noch mehr leute dann sehen anders ist lang neu nicht verstecken und soll man mit richtig wiedergeborene christen der will der will die auch sich treffen und daraus ein riesen spektakel machen nur mit der will das war mit anderen wäscherchen geht hier doch die gelung marcel krass aufkommen marcel krass wurde marcel krass gehabt der bruder haben wir mit einer der der vogel der traut sich auch nicht einmal zur debatte mit ihr ne der traut sich nicht einmal bei dir rein zu kommen bei mir sowieso nicht aber der diskutierte auch mit niemanden also der redet mit ein kind das ist mit ein kind hast du gesehen auf der bühne mit so einem kleinen jungen ist ja genau das haben wir sollten die russmann damit kann ich ja ich tue ich gleich bei dir schick mal wieder einladen ja ja warst du heute schon freitagsgebet natürlich ja wozu nicht schon tausend mal von john kass joker widerlegt warum redest du von nagell anzureden das ist nicht gut für dich sagt nein zum stein und sage dich los von allas bein sonst wird es eine menge pein amin es wirkt es ja wie alt war ein ich ja sechs wie alt war maria habe keine zeit über die reife wie alt war rebecca haben wir keine zeit dann was sagt die katholische kirche ist egal dass die katholische kirche ist egal dass die katholische kirche sei dank dass du hier warst unglaublich als als wäre die katholische kirche für uns ein maß statt ist unglaublich er wurde einmal zu oft gebooster wurde kamen organisiert party hello mr party ist mal party machen aber er kommt nicht rein also seine verbindung ist party party mit einmal waschen und neunfrochen party party mit bocardi dr schick wolltest du was zeigen weil ich habe wirklich zu viel oben was wolltest du was schönes zeigen was schönes zeigen ja du wolltest doch was zeigen was euch zeigen durch mein bizeps mal schauen was so kommt dann kann ich ja was schönes zu haben ich wollte mal fragen wie es euch eigentlich geht du hast direkt geschrieben wir können da warten ah ja machen wir es doch anders warum nehmst du den jesus christus sicher weil ich ihn nicht annehme ne weiß ich nicht mehr begründung weil ich ihn nicht annehme warum bist du ein bezeugter muslim weil ich ein bezeugter muslim bin ja was bezeugt dich denn jesus ich folge den koran ja was bezeugt dich was hat dich bezeugt also dass du sagst ja man jetzt kann ich das definitiv bezeugt das ist die wahrheit weil das wort gottes ist das sagen auch die hinduisten die buddhisten und was weiß ich wer das noch sagt ex hallo was seht dir auf dein herz gottes seht ja ich hatte viele fragen also an die muslimischen leute hier die nicht an jesus glauben und ich wollte fragen wer denn im koran der mächtigste prophet ist das war so eine frage die ich gehabt habe weil ich habe gehört dass jesus im koran sehr viele fähigkeiten hat die andere nicht haben ja da bist du jetzt kein muslimer die kann dir jetzt die freien sparen zu haben liegt dir noch was er hat ja auch der hat ja auch tote auferweckt geheilt und so weiter und so fort er hat ja auch da sachen gemacht und das ist auch der einzige neben musa und so weiter sage ich nur so die richtige wunder bewirkt haben also richtige wunder bewirkt haben also geschriebene kein anderer hat das gemacht der mohammed hat kein einzigen wunder gebracht kein einzigen außer die angebliche mundspalte die nicht existiert nur mit zwei zeugen und das war morgen mit selbster zeug vier blocs legt dir noch was auf den herzen jetzt gerade nicht auf jeden fall finde ich eure arbeit gut die ihr macht und viel kraft weiterhin und ich schaue mir das immer gern gespannt an auf jeden fall sehr schön und dann immer den herren wir sind nichts wert das weißt du ja doch wir sind auf jeden fall was wert aber ich weiß wie du es meinst ja Gott segne dich und deine familie auf jeden fall gleichfalls das ist ein ganz heftiger arme ist nur für dich das ist nur für dich bruder arme Gott segne dich was geht das ist immer noch nicht losgelassen ich wollte ich bin wegen arme hier ja amir ist hier amir i missed you bro i miss you you miss me so beautiful nein kannst du einmal für mich so einmal meinen Namen schreien dein Name schrei mal wieder so wie vorhin mein Name you miss me and you kiss me schrei mal einmal meinen Namen nochmal so einmal in Camel Pispi and you miss me and you miss me hey Pablo was willst du was was passiert schrei mal einmal meinen Namen nochmal ich habe was besseres mein bester genau das habe ich für dich so meine Lieben ich möchte was bekündigen das ist mir wichtig dass die Zeit müssen wir uns nehmen denn Herr Jesus Christus der einzig wahre Gott der Allmächtige ich sage euch wenn ihr ihn annehmt ihm nachfolgt von neuem geboren seid so werdet ihr das ewige Leben bekommen wie ihr heute von neuem geboren werdet altes sündige Leben wegschmeißen neues Leben mit Jesus Christus beginn und ihn annehmen und ihn nachfolgen mit ganzem Herz und mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und meine Lieben ich sage euch wenn ihr anerkennt dass Jesus Christus euer Gott und euer Retter ist so werdet ihr das ewige Leben bekommen denn Gott wurde Mensch für euch aus Liebe hat er das gemacht 1. Johannesbrief Kapitel 5 und schon seht ihr die Liebe Gottes ein schöner Liebesbrief an uns gerichtet Vater, Sohn, Heiliger Geist die drei sind eins ein Wesen, ein Gott Johannes 3, Vers 3 wird von neuem geboren wird das Reich Gottes auch bekommen Amen so mein Lieber muss den Gott segnen dich und deine Familie was segt dir auf dein Herz ist der Heilige Geist ein Taube eine Taube oder ein Engel ich wollte gerade was fragen ja mein bester auch damit der ist keine Taube steht geschrieben er leitete wie eine Taube aber ist keine Taube das muss unterscheiden deine nächste Frage aber warum in der Kirche sind überall Bilder von ihm mit links da Tauben sind wir eben nicht überlegen also warum ist Allah dein Schienmann hä warum ist Allah ein Schienmann ich grille von Holy Sprite sein nächster sein Flügel der Maniac der Peach der Peach da war wieder islamische Reinheit islamische Reinheit und Klarheit irgendwie der Herr in die Kirche ging ja ja Gottes Segen was segt dir auf den Herzen grüßt euch alle Tippen die 100.000 jetzt voll 1 2 3 jetzt alle Tippen also warum das ist eine Frage in Amir er hat es mal irgendwie erklärt gehabt wie nennt man das nochmal dass man im Islam unbedingt etwas machen muss um der Religion anzugehören und im Christentum nicht du meinst hier den Islam annehmen als Zwangsmaßnahme oder was ne also du musst ja du musst ja beten du musst ja spenden oder sonstiges um dann tatsächlich als Muslim ja du musst ja all diese Dinge erfüllen sonst bist du ja nicht gläubig oder ja das sind die 5 Säulen des Islams ja genau du hast letztens ein gutes Wort dafür gehabt dass irgendwie eine ja so ähnlich wie eine Religion wo du etwas tun musst weißt du was weißt du was ich meine oder ich glaube du meint den Dschihad vielleicht nein was für Dschihad nein du meinst Werksgerechtigkeit Werksgerechtigkeit ja ja genau danke dir ich hatte heute nämlich eine Diskussion und mir ist das Wort nicht eingefallen ja genau der Islam basiert auf Werksgerechtigkeit wenn du so gute Daten getan hast ist das ein Grund und du darfst nicht beispielsweise einfach das ist zwar das ist zwar kein Grund dass der Allah dich ins Himmelreich lässt aber das ist schon mal etwas Gutes dass du das so sammelst also unlogischer geht es gar nicht mehr obwohl man ja darum geht es ja ist das sowas wie Handy oder so Allah auf Werkseinstellungen zurücksetzen ja genau ja du kannst zum Beispiel nicht du kannst zum Beispiel nicht daheim wenn es dir mal nicht gut geht und du zum Beispiel nicht die Gebete sprechen kannst oder sonstiges oder nicht betest kannst du nicht sagen ja lieber Gott verzeih mir sonstiges weil du bist einfach ungläubig ja also der Islam beratiert ja du musst was tun Jesus Christus sagt du musst an mich glauben und nachfolgen und wir sehen ja wenn man den Glauben und nachfolgen machen wir automatisch die Berge aber der Glauben ist dass er dich rettet und es gibt keine Religion die gezeigt hat dass Gott Mensch wurde und für dich gestorben und auferstanden ist damit du gerettet wirst also es gibt keine Religion jeder wollte so sein wie Gott aber Gott wollte Mensch werden damit wir gerettet sind ist das nicht Liebe ja nicht wahre Liebe du kennst nur Liebe in diesem wunderschönen Buch was meinst du? in dem wunderschönen Buch der Bibel findest du nur Liebe glaube ich die habe ich jetzt noch nie gelesen aber wer liest das heute? bist du von deinem Geburt mein Bestes? nee ich bin ehrlich ich bin da so ein bisschen zwiegespalten also also ich bin also also auf jeden Fall ist alles logisch und ich sehe das auch so wie ihr aber ich habe mir nie die Zeit dafür genommen aber so ein Kindergarten ja Biergarten Geschichte hier wie wie heißt das gerade die Biergarten Geschichte genau ja Islam achso ich dachte da glaube ich nicht dran wer bist du was ist die Wahrheit und du wirst schon finden wenn die Schriftsach besucht wer findet wer klopft den Blick öffnen ja vielleicht irgendwann wer weiß ja irgendwann vielleicht irgendwann schiebst du was dann ja ich weiß nicht aber guck mal ich mache ja schon den Start ich bin ja hier darf ich dich mal was fragen klar ich habe das jetzt nicht so verstanden du bist jetzt du bist jetzt kein Moslem richtig richtig ja aber hast du dir nicht mal die Frage gestellt was ist eigentlich der Sinn des Lebens warum existiere ich warum existiert die Welt warum gibt es überhaupt Leben verstehst du warum gibt es warum existieren wir eigentlich das ist doch eine berechtigte Frage oder auf jeden Fall viele Völker sprechen doch von einem Gott so du siehst es gibt so viele Religionen und jeder vermarktet und verkauft immer was anderes aber es gibt doch nur einen Weg in den Himmel und einen Retter und wenn du dir die Bibel mal durchliest im Alten Testament sagt Gott sagt selbst ruf mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich verherrlichen weil du hast einen Anspruch darauf du hast das Recht noch Gott zu fragen weil wenn du jetzt so in den Tod gehst musst du für deine Sünden bezahlen die Bibel sagt der Lohn der Sünde ist der Tod weil wir alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt es gibt keine guten Menschen und die Bibel hat mit allen Recht gehabt und deswegen würde ich dir empfehlen dass du einfach mal Gott fragst Gott ist ein Gentleman dass du einfach fragst Gott gibt es dich gibt es dich wer bist du warum existiere ich gibt es da oben einen Schöpfer der hier alles erschaffen hat und du wirst eine Antwort bekommen das ist ein Versprechen ich verspreche es dir du wirst eine Antwort bekommen weil weil wenn du jetzt sagen wir mal du sagst ich hab noch Gott gefragt aber er hat mir nicht geantwortet nein 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 weil du hättest dann eine Ausrede vor das Gericht Gottes weil dann hättest du sagen können Gott ich hab dich doch angerufen aber hast du Gott vom ganzen Herzen angerufen und ihn gesucht weil dieses Leben ist vergänglich das weißt du du bist nackt geboren und nackt stirbst du kannst nix mitnehmen wenn du auf den Friedhof gehst guck mal die Toten konnten nix mitnehmen gar nix so wie du nackt geboren bist so sterbst du auch wieder nackt das Leben ist ein Haschen nach Wind wie eine Blume du siehst auf dem Feld eine Blume sie geht auf und dann ist sie wieder kaputt und so ist auch der Mensch du weißt nicht wann du sterbst du kannst noch so viel haben das Leben hier kannst du dir nicht erkaufen und du weißt nicht wie lange du lebst du weißt nicht wie viel Zeit du noch hast deswegen nutzt einmal diese Zeit aus was ist der Sinn des Lebens was ist die Wahrheit weißt du was die Bibel sagt ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen denn ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben es ist ein Versprechen die Bibel sagt auch die Bibel sagt aber auch wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht so werde ich mich von euch finden lassen das heißt Gott wird dir eine Tür aufmachen aber es ist deine eigene Schuld weil du hast einen freien Wille du kannst machen was du willst Gott gibt dir diesen freien Wille aber er möchte dass du zu ihm kommst mit diesem freien Wille nicht mit Zwang weil Gott zwingt niemanden zu ihm zu kommen er möchte diesen freien Wille er gibt dir diesen freien Wille und er möchte dass du zu ihm kommst er will nur dein Herz haben nicht deine Werke nur dein Herz und deswegen heißt es ja tut Buße und kehrt um weil Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben bekommt und der Herr Jesus sagt ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt auch wenn er sterbt er wird leben das ist ein Versprechen was heißt denn ewiges Leben ewiges Leben heißt guck mal du musst dir das so verstehen du wirst ewig mit Gott sein ewig du wirst ewig ewig mit Gott in der Ewigkeit verbringen dein Körper du wirst nicht sterben du wirst ewig nicht am existieren aber du wirst sowieso guck mal du wirst sowieso ewig nicht die Frage ist in der Hölle oder im Paradies genau und wenn wir mal ehrlich sind wenn wir jetzt ehrlich zu dir sind hast du schon mal schon mal einmal in deinem Leben gelogen ja klar siehst du und die Bibel sagt alle Menschen haben gesündigt alle Menschen sind böse es gibt es also keine guten Menschen weil sie alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben sie lieben das Vergnügen mehr als Gott weißt du warum der Mensch Gott verlassen hat weil er liebt das Vergnügen mehr als Gott denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht denn ihre Werke waren böse weißt du wann der Mensch Gott anruft ich sag dir wann der Mensch anruft wann der Gott anruft wenn du im Krankenhaus bist und du hast nur noch drei Tage Zeit zum Leben dann ist es meistens im Fall so dass sie dann sich darüber Gedanken machen weißt du wenn es den Menschen dreckig geht schlecht geht dann ist es so dass er dann im meisten Fall Gott anruft und deswegen gerade wenn es uns sehr gut geht hier wo wir alles in Hülle und Fülle haben sollten wir doch Gott danken und ihn anrufen und sagen danke Herr dass du das alles hier gesegnet hast frag ihn einfach und du wirst eine Antwort bekommen das ist ein Versprechen ich verspreche es dir das hast du sehr schön gesagt Bruder die meisten Leute gehen nur zu Gott immer wenn es ihre letzte Hoffnung ist soll ich dir mal was sagen ich möchte einmal was sagen damals wo ich mit vielen Kollegen war ich sag dir ehrlich ich hab viele Kollegen gehabt die viele kriminelle Sachen gemacht haben aber sie waren nie glücklich die haben Range Over gefahren die haben Porsche gefahren die haben auch die haben auch illegale Sachen gemacht kriminelle Sachen aber sie waren nie glücklich die hatten nie diese Erfüllung gehabt sie waren immer gestresst immer so undankbar obwohl die so viel Kohle hatten Frauen hatten Autos hatten sie waren nie glücklich und weißt du was der Herr Jesus sagt der Herr Jesus sagt kommt alle her die ihr mühselig und überladen seid ich werde euch meinen Frieden geben den euch die Welt nicht geben kann die Welt kann dir also keinen Frieden geben ich sag dir warum wenn du 10 Millionen Euro hast du bist für eine kurze Zeit glücklich aber das vergeht es vergeht alles ist ein Haschen nach Wind das vergeht aber der Gottesfrieden ist ewiger Frieden ewige Ruhe das heißt du kannst jetzt der ärmste Mensch der ganzen Welt sein und du hast einen Frieden in dir weil Gott gibt dir diesen Frieden diese Welt kann dir keinen Frieden geben diese vergängliche Welt ist ein Haschen nach Wind verstehst du und diese Leute die ich gesehen habe sind bis heute unglücklich obwohl die so viel haben Häuser haben Golduhren haben sind alle unglücklich aber was wenn du wenn du Frieden hast ohne Geld wie meinst du das du kannst nicht diesen Frieden nur Gott kann dir diesen diesen Frieden geben das ist vergänglich das ist vergänglich ich weiß was du meinst aber das ist vergänglich aber hast du Frieden ich habe eine Frage hast du Frieden wenn du nur noch sagen wir mal du hast nur noch 30 Sekunden zu leben weißt du was in dir ausbricht eine Unruhe eine Unruhe ich warte wenn du nur noch 30 Sekunden zum Leben hast weißt du was du denkst wo gehe ich jetzt hin aber warte ein wiedergeborener Christ wenn er nur noch 30 Sekunden zum Leben hat er weiß er geht nach Hause wo der Herr Jesus am Kreuz war mit den zwei Verbrechern der eine hat ihn erkannt er hat gesagt gedenke an mich wenn du in dein Reich gehst wahrlich ich sage dir du wirst heute noch mit mir im Paradies sein diese Worte sind nicht das sind keine toten Worte das sind lebendige Worte aber es liegt an dir du hast den freien Willen ich sage dir das nur du kannst machen was du willst du bist ein freier Mensch aber die Konsequenz ist es wird abgerechnet mit deinen Taten weil Gott sieht alles alles was deine Gedanken was du in der Finsternis tust er weiß bevor du schon was redest er weiß das also du musst du musst davon du musst damit diese Konsequenzen auch tragen es wird abgerechnet werden weil stell dir vor du bist vor Gericht und der Richter sagt du bist schuldig und will den Hammer auf den Tisch hauen und dann kommt auf einmal einer und sagt ich bezahle diese Schuld ich nehme diese ganze Schuld auf ihn also ich bezahle dafür was würdest du mit diesem Menschen machen du würdest ihn lieben du würdest sagen warum hast du das für mich getan warum bezahlst du meine Schuld du kennst mich doch gar nicht warum machst du das warum rettest du mich weil ich dich liebe und weil Gott dich liebt darum rettet er dich vor der ewigen Hölle weil die Hölle ist nicht für Menschen gemacht sondern für Satan und seine Dämonen aber der Mensch geht freiwillig dahin verstehst du du gehst freiwillig dahin aber ich habe noch eine Frage ich würde dich gar nicht unterbrechen aber was machst du zum Beispiel jetzt oder was macht ihr so jetzt auch überhaupt nicht disrespektvoll oder so aber was macht ihr so um dann jetzt zu sagen okay hiermit erfülle ich meine Aufgabe oder als guter Christ kann man sich sagen keiner ist gut nein, nein, darf ich was sagen Pablo, lass mich das machen erstens keiner ist gut außer Gott ist nur gut wir sind einfach nur bekehrte Christen die erkannt haben wir sind schuldig wir brauchen Vergebung unserer Schuld wir haben erkannt es gibt einen Gott wir haben erkannt es gibt einen Retter der Herr Jesus ist eine historische Person Augenzeuge haben gesehen er wurde gekreuzigt allein die ganzen Schriften er wurde prophezeit wir sind nur ein Werkzeug weil der Herr Jesus Christus sagt geht hinaus in aller Welt und verkündigt das Evangelium verstehst du das Wort Gottes ist lebendig wir sollen das Wort verkündigen was die Kirchen die Kirchen die du siehst sie haben nicht nach dem Wort Gottes gehandelt sie haben das Wort Gottes nicht gebraucht und haben sich dabei bereichert diese ganzen Kirchen wie du siehst sind abgefallen das ist ein Museum das hat überhaupt mit dem Herrn Jesus überhaupt gar nichts zu tun die Kirchen haben das Wort Gottes verfehlt es sind einzelne Personen Missionare die auf der Welt diese frohe Botschaft verkündigen weil wir sind ein Werkzeug Gottes wir sind Licht und wir sind Salz und wir sollen rausgehen und diese Botschaft weiterbringen guck mal wir kommen in Frieden und wir gehen in Frieden und wir wollen auch kein Geld dafür wir wollen kein Geld dafür wir gehen einfach wie bitte also sollen wir quasi also sagst du soll man einfach ja versuchen aufzuklären das Wort Gottes sagt deckt die Finsternis auf geht raus verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung weil die Menschen befinden sich alle mit einem halben Bein in der Hölle weil alle Menschen haben gegen diesen heiligen Gott gefündet aber mehr muss man nicht machen du musst glauben ja ist mir klar ja warte warte weißt du wie die Menschen gerettet worden sind damals nur er hat geglaubt und das wurde ihm hoch angerechnet weil du kannst Gott mit deinen Werken deine Werke sind schön und gut aber Gott möchte dein Herz haben dass du ihn liebst dass du deine ganze Lust dass du ihn liebst er will dass du ihn liebst und ihn folgst aber das wichtigste ist dass du an ihn glaubst oder? ja genau blind sogar blind weil glückselig sind die die nicht sehen und doch glauben ja alles gut ich verstehe dich aber das ist dein freier Wille ich sag dir das nur zu viel Input ich brauche so kurze knappe Sätze weißt du also ich verstehe was du meinst auch gar nicht böse gemeint aber ja alles gut ich brauche so ich brauche so eine Richtlinie so wo ich sagen kann okay weißt du dann geh auch dann sag ich dir das warte warte dann sag ich dir das guck mal wir reden jetzt nicht mehr um den heißen Brei geh doch gleich selber mal auf die Knie und frag einfach Gott das das biete ich dir an kurz und knapp einfach selber auf die Knie gehen du hast bestimmt diese 20 Sekunden die kosten dir nichts die kannst du einfach mal ausnutzen und gleich auf die Knie gehen und fragen Gott gibt es dich und dann wirst du eine Antwort bekommen richtig Bruder ganz einfach kurz und knapp kurzer geht es gar nicht mehr wie war bei dir die Antwort zum Beispiel also bei mir war das so äh ich war ja damals äh ich sag das hier offen und ehrlich viele kennen mein Zeugnis ich war damals dämonisch besessen äh ich wollte selbst Mord machen und ich hab äh ich wurde auch von Dämonen gewirkt ich dachte ich bilde mir das ein und ja dann hab ich nach äh Gott gesucht weil ich das nicht mehr ertragen konnte und ich wollte ich hatte fast einige Selbstmordversuche auch gehabt TikTok sportlich und dann hab ich wenn wo ich diese Dämonen gesehen habe wo ich das gesehen habe dass der Teufel real ist da hab ich gedacht okay wenn der Teufel und diese diese Wesen real sind dann muss es Gott geben und dann bin ich auf meine Knie gegangen und hab Gott angerufen hab geschrieben Gott rette mich ich will zu dir bitte offenbare dich mir zeig dich mir wer bist du Gott hat sich mir offenbart Stück für Stück hat er sich offenbart und dann hab ich Buße getan hab die Bibel gelesen bin von neu geboren und ja bin jetzt ein bekehrter Christ okay ist Amir noch da genau das was sogar Christus sagt gell Bruder guck mal Danny genau das was Christus sogar sagt hat er getan Christus hat doch auch zu den Aufsätzigen gesagt lies die Bibel und dann hat er doch gesagt aber ich kann nicht lesen dann hat er gesagt egal dann geh in die Synagoge und hör zu wie sie gepredigt wird und was soll ich dann machen teile sie mit den anderen Menschen so fertig er hat nicht er gibt nur das was du hast hat er gesagt nur das was du kannst benutze das was du hast das was du kannst gibt nur das was du hast und das was du kannst deine weißt du eigentlich dass diese ganzen Staff guck mal das kann ich dir sagen es ist für einen Menschen ich weiß ja nicht ob du überhaupt an den Teufel glaubst ich weiß es nicht aber diese ganzen Stars zum Beispiel in diese ganzen Interviews die sagen alle dass sie ihre Seele verkauft haben und dass sie auch Satan anbeten ihnen dienen dass sie dämonisch besessen sind das hab ich auch schon gehört ja und diese ganzen Stars sie beten wirklich Dämonen an das ist auch irgendwie so eine Zeremonie die die dann befeiern oder ja natürlich diese ganzen Hollywood Stars beten haben alle sind alle dämonisch besessen die waren auf der Bühne irgendwie und dann benutzen die die Fans als Opferpakt oder so ein Scheiß hab ich mir vollkommen die Stars sagen selber in den Interviews der Satan ist schon seit meiner Karriere hinter den Kulissen sonst würde meine Karriere nicht so gut laufen also die geben es selber zu dass sie ohne Satan gar nicht diesen Erfolg haben der Satan gibt ihnen diese Power aber was wenn diese Stars gläubig sind wie meinst du gläubig diese Stars ja warte warte lass mich das machen lass es mir so ja die können gläubig sein aber das ist nicht verwunderlich denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichtes es ist also nichts besonderes wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit ja die können sich als Buddhisten ausgeben als Muslime ausgeben oder als Christen ausgeben oder auch als sehr liebe fromme Menschen die immer Geld spenden und für arme Kinder sich einsetzen ja aber trotzdem das ja ja meine ich doch Christen ja ja die ja Satan schleicht sich hört doch endlich auf mit diesen Märchengeschichten was soll denn das Bravo bitte Pablo Pablo schmeiß dir mal raus schmeiß mal diesen diesen Typen hier raus bitte ich hab so nie man eben so eklat einen Typ gesehen wie den ohne Witz schmeiß dir mal raus mit seinen mit seinen Peter Pan Geschichten von Islam bitte mit seinen Kamelurin trink mal erstmal Kamelurin ja auf jeden Fall das ist der Satan schickt auch seine Leute in die Christenheit rein sehen wir doch katholische Kirche sehen wir doch der Satan agiert schon seit seit den Sündenfall agiert er schon hier die Dämonen glauben auch aber die Dämonen zittern das ist der große Unterschied weil die nicht an den richtigen sind der Satan lacht sich dort wo der Satan lacht sich dort ich will ganz Gott sagen warte doch mal jemanden die mal ganz jemanden die mal jemanden die mal jemanden die leute beleidigt der damit umgehen kann damit nicht die ganzen leute beleidigt kümmern euch bitte ab amir bald ich komme Düsseldorf wir essen was wir gehen ja sehr gut mit deine mit deinem Bruder und Maik Apostel ja sehr gut immer Maik Apostel mit Maik Apostel du ich Riesa und Maik Apostel Bruder Amir weißt du eigentlich Abi Amir Abi warte 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 weißt du eigentlich dass dieser Maik Apostel ein Fluch über mich gemacht hat er hat gesagt ich werde ihn binden 29 dann über so hat er gesagt dann will ich sterben gehen hat er gesagt das mich über mich ergibt ich bin ich mache jetzt kein Spaß da hat er gesagt ich bin richtig krank geworden ich bin richtig krank geworden ich weiß was er gesagt hat Amir der ist live gegangen warte warte der ist live gegangen und dann diese Anmache soll ich etwa das Feuer vom Himmel regnet das ist so krank er hat das wirklich so gemacht er hat gesagt in den 29 Tagen bist du sterben das wird mit dir geschehen also alle Krankheiten sind gekommen lass den lass den Bruder Apostel Mike in Ruhe das ist ein heftigster Bruder im Herrn ja noch eine Frage lass den Bruder in Ruhe jetzt sag ihr ja bitte doch was sagst du euch dazu was ist das ja das ist sehr heftig sehr schrecklich Gottes Segen Gottes Segen Toni mach das Bild von mir raus das bin ich wir machen das krank wir fangen jetzt ganz gut miteinander mag ich hier nicht erstmal der der nicht gläubig ist hat erstmal natürlich das Wort okay ähm ich an Amir ja ähm deine sind deine Eltern noch muslimisch sowas beantworte ich nicht aber ja die haben immer noch die haben so das nehmliche Kopf okay wenn es dir privat zu privat ist dann ist okay äh aber als du als du zum Beispiel dann du warst ja anfangs Moslem also als du dann gewechselt hast was heißt gewechselt aber dein dein Glauben geändert hast oder zum richtigen Weg gefunden hast wie auch immer äh wusste das deiner Familie ja natürlich ich hab denen das ja gesagt aber mir war das vollkommen egal weil ich in dem Moment die Wahrheit erkannt habe und die Wahrheit hatte einen Namen des Jesus Christus ne ja ja aber die haben sicherlich nicht die Konsequenzen waren egal ja aber die haben sicherlich nicht normal reagiert oder ja was heißt normal reagiert die waren schockiert erstmal die wussten gar nicht was die damit anfangen sollen wie Jesus Christus und sowas ne weil die das nicht kannten ne sowas die dachten dass ich da mit sowas gar nichts zu tun habe aber dann als ich mich damit komplett auseinander gesetzt habe äh das war dann sehr sehr erstmal sehr schockierend für sie ne ja ich frage weil meine Eltern immer noch auch muslimisch sind also einfach um ein bisschen also damit es nicht zu privat ist für dich vielleicht dass du mal den Hintergrund verstehst also wenn ich dann irgendwann mal vielleicht überlege okay weil wir hatten gerade das Thema mich damit auseinanderzusetzen ich habe das so ein bisschen mitbekommen dass der Bruder Danny versucht hat dir so ein bisschen ins Gewissen reinzureden er hat da gar nicht schlechte Worte gewählt nein Quatsch das liegt an dir der kann dir von morgens bis abends den Kopf voll labern aber das Problem ist das muss ja auch bei dir ankommen ja ich wollte ihn jetzt auch gar nicht ins Wort fallen ich habe es ja auch alles verstanden und ich verstehe auch von dem was ihr redet aber wie du sagst ich muss ja selber dann irgendwann sagen ja oder nein ja ich habe mich zum Beispiel mein Weg war so dass ich mich viel mit Debatten auseinandergesetzt habe ich habe mir so Akademiker angehört was sie zu gewissen Themen dann sagen Jesu Gottheit und Kreuzigung Auferstehung das sind so die wichtigsten Themen die die Bibel halt anspricht und das muss ja bewiesen werden wir können ja nicht blind einfach irgendwas glauben ohne den Glauben auch zu prüfen oder den offenen Prüfstand zu schicken der Glaube muss ja auch irgendwo bewiesen werden denn sonst ist das ja ein blinder Glauben das ist blöd das ist ja mein Problem ich bin also ich bin sehr realistisch skeptisch und man muss fairerweise sagen dass all das was was ihr hier sagt und was auch überall steht halt auch sehr realistisch ist und natürlich auch feste Hintergründe ja das ist schlüssig das was wir so sagen was wir herausgefunden haben über die Authentizität 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 der Bibel ja genau Autozent ja genau Authentizität genau Authentizität der Bibel und der Text der absolut überliefert ist wir haben ja mehr als zigtausende von Manuskripten und du siehst dass die Bibel das bestbehütetste Buch der Antike ist die Kreuzung und Auferstehung ist das bestbezeugteste Ereignis der Antike also da gibt es nichts rumzurütteln Allah ist einfach so mehr oder weniger der Teufel der versucht dich von deinem Erlöser Jesus Christus wegzubringen er versucht dem Bezuge 457 den Weg zur Erlösung zu versperren und das durch einen Vers im Koran sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt es erschien ihn noch vielmehr so ja super ja und es wird auch von Grund aus immer irgendwas gepredigt keiner weiß was jeder macht mit alle würden sich ja genau das ist so Gruppenzwang dann sollen sich alle auch genau das ist so Gruppenzwang darf ich kurz mal was fragen sieht man auf dem Foto nur Bäume oder auch man sieht die Dame man sieht das ja weil Leute schreiben wir sehen nur Bäume dann sollen die rein und raus kommen man sieht das gut und das ist aus meinem Pickup fotografiert und wenn doch Allah sagt oder wenn die Muslime sagen Allah hat die Menschen unterschiedlich erschaffen damit sich aneinander damit die sich einander kennenlernen können dann frage ich mich wie soll man denn eine Person kennenlernen können die so die vermutet ja das ist heftig wie heißt sie diese Anime Serie wie aus One Piece ja genau Ninja Kostüm das ist so mehr oder weniger so ein Ninja Kostüm du meinst Naruto ja ja da heißt Naruto One Piece aber ich frage aber gute Amir wir haben mal einmal ein Video gesehen die haben Satire gemacht wie Tinder haben die das gemacht und dann waren nur Frauen mit Burkas die schlechte die schauen die sah jeder gleich aus und wisst ihr was ich nicht verstehe das zweite Foto ich stand ja hier an der Ampel das zweite Foto den Rucksack den sie da trägt der Hersteller ist eigentlich laut Islam eine Kaffir Firma also der Inhaber der Firma ist ein Kaffir eine Kaffir die dürfen sich auch eigentlich nicht schminken aber alle schminken sich oder? Amir da möchte jemand rein und sich zerstören Amir den beleidigt seine Mutter bereut dass sie ihn damals nicht geschluckt hat wir dürfen nicht fleischlich werden ich weiß ich bin den auch am liebsten von oben bis unten beleidigt schon die ganze Zeit ich hab gesagt ich bin doch den hätte ich das immer noch nicht gemacht ist nicht schlimm der Typ der lädt sich ja mehr was sagt er Jesus Christoph wenn jemand uns beleidigt zu segnen ja das siehst du mal guck mal jetzt guck mal was für einen Vergleich das du es gesagt haben guck mal was für einen Vergleich der Dogowner hast du das gerade gesehen mit deinen eigenen hast du gerade gehört was der Muslime macht der kommt hier hoch beleidigt direkt und dann wird er natürlich dann auch runtergeschmissen das ist das Einzige was der macht ich wollte dir gerade sagen also der ist ja theoretisch so oder so schon ungläubig und hält sich aber auch nicht an seiner Sektenreligion meint ihr den Abu Majin Vegeta ja Abu Karjin achso genau ja genau dieser Vegeta die ja ich hab doch gerade das Foto gezeigt ist auch Drang Ball mit Abu Karjin hin und her ja gute Nacht ich glaube ich muss den Hansi rufen damit er den wieder anmacht der Hansi der Hansi ist wenigstens für das ist der Hansi zu gebrochen damit er seine kleinen Jungs da erzieht na gut ich geh wieder runter ich wollte nur das eine Foto zeigen aber Bruder Amir du weißt noch wo ich wo ich hier am aus Mühlenteich war und kaum 2000 Menschen da sehr heftig das war so krank und eine Dame meint noch zu mir ja was was haben sie denn dagegen das sind doch auch nur Menschen da meinte ich ja aber was ist das für eine Atmosphäre die eine gibt die Zitze dem Kind ich bin hier damals als ich in der siebten Klasse war bin ich hier am Ausmühlenteich mit der Schule drum gelaufen und jetzt sind da 200.000 Menschen die Schaschli grillen und alle sind gleich aus Schaschli ja heftig du hast das gesehen was ich dir gezeigt habe ja ich hatte das gesehen das war sehr auch im Bochum das gleiche Bild in Bochum genauso ich würde mich schlimmer ich würde mich noch mal verabschieden ich danke euch okay möge der Herr Jesus Christus dir helfen bei deiner Entscheidung ich werde für dich beten danke euch ich glaube du hast nichts verkehrt ist wenn du dich für Jesus Christus entscheidest weißt du was ich meine also ich bin ja hier ich frage ja auch weißt du ich bin ja voll respektvoll ist doch gut ist doch super ich höre zu ich bin ja auch immer dabei eigentlich möge der Herr die du noch freundlich aber ich tu dich auch runter oder hast du noch was zu sagen ja ja gerne Gottes Segen ich wollte nur einmal das Foto zeigen Dankeschön meine Brüder ich verabschiede mich auch langsam möge der Herr euch auch immer vor uns okay schäke ich schäke Gott segne dich schäke ich schäke ich schäke ich schäke man schäke nicht so viel mit dem Schäker ich mache nicht so viel mit dem Schäker rumversprochen jetzt hole mir mal eine Ruhe dann sollte man einmal ohne Beleidigung einmal nein der Sobel der Abo Margin der kann das nicht ich bin mal gespannt ohne Beleidigung Abo Margin ist das möglich was hol mich rein ich gebe euch noch Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Ohne Beleidigung einen Dialog führen. Ist das möglich? Du willst uns zerstören, dann zerstört bitte. Amira soll aufhören damit, den Propheten zu beleidigen. Der beleidigt ihn nicht. Ihr eure ganzen Schriften wie Bukhari und Muslim, will die beleidigen ihn doch. Ich lese nur vor. Auf den besten Menschen zu beleidigen und dann ist auch kein Problem. Aber der beste Mensch ist das doch gar nicht. Er sagt selber, Noah ist besser als er. Du kannst kritisch dagegen angehen, ist kein Problem, aber hör auf mit diesem... Warum sündigt Allah? Da steht in Sayyabukhari 6614. Guck mal, was ist das für ein Quatsch schon wieder? Ich habe das schon vorhanden mitbekommen. Ich habe mich so totgelacht. Alter, was rierst du? Erzähl doch mal, warum Allah sündigt. Erzähl doch mal, warum Allah sündigt. Wie kann der Schöpfer sündigen? Ja, warum sündigt der denn? Er sündigt nicht, er ist frei. Der Schöpfer sündigt nicht. Der Sündigt die ganze Zeit. Der Schöpfer macht und tut, was er will. Ja, das geht nicht so. Der Schöpfer ist kein Mensch. Er kann nicht sündigen. Kann ein Gott sündigen, kann er das? Nein. Er ist Al-Aziz Al-Hakim und Shadid Al-Aqab, der harte Bestrafer. Also wenn ein Schöpfer jetzt ab ist, jetzt richtig H-Punkt und so alles sagt, hat er gesündigt oder nicht? Nein, weil ihm gebührt das. Er kann sagen, was er will. Er ist nicht für die Menschen. Ich habe es gesehen. Er kann ja ruhig H-Punkt sagen. Ich hatte letztes Mal einen Kollegen, ich war mit ihm, Abou Majin, da sagte er zu mir, Amir, komm mal, siehst du den Typen? Der ist voll der Billo-Typ. Guck mal, wie der aussieht und alles. Auf einmal kam dieser Typ rein, auf einmal hat er genau sein Gesicht geändert, hat er gesagt, hi, hat er den ganz normal begrüßt, so hi, ist alles gut bei dir? Was hältst du von solchen Menschen, Abou Majin? Was meinst du? Ja, ich habe dir gerade erklärt, ich war letztes Mal mit deinem Kollegen unterwegs und dann auf einmal kam ein anderer, aber vorher hat mein Kollege so über ihn gelästert. Und als er dann reinkam, hat er ihn ganz freundlich behandelt, so nach dem Motto, oh hi, wie geht es dir lange nicht mehr gesehen und so. Aber vorher hat er ihn die ganze Zeit beleidigt, bevor er nicht drin war. Was hältst du von solchen Leuten? Dein Kollege. Dein Kollege. Ja, das ist das Christentum, was soll ich dazu sagen. Dankeschön, du hast gerade deine eigenen Propheten vernichtet. Weil er hat das gemacht. Siehst du, wie ich dich zerbombe, hast du das gesehen? Wo hat das gemacht? Das mache ich mit dir. Erzähl mal. Das mache ich mit dir, hast du gesehen, Abou Majin? Du kannst gar nicht zu sehen, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, vor 400, fast 400 Leuten hast du vor mir einen Highkick bekommen, das war. Ihr bittet den Morgenstern an und der Morgenstern des Satans an. Ja, genau. Und dein Gott ist in Zuge 113 der Sohn der Morgenröte. Isaiah, kann man es lesen. Ja, weil die Stille... Abou Majin, Abou Majin, liest mal bitte das für uns Zuge 113 vor. Wer ist der Herr der Morgenröte? Ich habe dir erst mal gesagt, du sollst auch das einen Punkt bringen. Gut, der scheint jetzt auch bei dir, dass du siehst, nicht. Ja, ja, Abou Majin, komm hier bei mir, bei Dr. Shea. Ich mach kurz mit dir kurzen Prozessen. Hatsou. 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 Meinst du den Tanga, den Mohammed geklaut hat, als er so gesagt wurde? Wer hat dieser Tanga geklaut? Unterhose? Ja, die Juden haben den beschuldigt, den Tanga geklaut zu haben, den Mohammed Unterhose. Sag ehrlich, wie oft schiebst du dir das Kolschweiser rein? Siehst du, wie der ist? Wenn ich ihm sage, dass das wirklich so im Koran steht, dann beleidigt der mich wieder. Nein, weil du bist unverschämt und ich kann... Unverschämt? Der Koran sagt das doch. Das steht so drin, wie der liegt der Aussage. Wenn du keinen Gin in die hast, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, du keinen Gin. Ich bin noch nicht dein Vorbild. Der hat doch viele Piligins gehabt. Du bist so ein Islam-Hassar wie dich. Ja, aber wie kann ich denn so eine Religion mögen, die dazu aufruft, mich und meine Geschwister zu unterdrücken? Was ist das? Warum hast du den Propheten so? Lass ihn doch einfach in Ruhe. Ich lasse ihn dir. Ja, aber der hat viele, viele Christen unterdrückt. Er kam mit der Wahrheit. Er kam mit der Wahrheit und er hat Männer hinterlassen. Ja. Bruder Amir, Bruder Amir, der hatte ein Video oder ein Bild gehabt. Der klaut, der wohnt, du musst nicht. Aber auch für euch, ich bitte auch für euch auch für Rechtleitung. Allahi Hadikum. Möge Allahi Hadikum. Was betest du? Man sei zwei rechten Händen, oder was? Der Prophet hat mir beigebracht, einen guten Charakter zu haben. Wenn ich einen so guten Charakter, deswegen beleidigt auch alle als PNIS vom Vater essen. Möge Allahi Hadikum. Armen Seelen. Ihr armen Seelen. Der glaubt daran, dass Gott ihm einen riesen PNIS gibt, der so dick ist und so lang wie eine Palme und der damit beschäftigt ist, seine eigenen Verwandten auseinanderzunehmen. Schau dir das mal an. Dann sagt er ihr Armen. Weißt du, wie wir auf dich schauen, wenn wir diese ganzen Sachen lesen und dass du das glaubst? Er wird dein Blick starr sein. Gott sei Dank hast du gerade deinen eigenen Propheten vernichtet. Das hat mir schon gereicht. Du hast doch gesehen, dass er ein Lästerer ist. Er hat doch gelästert. Wow, wundervoll. Das hast du sehr gut gemacht. Siehst du, wie schön der Islam ist? Er segnet alle Propheten. Alle Propheten, aha. Also auch Mohammed, als auch Jesus, als auch Jesus. Ja, aber die segnen nicht den Mohammed. Mohammed ist kein Prophet, man. Guck mal, Jesus, gell? Jesus, nur die Christen haben. Die Paulus hat auch sehen. Okay, soll ich dir beweisen, dass Mohammed kein Prophet war? Islam ist Jesus nicht mal der drittbeste Prophet. Okay, soll ich dir beweisen, dass Mohammed kein Prophet war? Wirst du dann ablegen? Außer Ibu Khadi? Ja. Komm, trau dich, Abou Majin, komm. Abou Majin, du bist eigentlich ein Witziger auch. Nein, komm jetzt, Abou Majin, einmal, soll ich dir beweisen, dass Mohammed ein falscher Prophet ist? Jetzt kommt er mit der Halsschlagader und diese... Nein, nein, ich komme nicht mit der Halsschlagader. Gib mir kurz eine, wenn du das ein Moment. Okay, ich übernehme mir in der Zeit. Abou Majin, jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du jemals die Bibel gelesen? Ich habe nur ein paar Sachen gelesen, so. Kannst du einmal heute Gott fragen, Abou Majin, komm, Hand aufs Herz, ich liebe dich doch. Kannst du heute einmal Gott fragen, Baby, was ist die Wahrheit? Ist das so schwer, Abou Majin? Abou Majin, Abou Majin, Abou Majin, schlag mal bitte... Abou Majin, schlag mal bitte Sai Bukhari 5688 auf. Guck mal, was der Prophet da sagt, dein Prophet. Bitte, Abou Majin? Das ist doch eine Lüge, ist das doch. 5688. Sai Bukhari 5688. Der Prophet hat über 100 Wunder vorausgesagt. Was sagst du dazu? Kannst du mal bitte gucken, was dort steht, bitte, Abou Majin? Ich sage Bukhari nicht vor mir, lies vor. Du kannst einfach bei Google eingeben, auf sonder.com und dann kannst du eingeben, so was ist das für eine Quelle überhaupt, sonder.com. Ach du heilige, der macht jetzt auch. Was ist das für eine Quelle, junges, sonder.com ist das authentisch. Ja, Instagram nutzt auch solche Quelle. Ist nicht authentisch, haben Sie das gehört, ist nicht authentisch, die geben die Buchreferenz, ist nicht authentisch, ist das krank. Sonder.com ist sehr, sehr schwach, mein Lieber, und das weiß ich nicht. Sehr, sehr schwach, das sagt ein Abou Majin, der im TikTok hier rumhängt. Du bist auf jeden Fall schon hier, ich bin fast nie hier, was redest du. Der Islam wird gewinnen, ob du bist oder nicht. Der Islam wird, der Islam wird sehr winnen, ja genau, sehr winnen. Oder denn, ich kann das auch sagen, diese Hadith-Stelle. In 10 Jahren ist sowieso, in 10 Jahren ist sowieso Sharia, und dann ist. Ja, ja, ist okay. Du wirst bald gechippt werden, aber manchen. Ich kann auch sagen, den Hadith. Nee, ich bin doch gerade am Essen, ich hab kein Ding. Ich danke, dass du nur isst, danke, danke. Hey Jungs, in 10 Jahren, Sharia hier. Wie der ist ja am Essen? Schon wieder ist der am Essen? Ich kann einfach nicht. 80.000 Mal isst er am Tag. Aber wir haben ja, ich kann nichts dafür. Ich bin halt immer so, Abi. Wo tust du das Essen denn hin? Ich sag dir ehrlich, ich würde bei dir sein, ich würde den ganzen Kühlschrank über Nacht aufessen. Ich würde dich niemals, egal. Ich glaube, da muss ich eine Ausnahme machen mit Bruderliebe. Geh mal weg jetzt hier. Ich muss eine Ausnahme machen. Geh weg mit Bruderliebe. Hab mal dein Bruder, wie er den Kühlschrank bewacht hat, wo ich die ganze Zeit in der Küche rumgelaufen bin. Nur am Schweinefleisch. Habt ihr nicht genug von Schweinefleisch? Nee, das ist sehr, sehr lecker für die Leute. Lass die essen, was die wollen. Wie konnte dein Prophet Alkohol trinken? Wie konnte er Wein trinken? Er hat Wein als Geschenk bekommen. Nicht um Wein. Was? Er hat nicht um Wein als Geschenk bekommen. Wie konnte er das Kühlschrank gemacht? Oder Amir, der beschwert sich, dass die Christen Schwein essen, aber in Saudi-Arabien trinken die Kamillen Pipi. Ja, nicht nur das. Der Mohammed hat gesagt, der Mohammed hat gesagt, wenn eine Fliege in dein Essen sogar fällt, musst du sie nicht rausholen. Aber mit Fliege essen. Er beschwert sich, dass Christen Schwein essen, aber seine Leute trinken Pipi von Kamillen. Die Wissenschaftler haben das bestätigt, mein Lieber. Die Wissenschaftler haben bestätigt das Handeln. Wenn ich das schon höre, Islam und Wissenschaft, Leute. Aber was denkst du, warum die ganzen Menschen... Da esse ich ja lieber eine Schweinshaxe anstatt ich Kamillpisse trinke. Okay, Abo. Ich will, dass du unter das Kamill gehst, deinen Mund öffnest und wenn es dann so Pipi macht... Warte, 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 Pablos. Ich will, dass er sich aufnimmt. Ich will, dass er unter ein Kamill geht und wenn es dann pisst, dass du dann deinen Mund aufmachst und dass du es trinkst. Mach das. Wenn das doch wissenschaftlich so gut ist. Bruder, mir lies das mal vor. Das ist die Wissenschaft. Der Prophet sagte, wenn ein Hausflieger in dein Getränk von jemandem von euch fällt, sollte er es eintauchen in dem Getränk. Und nehmen Sie es aus. Für einen seiner Flügel hat eine Krankheit und der andere hat die Heilung für die Krankheit. Sehr gut. Unfassbar, ne? Das ist natürlich wissenschaftlich vollkommen... Guck mal, für euch ist das unmöglich, weil ihr seid Juhela. Juhela? Juhela, 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 Juhela von Juhela. Juhela, Juhela, Juhela. Juhela, Juhela. Was wirst du... Guck mal, ihr bringt Sachen, wo... Juhela, Juhela, Juhela. Knockout gibt. Das hat die Wissenschaft bestätigt, die Ahmar. Was für ein... Welcher Wissenschaft hat das denn bestätigt? Der aus der Universität Saudi-Arabien oder was? Such mal im Internet rum. Die Wissenschaft, die bestätigt. Such mal im Internet rum. Habt ihr Sas gehört, seine Quelle sucht im Internet mal rum? Habt ihr das gehört, was der Typ da sagt? Nächste Quelle. Habt ihr einen verstörenderen Menschen wie Abu Majin gesehen? Abou Majin, was ist daran kein gegenseitig... Abou Majin, was ist daran kein gegenseitig Fingersproduktion? Abou Majin, lutscht du den Finger von deinen Kollegen? Seid mir ehrlich, lutscht du? Ihr seid so schwul, an der TikTok-Sportling. Ja, du siehst doch euch, Sam. Wo ist Mohammed, die da mitgehen? Der hat Mohammed an die Schuhe genannt. Also hat er jetzt... Häftig, ne? Du bist schon, du bist Mohammed. Der steht doch Luchi-Luchi. Luchi-Luchi-Aua-Aua. Da steht doch hier. Wo ist er und das ist denn... Was ist denn damit dein Problem? Was ist das Problem, wenn du... Das ist normal, dass man von Kollegen seinen Finger lutscht, ne? So richtig, wie American-Fall. Das ist so krank. Unglaublich. Nur weil Jesus einen Tanke hatte, kann ich auch nichts sagen. Siehst du, jetzt fängt er auf einmal mit Jesus an. Oder Anja, hat er nicht der Prophet Frauenkleider getragen? Da gab es auch natürlich... Der Prophet, der Prophet hat die Klamotten von Aisha getragen. Warum trägt du nicht ein Mann? Aber warum trägt du nicht ein Mann? Man hat die doch nur in ihrem Leben gesehen. Abo, aber ich will, dass du diese Augenleiner trägst. Abo-Falle, ich will, dass du Augenleiner trägst. Und dein Frauenkleider trägst. Ich will, dass du Frauenkleider trägst. Bitte tragen Frauenkleider, ja, ja. Und Bäusche, Bäusche von den Männern. Bäusche von Männern. Abo, Abo, erklären wir mal diesen Widerspruch. Frage 1. Kann man einen Engelsstatus haben, ja oder nein, laut Islam? Nein. Nein. Ist die Biss ein Engel oder ein Dschinn? Dschinn. Genau, recht hat sie gesprochen. Allah hat zu den Engeln gesprochen und ein Befehl gegeben. Ist Iblis jetzt ein Engel oder kann Allah Engel und Dschinn nicht unterscheiden? Da steht in Surah 18, Vers 50. Iblis war so ein guter Diener, dass er mit den Engeln verweinen durfte. Punkt. Ich dachte, es gibt keinen Engelstatus. Hallo. Hörst du mir zu oder nicht? Aber ich dachte, es gibt keinen Engelstatus. Ich dachte, du bist intelligent, wenn du uns eine Brille trägst. Ich dachte, du bist intelligent. Du hast gerade überzeugt, es gibt keinen Engelstatus. Also wie könnte er sich jetzt als Engel jetzt hinein etablieren? Weil er so ein guter Diener war, dass er mit den Engeln sein durfte. Ja, dann gibt es einen Engelstatus. Engel sind aus Licht, er ist aus rauchlosem Feuer. Ja, siehst du? Also kein Status. Es gibt keinen Rang. Gibt es nicht, ja. Jeder ist anders. Warum steht da, und als du zu den Engeln sagten, Allah hat zu den Engeln geredet. Ist du, Iblis? Hörst du euch vor Adam, außer Iblis, sagt er. Außer Iblis. Klar, oder? Guck hier. Und als du zu den Engeln sagten, werfen wir vor Adam, da warfen sie sich nieder außer Iblis. Ja, okay. Aber da steht drin, als du zu den Engeln sagten. Ist jetzt Iblis ein Engel oder ein Dien? Weil er mit den Engeln sein durfte. Ist jetzt Iblis ein Engel oder ein Dien? Da steht es doch, Dien. Da steht es doch schwarz auf weiß. Aber Allah hat zu wen gesprochen, zu die Engel, richtig? Richtig. Ja, und da hast du einen Widerspruch. Nein. Das kann man doch, ich habe es dir auch erklärt. Es gibt ja, du hast bezeugt, es gibt keinen Engelstatus, also kannst du die Antwort nicht geben. Du meinst damit, es gibt, was heißt Engelstatus, physisch gibt es keinen Engelstatus. Ja, dann kannst du das sich als Argument nutzen und dann sehen wir ja wieder. Und jetzt kommt der zweite Widerspruch. Warum erlaubt Allah Schirk? Warum, wir sollen uns doch nur vor Gott niederwerfen. Warum jetzt vor eine Schöpfung? Die Engel, guck mal, die Engel haben keinen freien Willen. Iblis hat einen freien Willen und hat sich widersetzt. Ja, also hat jetzt Iblis sogar was Richtiges eigentlich getan. Weil alle machen Schirk außer Iblis. Alle machen was? Alle machen Schirk außer Iblis. Du sollst dich nur vor Gott niederwerfen. Aus Respekt zu Adam, alles so. Aus Respekt zu Adam? Aber da steht da drinnen, er hat nur zu den Engeln gesagt. Ist so herrlich. Warum hat er denn den Befehl gegeben? Also dein Gott möchte Iblis zum Götzendienst verleiten, oder was? Nein, die einzigen Götzendiener ist ja klar. Das sind die Pimpers an Beter. Das sind die Pimpers an Beter. Ja, siehst du, jetzt kannst du nichts anderes. Siehst du, du siehst, dass der Allas Fuß in deinem Mund gerade ist. Du bist so ein Mischling. Siehst du, jetzt auf einmal liegt er sich auf, wenn ich auch so bin. Siehst du, würde Allahs Fuß in deinem Mund bleiben. Warum bist du so krank, Ami? Sag mir ehrlich. Wallahi, du bist locker im Sinn. Guck, wie hier lacht du schick an. Selber lacht, wenn er so redet, ist nicht okay. Ja genau, du hast damit angefangen. Okay, ich habe eine Frage, Ami. Wenn ich dir eine Backpfeife gebe, hängst du die nächste Wange hin? Ich werde mit dir sofort on back machen, Mann. Argument, antworte mal auf die Widersprüche des Korinns. Da fragst du ja jedenfalls nicht. Ich werde mit dir schön on back machen, auf Toni Jars Teil. Guck dir das mal an. Muss man Allah glauben? Das ist richtig, ich muss die Kamera mit allem. Guck mal, muss man Allah glauben? Suche 2,255, nein. Suche 9,29, ja. Was ist das denn? Wow, die Bibel hat mehr Widersprüche als die Alte. Dein Koran hat so viele Widersprüche. Ich meine, ein Vers steht, keiner hat Gott gesehen. Nächsten Vers steht, Jesus wurde gesehen. Was ist das, Bruder? Mensch im Fleisch, aber nicht nur Wesen. Ich würde lachen. Der Mensch wurde, der Fleisch wurde Gott. Einfach Allahs Schienbein wurde offenbart, wie bei Ron Monroe. Und dann hinkt er noch so am Kreuz. Allah ist einfach Mary in Wonder, heftig. Euer Gott hinkt so am Kreuz, wie so ein Versager, wie so ein Loser. Allah setzt sich auf den Thron und dann kommen auf einmal 8 Afrikaner und tragen Allah. Wie eine schwache, schwache Juden konnten ihm Kreuze. Die tragen einfach Allah, das ist so ein unglaublich Typ. Mohammed war in Niederschlacht, keiner konnte Mohammed bebiegen. Die Afrikaner tragen Allahs Trott. Das ist so klein, der Mensch. Doch, ich habe die Körse gekauft. Allah, du bist zu schwer, Allah. Ich mach nur dein Niveau, Abomagin. Wie fandst du denn, Abomagin? Der Allah sagt, dass 8 Engel seinen Thron tragen. Und wenn der Allah sich da drauf setzt, dann macht er so knack. Ja, 8 Engel müssen seinen Thron tragen. Bei euch haben 5 Juden gereicht, um euren Gott zu kreuzigen. Ja, warte mal, aber dieser Thron, wie schwer ist denn dieser Thron? Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Steht doch nicht. Ja, die Überlieferungen sagen, dass der so schwer ist, dass sogar die Engel sich beschweren darüber. Die sagen, Allah, du bist voll schwer, der Thron. Die Engel, die Engel, es gibt Engel, die, weißt du was? Weißt du eigentlich, dass es Engel gibt, die seit der Erschaffung immer noch in der Niederwerfung sind? Ehrlich? Sie sind noch am Niederwerfen, ne? Sie sind in der Sujud, ne? In der Sujud-Phase, ne? Richtig. Ja, genau. Und der Prophet war auch 8 Jahre in der Sujud-Phase, als er Allah, Al-Uzza und Manat angebetet hat, die drei Götzen aus Mekka. Amir, das wird genau so sein. Am Tagsdiensten Gericht wirst du zu Jesus gehen. Und da wirst du sagen, mach viel Sprache für mich. Er wird sagen, meine Botschaft war la ilaha illallah. Und dann war es das. Achso, und dann hat er gesagt, Mohammed, Rasulallah, ne? Und dann war es das für dich, mein Lieber. Da hast du gesehen, wie du dir gerade einen Knockout gegeben hast, wie du nicht weitergeredet hast. Einige, da sag ich dir ehrlich, du tust mir auch leid. Nein, jemand, der glaubt, dass Gott ein Zuhälter ist, der tut uns leid. Guck mal, das ist auch eine schöne Geschichte. Abdullah bin Masoud sagte, Rasulallah wollte, dass ich mich ihm anschließe. Also machten wir uns auf den Weg, bis wir einen Ort namens Kaza wa Kaza kamen. Was bedeutet, dass er sich weigerte, den Namen dieses Ortes zu erwähnen. Also plante er, dass ich ein wenig hinter ihm bleiben und ein bisschen Abstand halten sollte. Als ob ich das nicht täte, würde ich getötet werden. Und genau das habe ich dann getan. Dann ging Rasulallah eine kleine Entfernung voran. Und er, Mohammed, erwähnte, dass es eine Gruppe von Menschen gibt. Zeig mal die Quelle, du Heuschler. Und dann bestätigte Affan die folgende Beschreibung dieser Menschen. Inschallah, sie sind nackt und ich kann ihre Genitalien nicht sehen. Groß und dünn. Dann sagte Abdullah, sie kamen und ritten weiter Rasulallah und weiter Rasulallah ließ sie weiter über sich hinwegreißen. Warte. Dann sagte Abdullah bin Masoud weiter, sie kamen auch zu mir und drehten sich um mich herum und blieben mir im Weg. Also hatte ich so viel Angst vor ihnen, dass ich mich zum ersten Licht des Sonnenaufgangs hinsetzte, als sie gingen. Und dann kam Rasulallah und fühlte schwere Schmerzen, weil sie über ihn geritten sind. Mashallah. Jetzt ist er ein bisschen zu Jukrofis. Oh, oh. Kennst du das Lied von LL Kruge? Deine Mutter, wo sie gewinnen. Do it, do it, do it now. Do it, do it, do it now. Do it, do it, do it now. Was für ein Huren-Sohn. Kennst du das Lied? Was für ein irgendein Mutter. Ich musste das Bild nicht vorstellen, wie die Sachverker auf einmal hinkommen. Was für ein LL Kruge. Do it, do it, do it now. Kennst du das von der LL Kruge? Du bist auch so zu beleidigen. Hier, Mohamed hatte riesen Schmerzen, weil er vergewaltigt wurde. Was für ein Huren-Sohn. Was ist mit der Huren-Sohn? Hey, hey, abonadet, do it now. Der hat überhaupt gar kein Bewege, merkst du, der hat überhaupt ein Null benehmen. Null benehmen, hat er. Ja, was kann ich dafür, wenn sein Profit vergewaltigt wird? Ey, wo ist hier? So ein asoziales Fall. Und was? Der TikTok-Sport nicht vergewaltigt wurde? Nein, nein, sag diesen Satz. So muss ich dich auch unterziehen. Dr. Schick, nicht, dass der Stream gesperrt wird, bitte. Ja, okay. Das war ja nicht nur Jins, das war auch sein Cousin einmal, einmal sein Onkel. Unglaublich, ich danke dir, Bruder. Ich danke dir, dass du das gemacht hast. Bruder, kein Problem, aber merkt euch immer dieses Lied von LL Cool J. Der ist heftig. Der ist heftig. Der ist heftig. Das Lied ist heftig. Ich weiß, der Bruder, es damals wie Rai gegen dieses Lied ging. Da habe ich schon im Rat gesehen, da waren da Leute und die haben dann überzogen. Und der bringt das aus dem Lied und macht das wieder ein. Natürlich. Der Dr. Schick hat immer für jede passende Situation ein Lied. Hallo, mein lieber Seid. Ja, wie geht's euch? Hamdoli, Jesus. Und dir? Also, ich würde erst mal zu einer Sache aufrufen. Ihr seid ja gläubige Christen und ich bin mir sicher, dass euch in eurer Religion beigebracht wird, respektvoll miteinander umzugehen und auch respektvoll mit anderen Menschen umzugehen und respektvoll mit dem Glauben anderer Menschen umzugehen. Ich würde mich hier nicht hinsetzen und mich über das Christentum lustig machen. Und was ihr macht, ist hier ein Karnevalsverein. Und das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Mein Mensch, klar. In erster Linie. Guck mal, jetzt sag ich dir mal was erstens. Erstens, wenn bei euch solche komische, krankhafte Sachen drinstehen, dann können wir nichts dafür, dass ich darüber lachen muss. Und darüber ist auch zu lachen, weil der Isan einfach nur zum Lachen ist. Eine Katastrophe zum Auslachen. Nicht der Mensch, sondern der Isan selbst. Guck mal, du kriegst mir persönlich für dich, kannst du die Meinung haben, die du möchtest. Da rede ich dir nicht rein. Deine Meinung, du bist frei. Was ist das denn? Hab die Meinung, die du haben möchtest. Also erstens kann ich hier... Nein, 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 mein Lieberzeit. Mach doch jetzt einen Dialog. Jetzt mach mir ein ernsthaftes Dialog und sprich mal nach Abel. Antworte jetzt mal drauf. Warum haben Afrikaner den geritten? Was ist das denn für ein krankes Ding? Weiß, was ich nicht verstehe? Seid, 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 weiß, was ich nicht verstehe. Du kommst hier rein, machst uns einen Vorwurf. Obwohl du genau das, diesen Spiegel auch von Mohammed und Allah vorhalten kannst. Allah beleidigt uns in fast jeder Suche mit schlimmsten Tiere, Affen, Schweine, sag mal schnell, als Nejis, so Dreck, Müll und alles Mögliche. Und dann sehen wir, dass der Prophet, dein Prophet, der Mohammed, selber übelst beleidigt und sagt, geh und beiß in den Pejenjahs deines Vaters, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war. Abu Bakr sagt, geh und beiß in die Klitoris deiner Mama. Und dann hast du noch die Aussagen von Abishujeya in seinem Buch, dass man die Seiten der Tora und des Evangeliums rausreißen kann und sie sich als Toilettenpapier benutzen kann. Und du kommst hier hin und sagst, wir haben Respekt vor Religion und Glauben anderer. Also erstens will ich... In was für einer Traumwelt lebst du seit? Also erstens, ich hab dich aussprechen lassen, jetzt kann ich ausreden. Bitte. Also erstens würde ich, wenn dann Belege, und zwar zweifellose Belege für alle diese Aussagen, die du eben, für alle diese Titate, die du eben gemacht hast, haben, in erster Linie. Aber in zweiter Linie, selbst wenn sie stimmen, heißt das ja nicht, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen muss. Oder ihr müsst auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nein, das ist die eine Sache. Warte mal, Pavlos. Das ist die eine Sache, Seid. Das ist die eine Sache. Aber du bist hier reingekommen und hast uns einen Vorwurf gemacht nach dem Motto, wir Muslime machen sowas auf keinen Fall. Wo ist denn euer Respekt so nach dem Motto? Ihr habt überhaupt gar keinen Respekt. Auf einmal sehen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dein Prophet beleidigt, dein Gott beleidigt und die gesamten Gelehrten sagen, das Christentum und das Judentum darf beleidigt werden. Also was machen wir denn jetzt? Es hat sich für einen falschen Propheten lustig gemacht. Man hat es ihnen auch gesagt, wo ist dein Gott? Schläft jetzt dein Gott? Und dann hat er sich kaputt gedacht darüber, weil man bei so was auch auslachen darf, weil das ist ja ein falscher Gott. Sie war als Priester, ne? Ja, und es gibt Passagen in der Bibel. Ich habe ein paar, also ich habe nicht viel von der Bibel gesehen, da gebe ich hierzu, aber es gibt Passagen, die ich gesehen habe, die sind genauso in meinen Augen verachtungswürdig und lächelt. Wer ist denn verachtungswürdig? Jetzt bin ich mal gespannt. Er sagt auch. Das heißt, sein Koran ist verachtungswürdig. Hast du gehört? Nein, nein. Auch verachtungswürdig. Ich habe gesagt, weil das für euch verachtungswürdig. Nein, du hast gesagt auch, dass es nicht auch Dinge gibt, die... Der Koran ist auch verachtungswürdig, aber euer Buch ist auch verachtungswürdig. Nein, 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 ist in meinen Augen nicht. In euren Augen ist er das. Und ich habe gemeint, dass es für mich in der Bibel auch solche Passagen gibt. Für mich. Ja, was heißt denn auch? Auch heißt das, dein Koran blöd ist und unsere Bibel dann blöd ist, oder wie? Nein, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Lücke hast oder sowas. Wenn ich sage, auch meine ich in dem Fall, dass für euch im Koran solche Dinge drin sind, für mich auf keinen Fall. Und für mich sind in der Bibel solche Dinge drin, für euch auf keinen Fall. Also, guck mal, wenn du hier solche Sachen hinmachst, ist das das Letzte, was ich vertaue. Du hast eben... Mein Bester, komm rein, du sprich mal Tafelis, komm, wir reden doch mit Wohemitteln. Deswegen ist das Allah im Sündig. Warum Sündig danach? Darf ich auswarten? Erstmal, so, du hast es eben gesagt. Du hast gar nicht geredet. Du gehst doch immer raus, komm wieder rein, ey. Bitte? Ja, jetzt höre ich dich. Ach so, also, wenn man aus der App rausgeht, hört man mich nicht mehr, das wusste ich nicht, sorry. Also, wie gesagt, wenn du hier solche Quellen im Hintergrund angibst, dann ist das für mich nicht glaubwürdig, weil ich eben schon was überprüft habe und das nicht so war, wie es in deinem Hintergrund stand. Okay, dann liest doch vor... Sura 2, Vers 256, meinst du, dass da drin steht, dass man nicht an Allah glauben muss, das ist absoluter Unsinn. Was sagst du? Du gehst mal damit. Ja, da steht doch nur Salih al-Bukhari und da steht da zwei Worte. Der ist bestimmt länger als zwei Worte. Ich bin fertig mit der Liebste. Ja, Bukhari 6614, die Quellenangabe. Ja, okay, aber der Hadith ist doch bestimmt länger. Ja, der möchte ja, dass du ihn liest. Liest ihn doch auch. Du meinst, ich soll den jetzt raussuchen oder was? Ja, genau. Du kannst das in Google aufschlagen, gibst da einfach ein, Bukhari 6614 und dann schaust du mal, dass es nicht Adams Schuld war, der gesündigt hat, sondern Allah ihn dazu verleiht. Ja, genau. Die ist ein Einmaschinen für dich. Boah, ich höre dich jetzt sowieso nicht. Du kannst das für dich selbst da schön nehmen. Damit hat der Mohammed die ganze gesamte Religion eigentlich ruiniert. Heftig. Ja, aber das ist das, ihr Lieben. Das ist das, wenn die Muslime immer zu euch sagen, ja, warum seid ihr denn nicht respektvoll gegenüber unserer Religion, aber haben den kompletten Wahnsinn in ihren eigenen Schriften stehen. Das ist so Doppelmoral, das ist so krank. Lasst euch da überhaupt nicht einschüchtern oder irgendwie in eine Ecke drängen. Ihr könnt sofort den Spiegel zurückhalten und sagen, ey, warte mal, dein Gott beleidigt in fast jeder Passage. Der Mohammed hat die ganze Quraysh weggeschlachtet, hat alle beleidigt und gesagt, dass man von uns Jizya nehmen soll und so. Ist das denn? Lasst euch da bloß nicht in irgendeine Ecke drängen. Das ist genau die Taktik. Guck mal, und das Ding ist, erstens, jeder Mensch ist mal fleischlich, auch wir. Das ist ganz normal. Aber wir haben jetzt nicht irgendwas mit einer ganz anderen Art übertrieben, sondern wir haben jetzt wirklich gezeigt, wie es da drin steht und das ist wirklich so ein Lachen. Was ist das denn? Ein Afrikaner ritt den Off-Prophet. Was ist das? Also ich habe eben ein... Achso, 661-4. Ja, okay, Moment. Ja, 661-4. Das ist doch wirklich so ein Lachen, wenn ich das schon sehe. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, es gibt einen Kirchenvater oder irgendeinen Priester, der gesagt hat, man kann sich die Seiten des Korans rausreißen als Toilettenpapier benutzen. Was meinst du, wie empört die Muslime wären? Die wären auf Straße gewesen. Die wären morgen und hätten die Kirchen angezündet. Aber die Muslime, die sagen nichts für ihre eigene muslimische Brüder und Schwester. Ey, was soll das? Was ist das hier? Ja, genau. Das ist so heuchlerisch. Also ich habe mir eben den Hadith durchgelesen und ich sehe da nirgendwo das Alla sündigt. Also ich weiß nicht. Okay, aber es steht da drinnen, dass Adam, guck mal, Musa hat zu Adam gesagt, wegen dir sind wir aus Garten eben rausgeschmissen worden. Adam sagt dann zu Musa, was beschuldigst du mich, was Allah vor meiner Erschaffung 40 Jahre zuvor entschieden hat? Stimmt das? Ja, okay, aber... Ja, ich stelle zu drin. Okay. Was heißt das denn? Wen hat er dann beschuldigt, wenn er sagt, was beschuldigst du mich? Ja, okay, aber es heißt, Menschen machen Fehler. Das beschuldigst du mich? Ja, nein. Jetzt hast du den Keks aus der Keksdose geklaut. Wer hat denn das gesagt? Seid, hatte der Adam freien Willen? Antworten. Seid, hatte der Adam freien Willen oder hat Allah ihm den freien Willen genommen und ihn sündigen lassen? Nein, guck mal, der Mensch hat einen freien Willen und ist für seine Sünden verantwortlich. Dankeschön, da hast du jetzt gerade widersprochen. Nein, er sagt zu Moses, doch, Moses sagt zu Adam, wegen dir sind wir aus dem Paradies geschmissen. Adam argumentiert und macht ihn fertig. Denn Moses sagt, warum machst du mich für etwas an, wofür ich gar nichts kann, was Allah schon für mich bestimmt hat, dass ich es machen muss. Ich hatte gar keine andere Wahl. Aber weil Adam es sagt, heißt es ja nicht, dass es Gesetz sein muss. Wie gesagt, der Mensch macht Fehler. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat jetzt gesündigt? War es Adams Wille oder Allahs Wille? Es war immer noch Adams Wille, aber es ist kein Widerspruch. Falsch. Falsch. Das war der Wille von Allah, der ihn sündigen hat lassen. Bei uns in der Bibel heißt es, dass Adam und Eva von selbst aus sich haben verführen lassen. Bei euch im Koran ist das eine pervertierte Version und man sieht, dass Allah eigentlich derjenige ist, der Adam sündigen hat lassen. Deswegen sagt auch Allah, wenn ihr nicht sündigt, würde ich euch von der Erde austilgen und euch durch eine andere Menschheit ersetzen, die von morgens bis abends sündigt und mich um Vergebung fragt. Ist das gut? Und wiederum, die Glauben daran, ins Heimbruch 6612 steht sogar drin, dass du sogar den Ehebruch begeben musst, genau wie in seinem Muslim es genau so drin steht. 2657B müsste das sein. Also ich kann dir jetzt mit Siegel versichern, dass nirgendwo steht, dass du den Ehebruch vergeben begeben musst. Warte, ich gebe dir den. 6613 ist zugesagt. Mach mal erstmal Sayer Bukhali 6612 und den Muslim gebe ich noch dazu. Lies erstmal für dich den vor. Und jetzt, jetzt gebe ich dir den anderen. Wo sogar nicht drin steht, du musst den Ehebruch beginnen als Mann. Genau. Sayer Bukhali 2657B Boah, hab ich noch richtig gesagt, ey. Dich nicht gedacht. 6612. Ja, guck mal, ich schließe erst mal Mainz vor. Das ist ein Muslim, 2657B. Abu Huraira berichtete, dass Salas Apostel Mohammed sagte, wahrlich, Allah hat genau den Grad des Ehebruchs festgelegt, dem ein Mann nachgeben darf und den er zwangsläufig begehen muss. Der Ehebruch des Auges ist der lüstere Blick und der Ehebruch der Zunge ist die zügellose Rede, die das Herz begehrt und sehnt und die Körperteile in den Tat umsetzen können oder nicht. So, und da steht in Sayer Muslim 2657B und Sayer Bukhali 6612 steht wiederum geschrieben, genauso ähnlich wie das. Aber hier steht sogar wortwörtlich beginnen muss. Was sagst du dazu? Sayer Muslim, welcher war das? Ich würde das gerne selber machen. 2757B eigentlich müsste ein Muslim hat es geschafft wegen den Hadiths in Islam rauszugehen. Er hat gesagt, das ist ja ganz klar, Alleinsünder hat er gesagt. Nein, der Islam hat er dann direkt verlassen. Muss ja nicht eigentlich jeder wach werden. Wieso haben die so viel Stolz? Ja, und daran merken wir, dass er eigentlich die alte Schlange aus dem Paradies ist, die Gott der Herr geschaffen hat. Die listige. Darauf würde ich mal hören, was Annes Islam einmal dazu sagt. Entschuldigung, 2615B war das? 2657B 27, okay, ja, so. 2657B B, ne? Musstabe B wie Werter. Genau, guck mal, Alexa Zass sagt, stolz ist Sünder, hat sie absolut recht. Und Allah sagt, er ist der Stolze. Allah ist also ein Sünder. Zure 59 Vers 23. Woher kommt denn der Stolz? Ja, von Hochmythen, von Hochmut. Genau, und wer hat den ersten Hochmut gehabt in der ganzen Geschichte? Ja, genau, der Lucifer, der war hochmütig. Ja, Er ist stolz, das ist eine Eigenschaft des Teufels, Stolz, Hochmut, Arrogant, und das sind so Eigenschaften, mit denen Allah sich ja selbst beschreibt, Al-Mutakabir, ist einer der 99 Namen Allah, der Stolze, der Arrogante. Und dann heißt es, dass der Allah sogar den Stolzen hasst. Und ich kenne aber nicht, dass die Bibel sowas sagt von Gott. Nein, Gott widersteht den Stolzen und Hochmütigen, den Demütigen zeigt der Reue. Verstehst du? Amen. Danke, mein Bestes, danke. Heftig, ne? Ja, das ist natürlich heftig. Und das ist wieder die krasse Geschichte. wir sehen immer wieder, wir sehen immer wieder, dass Gott sich an seine eigene Regel nimmt, dass Allah sich überhaupt an nichts hält und sogar die sind noch macht. Allah ist ein Häuschler. Loszeit antwortiert. Am Ende ist ja erklärt, was gemeint ist. Also es ist nicht das Ehebuch, also du musst Ehebuch begehen, sondern er sagt ja am Ende, er sagt ja am Ende mit der Zunge, mit der Zunge, also dass man etwas ausspricht und mit dem Blick, dass man, bitte? Ja, da hat er erklärt, was Ebro ist. Zeit, hör auf jetzt damit. Da steht drinnen, du musst die Sünde begehen. Nein, es steht nicht, dass die Sünde begehen. Es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Bestufungen der Sünde. Du kannst über eine Sünde nachdenken, über eine Sünde nachdenken. Erstmal stund, da geht's. Mein Bester, hör auf jetzt damit. Da steht, du musst diese Sünde begehen, hör auf damit. So ein Wider. Ihr Islam-Hassel häufig macht, es einzelne Worte rauszupicken und diese dann als die zweitlose Wahrheit hinzustellen. Ich danke dir für gar nichts. Dankeschön. Ich habe es dir gerade vorgelesen, hat dich gar nicht interessiert. Wie kann man so stolz sein? Wie geht das? Wie geht das, ey? Hallo. Ja. Also, Moment. Ich kam doch jetzt gerade mit Verachtenden, also dass bei uns im Koran so viel Verachtendes drinsteht, ne? Ich habe gerade darüber diskutiert, oder? Ich habe jetzt zwar nicht alles gehört, aber am Anfang habt ihr doch über das Verachtende diskutiert. Hier Thema ist, warum hat Allah gesündigt? Das ist das Thema. Allah hat nicht gesündigt. Allah kann nicht sündigen. Das ist falsch. Und wenn ich jetzt die Beweise verlesst du den Islam? Gib mir einen Beweis, dass Allah sündigt. Das ist dann ja Bukharit 6614. Dann gibt Allah die Schuld, dass er gesündigt hat. Was heißt das? Allah hat dann gesündigt, weil du keinen freien Willen hast, also zwingt dich Allah, dass du so gut gehst. Sag ich zu Khadi. Mir steht das drin, mein Bester da. Ja, ich habe es gesehen, Alter. Ja, ich habe es gesehen, Alter. Kannst du laut lesen? Das ist auf Englisch wieder. Ich habe das deutsche Text. Ja, das steht da drin. Hat Adam, das hat Adam gesagt, was beschuldigst du mich, was Allah vor meiner Schaffung... Da steht jetzt drin, dass Adam und Moses auf jeden Fall eine Diskussion zueinander hat. Er hat auch gesagt, Adam, wegen diesem Moskaten ihn rausgeschmissen. Adam antwortete, was beschuldigst du mich, und was Allah vor meiner Schaffung entschieden hat, 40 Jahre zuvor. Ja. Und wo soll das jetzt sein, dass Allah gesündigt hat? Was heißt das denn, wenn Adam sagt, was beschuldigst du mich? Wen gibt Adam gerade die Schuld? Komm, du kannst nachdenken, mein Bester. Allah favorit you with his talk. Kannst du auch nachdenken, mein Bester. Wem beschuldigt Adam? Nicht Allah. Nee, der beschuldigt gerade den Affen. Ja, jetzt abgesehen davon, ich wollte eigentlich wegen des Anderes kommen. Bro, nein. ist der Engel Gabriel, ist der überhaupt ein Engel, oder was ist der? Ja, Jibril ist ein Engel, ja, hast du recht. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist? In Islam, ja. Wer soll der Heilige Geist sein, hä? Ja, der Koran erwähnt ja den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Wo erwähnt der Koran den Heiligen Geist? Alle Tippen. Zeige ich dir. Also einfach eingeben. Alle folgen, alle tippen und folgt alle Bruder Amir und folgt alle dem Bruder Denny, bitte. Alle folgen mir. Pavlos, ich wollte eigentlich mit einem Bibelferst dich fragen, was damit gemeint ist. Du musst erst mit deinem Islam ankommen, bevor du Angriffe startest. Nein, ihr seid doch Christen und ich, ihr wollt doch sicherlich, dass ich die Leute des Wissens von den Christen frage, oder nicht? Hier, guck mal, schlag mal bitte Es suche 16 Vers 102 auf. Ja, warte. Vers 102, warte. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben zu festigen und als Rechtsleitung und Frohbotschaft für die Alleregen. Warum beleidigt der mal den Heiligen Geist, wenn er selber bei euch in der Koran zu finden ist? Ich bin mir sicher, dass mit dem Heiligen Geist nicht euer Heiliger Geist gemeint ist. Upsi. Upsi. Ziemlich sicher. Upsi, wir haben ein Problem. Muslime haben keine Ahnung von ihrer Religion. Ja, das ist das Heftige. Und wenn du zum Beispiel zur Suche 47 Vers 4 gehst, dann siehst du, dass sogar unter den Engeln und dem Heiligen Geist unterschieden wird, weil Muslime sich schämen und sagen, ja, mit dem Heiligen Geist ist Engel Gabriel gemeint. Aber da wird klar unterschieden. Lies mal bitte Suche 97 Vers 4. Warte. Der Koran ist ein Riesenwitz, dir. Das glaubst du nicht. Das stimmt nicht. Der Koran ist das einzige, wenn ich dir sage, was ich herausgefunden habe. Du würdest kotzen. Du würdest kotzen. Heiliger Geist. Frieden, ja. Das kann halt nur Jibyl sein, im Nachhinein. Das kann nur Jibyl sein, aber wieso wird er unterschieden zwischen Engel und Geist? Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Sorry, es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres... Aha, siehst du die Engel und der Geist. Siehst du, also kann Jibyl niemals der Heilige Geist sein, hier stimmt etwas nicht. Weißt du eigentlich, dass ihr sogar eine Dreieinigkeit habt? Die Ar, bis zu jedem Vers den Tafsir dazu, aber dazu nicht. Die Ar, okay, möchtest du den Tafsir zu Zor 2 Vers 1 lesen? Da kriegst du Schock. Nein, warum liest du nicht den Tafsir von Zor 97 Vers 4? Warum denn nicht? Die Ar, bitte, komm, hör auf mit dem Quatsch. Möchtest du wissen, ob ihr die Dreieinigkeit in eurem Koran habt? Bro, haben wir dich. Okay, schlag mal bitte Suche 2 Vers 1. Okay, danach kannst du deine Frage stellen, danach sind wir durch. Suche 2 Vers 1, lies uns mal bitte durch. Lies uns mal bitte vor. Suche 2 Vers 1. Suche 2 Vers 1. Ja. Aleph Lamim. Und jetzt? Ja, ja genau, was bedeutet das? Das weiß ich nicht. Ja, wie, du weißt das nicht. Weiß ich nicht. Es kommt ja das... Also, warte, warte bitte. Also, Allah setzt einfach drei Buchstaben, oder sechs, sieben Buchstaben da rein und keiner weiß, was das ist. Weiß ich nicht. Und möchtest du herausfinden, was das bedeutet? Aleph Lamim. Hau raus. Ja, geh mal bitte auf Tafsir Eben Abbas und schau mal nach, was das bedeutet. Tafsir Eben Abbas bitte aufschlagen. Und zwar. Aleph steht für Allah, Lam steht für Mohammed und Mim steht für Gabriel. Heftig. Und jetzt? Ihr habt drei Einigkeiten. Also, Allah, Jibril und Mohammed in einem Atemzug? Ich denke mal, das ist so, weil halt, das ist die Botschaft Allahs und die ist gekommen durch Jibril und ist angekommen zu... also hat Allah ein Partner, also hat Allah ein Partner, der reiht sie mit ihnen in einer Reihe ein? Hä? Die Offenbarung ist ja durch Jibril und alles da rangekommen. Das habe ich nicht gesagt. Du siehst ja, dass Allah sich einreit mit Jibril und Allah, äh, mit Jibril und Mohammed. GmbH steht. Wenn ich zu dir sage, Vater, so ein heiliger Geist, dann sagst du, ihr habt, wenn ich zu dir sage, Vater, so ein heiliger Geist, würdest du sofort sagen, ihr habt doch drei Götter. Es ist nicht ein Gott, es sind drei Götter. Siehst du, Vater, Geist, die haben sich in eine Reihe miteinander eingereiht, dass sie so eine Einheit bilden, sozusagen. Und was ist dann mit Suhuzhaf? Das ist einfach, was ich jetzt gerade erzählt habe. Also das ist einfach, was du gerade erzählt hast, ne? Ja, das ist die Offenbarung durch Jibril gekommen ist von Allah zu Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, genau. Und was sind, ja, ganz witzig. Und du siehst, du siehst, dass dieses Alif, Lamim bedeutet Allah, Mohammed und Jibril. Aber das ist jetzt Tafsir oder so, oder? Du wolltest ja Tafsir. Ja, genau. Das ist jetzt die Auslegung von Ibn Abbas. Ja, genau. Du weißt ja gar nicht, was Alif Lamim bedeutet. Genau. Und ich glaube auch, dass man das nicht weiß bis heute oder nicht. denn der Cousin von deinem Prophet erklärt es uns doch. Der Hotschettel Islam. Ja, seine Auslegung. Also der hat keine Ahnung, wie man den Koran interpretiert hat. Der ist natürlich auf meinen Kopf. Der ist natürlich auf meinen Kopf. Der ist natürlich auf meinen Kopf. Siehst du? Ja, wie gut, dass du ihn erhöhst, weil er sagt auch, dass du mit Kindern heiraten kannst. Ey, wenn du ab warst. Und so, was ist das richtig passiert? Was wolltest du gerade sagen? Was ist daran so schlimm? Du ekelhafte, hast dich noch schnell korrigiert, ne? Boah. Früher. Früher habe ich das gemeint. Nicht heute. Natürlich. Was ist daran so schlimm? Habt ihr gerade gehört? natürlich. Früher. In eurem Programm. Das ist ein zeitlos gültiges Buch deines Gottes. Mal was erzählst du da. Das ist die Scheidung. Es gibt alle, von wem du dich scheiden lassen kannst. Das ist die Zeit entstanden. Nein, das ist ein allgemein gültiger Vers. Auch auftreffen. Natürlich. Okay, kein Problem. Der Allah sagt doch, von wem du dich scheiden lassen darf. Das ist doch allgemein gültig. Oder ist es möglich, weil es ist ein guter. Für die heutige Zeit gilt auch. Natürlich. Die Scheidung gilt ja auch für die heutige Zeit. Oder war das nur für damals? Ja. Okay, ich danke dir von ganz herzlich für Kamiluri. Danke dir. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Ja, du darfst du. Okay, jetzt wird es gut. Das Lieblingslied von Pablo. Das ist eine neue Lieblingsidee. Pavlos. Ja, ich bin hier. Warum steht in 1. Mose 19? Ich bin ja auch mit Armin das drüber, aber er konnte mir keine Antwort geben. Warum denn nicht? Warum steht in 1. Mose 19, dass Lot seine zwei Töchter geschwingert hat? Das kann doch nicht wahr. Ist es dir nicht verachtet? Ich habe alles erwartet. Ich habe alles erwartet. Ich habe alles erwartet. Das ist immer das. Ich erkläre es dir jetzt ein einziges Mal. Spitz jetzt deine Öhrchen. Spitz deine Öhrchen. Lot ist ein Mensch. Lot ist kein Prophet. Lot hat gesündigt. Gott hat es bestraft, diese Sünde. Und da sind zwei Kinder entstanden. Das waren die größten Feinde Israels auch noch. Die Ammoniter und Kanoniter. Hethiter, Kanoniter, alles. Und dann sehen wir ganz klar, das hat Gott verurteilt. Das war kein Gottesbefehl. Denn Moses hat nur die Geschichte aufgeschrieben, was passiert ist, was eine Sünde die begangen haben. Ende. Hast du das verstanden? Der 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 Also du verstehst nicht, dass Gott eine Geschichte erzählt außerhalb seines Befehles, dass diese Töchter gesündigt haben und Lot mit seinen Töchtern gesündigt hat, obwohl Gott ihnen das niemals befohlen hat. Also eine Geschichte Ich verstehe nicht, warum das in einem Buch draufstehen sollte, das mit Nächstenliebe zu tun hat. Das ist so eine Abscheulich-Geschichte. Du willst dich jetzt Abscheulich-Geschichte. Hat dein Buch irgendwas mit Nächstenliebe zu tun? Diese Geschichte. Die Bibel angespuckt. Habt ihr das gesehen? Ich hab auf diesen Vers angespuckt, weil das ist auch auf die Bibel. Also auf die Bibel. Ja, spuck dich nicht auf diesen Vers. Also bevorzugst du Leute, die in dir in den Töchtern aussehen. Der ist dämonisch besessen. Der ist dämonisch besessen. Der ist dämonisch besessen. Das war die Besesseheit. Das hat mich jetzt gesagt, dass wir nicht besessen. Es ist dämonisch. Unfassbar, ne? Oder unfassbar. Wahnsinn. Möge der ihn vergeben. Unfassbar. Warum sind die so? Es geht um ihr ewiges Leben. Euer Leben in Ewigkeit und ihr seid so. Hallo. Gottes Segen Johan. Ja, ich wollte fragen, welchen hat dies, ich sehe das nochmal, wo Mohamed mit seiner Tante geschlafen hat. Welche hat dies war das? Ich weiß das nicht. Warte, warte, warte. Oder Armin. Mit der Tante kennst du auswendig. Oder meinst du die SCX-Sklavin, die ich gezeigt habe heute? Ich habe jetzt keine Niveau. Um das Buch zu suchen, habe ich keinen Nerv. Also mit seiner Tante, die im Grab war, die gestorben war. Ja, genau, das ist Fatima bin Assad heißt die, glaube ich, das ist die Mutter von Ali. Und so das hier, die Necrophilie. Ah, nee, warte, das war alles klar, warte. Ich habe das falsch ausgut. Achso, hier, Jesus ist Gott, hat das schon. Kansal Omal, Band 13, Seite 13, ist das sehr gut. Oh ja, sehr schön, und hier ist auch noch ein Mann, guck dir das an, Bruder Amir. Das ist Sahih, Albukali 1, 2, du musst aufpassen, du musst aufpassen. Das, das liest sich ganz anders, wie wir das verstehen. Du musst das, das nicht verwenden. Es gibt andere Aussagen, die viel, viel besser sind. Und der, Jesus put first, Jesus is God, oder, der hat das in den Kommentaren für euch geschrieben, Kansal Omal 37.611 und auch noch mal Kansal Omal an 13, seit 13. Da wird richtig darauf eingegangen. Hier, Bruder Amir, extra für dich, Stahlhardt. Was ist das denn für ein Salz? Stahlhardt. Stahlhardt. Ich habe nur eine Frage. Ich habe nur eine Frage. Ex-Muslim. Ja, mein Bester. Mein Bester, ich suche diesen Vers gerade, wo steht, dass man Mohammed anbeten soll. Du hast ja einmal so einen Widerspruch scheinbar entdeckt. Ich wollte mir mal angucken. Ich habe vergessen, welcher Vers das war. Sura 46, Vers 31, meinst du, wo er Sünden vergibt? Ja, Sura 46, Vers 31. Hier, ich schaue mal eben. Aber du siehst, dass du interpretierst das so, Nein, es liest sich ja raus. Also hörst du das doch. Du liest das da raus. Sura 46, Vers 31, unsere Folge, er hört, Allahs Rufa, und glaubt, nein, so vergibt dir. Allahs Rufa ist dann der Prophet, oder wie? Genau, Allahs Rufa ist der Prophet, und dann ist das ein durchgehender Satz, ne? Ja, stimmt. Okay, du hast recht. Ich wollte es nur, ich wollte es kurz den Kollegen zeigen. Bis gleich. Ciao. Okay, ciao. Stahl hart. Ja, Dr. Schech, aber mir hilft allen. Keine Sorge. Wir zerstören den Islam gemeinsam. Und dann, wenn irgendwann so, dödere dich. Heftig. Nur noch dieses Lied. Du hast wieder dieses Lied Hype gegeben, endlich. Das ist ausgestoppen und du hast ihn wieder auf eins gebracht. Was meint ihr, was wir für eine Detonation hier in Deutschland ausgelöst haben, Österreich und Schweiz? Wisst ihr, was das für Wellen schlägt? Ex-Katholik, was bist du jetzt? Ein wiedergeborener Christ. Ich bin kein Orthodox, gehöre keine Religion, ein wiedergeborener Christ, nur die Bibel allein. Und das betreuen diese Brüder auch. Schaut euch mal die Videos an und ich kriege eure Antwort. Oh nein, Abu, oder Amir, hast du Kraft? Für wen? Hier, den. Wenn du allein sagst, ich würde runter. Ach du Heilige. Das meint es ernst, ne? Ich erinnere Ilaha Illallah. Eine Frage, Abu Maljim. Hat Isa Muhammad gesagt, guck mal, Jungs, am besten, macht die Schahada und geht beten. Ich will die Schahada machen, wie Isa es gemacht hat. Hast du heute in Lasha schon gebetet? Wie hat Isa gemacht? Übte? Wie hat Isa die Schahada ausgesprochen? Isa ist doch selber Prophet. Guck dir die Behinderung der Christen. Wie hat er denn die Schahada ausgesprochen, wenn Moses ein Prophet war? Wie hat er das gemacht? Die sind doch selber Propheten. Ja, aber die sind doch Muslime, oder nicht? Du, Edi. Ja. Ist das ein Trottel der Typ, der ist so behemmert. Damals war ja auch Alkohol nicht verboten. Oh mein Gott, hast du gesehen, wie der gerade Durchfall in seinem Gehirn hatte? Habt ihr das gerade gesehen? Ja, Durchfall in deinem Gehirn, weil du sagst, wie hat er die Schahada gemacht. Ihr sagt doch, dass alle Propheten Muslime waren. Und wenn man Muslim ist, da muss man ja die Schahada aussprechen als erstes, oder? Was sagte denn Pharaon zu Haman, als er gesagt hat? Was interessiert mich, was interessiert mich, Pharaon ist Pharaon, ein Muslim? Ja, es sagt dir doch, er sagt, baue mir ein Dings. Aber du weißt, das ist das. Aber man kann einfach sagen, la ilaha illallah und man ist Muslim, oder muss man sagen, Rasulallah noch dazu? Wie meinst du, die Leute, die jetzt wohnen, oder was? In dieser Zeit? Nein, ich will von dieser Zeit. Wie werde ich, wie werde ich ein Muslim? Was muss ich als erstes tun? Muss ich dir jetzt nicht beantworten. Ja, weil du ein Jahel bist, deswegen, geh lieber raus und blamier dich nicht mit deinem Durchfall. Schwach angefangen. Ja, und schnell raus. Siehst du, da lacht er sich tot und dann hat er auf einmal gemerkt, dass der nur Blödsinn erzählt, der Typ. Heftig, ne? Wie er sich selber zerstört. Er liegt im Bett, oder er liegt im Bett und hört nur diesen Song. Der Traum hat er davon. Du kennst doch GTA. oder? Das kann doch nicht sein. Ja, ich kenne Etima 5. Findest du auch Trevor? Ich kenne NoGather. Kann ich dir was zeigen von Trevor? Er hat er jetzt rumgeschrieben. Trevor Scott? Das kann nicht wahr sein. Er ist nicht normal. Er hat so gemoddet, dass da jemand, die wie Schade oder sowas ausspricht. Oder kannst du mich ganz kurz Kamera machen? Ich muss was zeigen. Ich mache jetzt Essen, was leckeres. Das kann nicht wahr sein. Hast du wieder Essen? Warte. Das ist nicht normal, ne? Jetzt gibt es einen kleinen Nachtisch. Guck mal, das hier. Das ist nicht normal. Kleiner Nachtisch. Das hier noch. Ein Power-Riegel auch. Und danach? Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Das essen wir jetzt alles auf, Armin. Das ist alles hier. Das hier. Die geht es richtig gut. Das hier. Also die Bananen hier. Alle Bananen werden aufgegessen. Glaub mir, wenn Essen klappt halt ist, ne? Der ist direkt da. Bitte deine Zunge, Fablos. Bitte deine Zunge. Und das hier, Armin, das vor dem Schlafen dann nochmal. Das kleine hier, für den Magen. Ah, Zwiebel. Für den Magen, ne? Ja, das ist für den Magen. Dann wird er sich beruhigt wieder. Jetzt weiß ich, warum du Schmerzen hast. Jetzt weiß ich das. Du friehst dich so voll, ne? Dein Magen geht ja gar nicht mehr aus. Unglaublich. Ich kann nichts dafür. Das ist halt so, ne? Das ist so heftig, ey. Unnormal. Was meinst du, warum die mich aus der Gemeinde geschmissen haben? Wegen Kaffee und Kuchen. Ja, ne? Du hast alles weggefressen. Jetzt sagen die, jetzt kommt Kaffee, Kuchen, und dann, oh, Entschuldigung, ne? Wo ist der Kaffee? Was ist denn? So heilig, ey. Das ist so eine schreckliche Magen. Ich normal, ne? Das hört sich so an, wie Teletubbies auf Crack oder sowas, ne? Habt ihr dieses, dieses komische Stimme von den Geln? Als wenn die Teletubbies hätten sich ein Geroch wegen Legalisierung von Crack. Tick-Tock sportlich, Bruder Arme, bitte. Entschuldigung. Tick-Tock, äh, mordlich. Tick-Tock ordentlich. Oh, oh. Ne? Ich glaube, ich werde jetzt gleich gesperrt. Warte mal, ich habe hier jemanden hochgeholt, jetzt sieht man den nicht mehr. Ja, toll, ne? So, was ist das? Und hat sich reingeheckt. Ich möchte nicht alle sehen, Pappels. Warte, ich muss den immer sehen, dann block ich den einfach. Da ist irgendwas mit Mozeus oder so. Mozeus. Ja. Das, ich habe den angenommen. Haben die bei euch drin? Da haben die auch schon hier drin, ne? Ne, der Hansi, der traut sich überhaupt nicht. Aber der sagt immer, dieser Kupfer pur. Der ist so besessen von mir, überall, egal wo ich drinne bin. Ob ich, wenn ich so beantwortlich bei Muslimen drinne bin, der ist sofort da, ne? Ja. Der Joker nutzt jetzt schon mein Gesicht als Hintergrundbild, ne? Weil er gemerkt hat, er wurde auch nochmal widerlegt nebenbei. Ja, aber, 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 Bruder Arme, der hat doch den Islam verkauft für seine Schweiz da, für seine Alpen da, damit er da gut leben kann. In den Alpen. Ja, der kommt ja aus Österreich. Ja, Österreich. Ja, wie peinlich. Um ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen, benutze das Bild von uns oder von allen von uns, ne? Ich würde mich so schämen, in Grund und Boden, so. Unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, ne? Ja, der nimmt immer mein Bild als Gesicht und dann nimmt er dich als Gesicht und so weiter. Aber sie ist auch von der positiven Seite, so bleibst du auch immer im Gespräch, wenn die Muslime immer dein Gesicht sehen. Ist das nicht heftig? Hat es positive und negative? Ja, hast auch wieder recht, ne? Ja, ne? Das kann zum Vorteil sogar sein, weil die immer wissen wollen, was du machst, ne? Also die werden immer an dich erinnert. Aber der Rafter ist ja nicht, der Typ. Aber weißt du, was ich auch so heftig finde? Die haben jetzt auch von einem anderen Christen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, da haben die die Tochter und die Mutter als Profilbild genommen und dann so erniedrigt, ne? Ja, das musst du dir mal geben, Armin. Ja, oder Armin, das ist ekelhaft, wirklich, das ist eine ekelhafte Charakter. Du meinst, wie dämonisch besessen musst du sein, dass du da die Tochter und die Mutter da als Profilbild und dann so als, das ist so krank, ne? Das ist so dämonisch besessen. Und dann, wenn einer gleichstich wird, ne? Dann sagen die, guckt euch das mal. Ja, natürlich, klar. Die wollen das noch. Mozeus, Gottes Segen, was liegt auf dein Herz? Gottes Segen, meine Lieben, ich wollte vorhin, ich wollte vorhin eigentlich rauf, wo der Dian noch da war. Das ist der, das ist der gute Mann, der hier Aufopferung mit Selbstmord nicht unterscheiden kann. Ja, genau, das ist krank. Das ist so krank. Heute war wieder viel zu viel für mich. Ich brauche echt Urlaub von dem Ganzen. Die Leute sitzen alle zu Hause. Ich reg mich über diesen ganzen Wahnsinn auf. Und die lachen sich alle kaputt hier. Die haben es gut. Ich wünsche, ich könnte auch einmal. Wenn die alle folgen und einmal hier alle folgen, dass sie nichts erfassen. Die Leute haben es so gut. Die sitzen da alle schön zu Hause und das ist wie Netflix für die, wenn wir auf einmal hier anfangen, loszuknallen. Ja, guck mal, wir regeln uns mit auf. Ach, das ist heftig. Ja, natürlich, klar, wenn man sich das anhört, das ist Wahnsinn. Man will durchs Telefon kommen und die Leute wach rütteln. Und wir müssen den Herrn Jesus Christus annehmen, weil er gibt das ewige Leben. Wir müssen schon neu geboren sein. Und so wird er das ewige Leben bekommen. Altes Leben wegschmeißen, neues Leben beginnen. Für die Menschen, die es jetzt erkannt haben, macht es heute noch. Ihr könnt morgen sterben, für die Leute, die es noch nicht erkannt haben. Sagt heute Gott, wer bist du? Was ist die Wahrheit? Was ist der Weg? Zeig es mir. Offenbar ist es mir dort. Denn die Schrift sagt, wer aufrichtig mit Herzen sucht, so werde ich mich auch von ihm finden lassen. Wer sucht, wer findet, wer klopft den Weg geöffnet. Das will ich euch alle mitgeben, meine Lieben. Amen. Pablos, ich wollte auch noch ein paar Verse sagen, ja? Ja, bitte. Das heißt, liegt dir noch was auf den Herzen? Nein, nein, ich wollte gerade rausgehen. Dank Gott, das sehe ich mein Bester. Jo, ich auch, dann gehe. Mach's gut. Ja, Bruder, ja, ja, das Wort, ja, das Wort Gottes sagt ja, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das Wort Gottes sagt auch hier, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch verlassen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, solange sein Angesicht aller Zeit da ist. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir. Bittet, ich lese mehrere Verse, okay? Bittet, so werdet euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so werdet euch aufgetan werden. Und der Herr Jesus sagt ja auch hier in seinem Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. Und ja, wie Bruder Pablo schon gesagt hat, na geht doch mal, einfach mal auf eure Knie. Das kostet euch keine 20 Sekunden, 30 Sekunden, einfach mal ein kurzes Gebet. Und ihr werdet die, ihr werdet Gottes Antwort bekommen. Gott lässt euch nicht in den Stich. Das ist ein Versprechen. Deswegen, es liegt also an euch, ihr habt den freien Wille, mit Gott zu sein oder ohne Gott. Ihr könnt euch entscheiden, aber dann wird auch abgerechnet werden. Aber ihr habt das anrecht, ihr könnt ihn heute anrufen. Deswegen macht euch auch die Suche nach ihm. Amen. Oder mir kannst du ein wunderschönes Gebet machen, weil ich bin jetzt rotmüde. Ich bin auch schon übelst, ich liege im Bett schon. Ich lese einfach. Lies was vor, Bruder Denny und dann. Oder Bruder Denny, willst du ein Stream machen? Ich gehe jetzt. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Und dann sagt auch das Wort Gottes, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Denn wer mit den Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Amen. Leute, an die 400 Zuschauer, an die 400 Zuschauer, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Aber ich sage euch, Leute, die Hölle ist real. Die Hölle ist real. So wie der Himmel auch real ist. Wie wirst du eines Tages Gott begegnen? Deswegen komm ganz rein. Nimm dein Kreuz auf dich und folge dem Herrn tagtäglich. Dieser schmale Weg ist ein Leidensweg, aber glaub es mir am Ende, wenn wir diesen Weg gegangen sind, erwartet uns eine riesige Belohnung. Ich weiß, viele von euch haben jetzt Anfechtungen und Kämpfe. Aber es gibt nichts Schöneres, diesen schmalen Weg mit Gott zu gehen. Dieser breite Weg, das ist der Weg des Teufels, der in die Verdammnis führt. Aber der schmale Weg muss jeder Einzel von euch gehen. Jeder muss diesen schmalen Weg gehen und durch diese enge Tür gehen. Und ich hoffe, dass ihr alle auf diesen schmalen Weg seid und nicht abbiegt. Und dass jeder von euch sein Kreuz täglich auf sich nimmt und dass ihr keine Teilzeit-Christen seid, sondern seid Vollzeit-Christen. Der Herr ist der Bräutiger, wir sind die Braut und er hat einen Anspruch darauf. Deswegen sind, dass wir treu zu ihm sind. Deswegen ist es sehr wichtig, auch nochmal von neu geboren zu werden. Leute, Johannes 3, Vers 3 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Leute, die Kindertaufe, die werde dich nicht retten. Oder wenn du in einer christlichen Familie hineingeboren bist, das wird dich auch nicht retten, sondern du musst dich entscheiden für den Herrn Jesus Christus. Ihn dein Leben zu geben, von neu geboren zu werden, ein Kind Gottes zu werden und dein Kreuz tagtäglich aufzunehmen und ihm zu folgen. Hört auf, euch selber was vorzumachen. Gott kennt eure Herze und eure Wege. Deswegen prüft euch, ob ihr wahrhaftig echte Kinder seid. Geht nochmal ins Gebet, auch an die ganzen Atheisten jetzt, die hier zuhören. Geh auf die Knie und frage und suche diesen heiligen Gott. Du hast das Recht. Du hast einen Anspruch darauf. Du kannst heute ein Kind Gottes werden. Und wenn da jemand da draußen ein Waisenkind ist oder ein Weiser ist, der keine Familie mehr hat, Gott reicht dir die Hand und sagt, du kannst heute mein Kind sein und du bekommst eine himmlische Familie, die auf dich wartet oben. Also nimm ihn an und er liebt dich. Es liegt an dir. Ja. Ja. Meine Lieben, dann wende ich jetzt jetzt für ihn bitte alle nochmal den Account folgen von mir, vom Bruder Daniel und vom Bruder Amir. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Gott segne euch und eure ganze Familie. Danke, dass ihr hier seid. Das ist schön. Wir wiederher euch alle segnen. Amen. Amen.